Die Gedruckte Fassung Dieses Buch ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 1 Was ist klinische Psychologie? Von Matthias Berking Abschnitt 1.1 Historische Entwicklung Als in Anführungszeichen Begründer der klinischen Psychologie gelten heutzutage vor allen Dingen Leitner Widmer, in Klammern Lebensdaten 1867 bis 1956, Emil Kreppelin, in Klammern Lebensdaten 1885 bis 1926 und Sigmund Freud, in Klammern Lebensdaten 1856 bis 1939. Widmer prägte als erster den Begriff klinische Psychologie. Schon während er bei Wilhelm Wund, dem Begründer der experimentellen Psychologie, promovierte, setzte er sich zum Ziel, die theoretischen Erkenntnisse der empirischen Psychologie systematisch klinisch zu nutzen. Trotz der fehlenden Anerkennung seiner Leistungen durch die American Psychological Association, in Klammern APA, arbeitete er unbeirrt an seinem Ansatz weiter und gründete 1896 die erste psychologische Klinik an der Universität von Pennsylvania, in der er vor allem psychisch beeinträchtigte Kinder behandelte. 1907 gründete er zudem die erste psychologische Fachzeitschrift, in Klammern The Psychological Clinic. Als weiterer, wichtiger Gründungsvater der klinischen Psychologie, kann Emil Kreppelin angesehen werden, der durch die Schaffung einer Krankheitslehre psychischer Störungen, die noch heute genutzten Klassifikationssysteme DSM Römisch 4 sowie ICD-10 maßgeblich beeinflusste. Sigmund Freud entwickelte bereits ab 1895 mit der Psychoanalyse eine umfassende Krankheits- und Behandlungslehre. Auf ihn geht bis heute unter anderem die hohe Bedeutung der Therapeut-Klient-Beziehung und motivationaler Klärungsprozesse zurück. Ein weiterer wichtiger Impuls ist Hugo Münsterberg zuzuschreiben, der 1912 dem Begriff der Pathopsychologie dem der Psychopathologie gegenüberstellte. Während die ursprüngliche Psychopathologie eher medizinisch begründet war, bezog sich die Pathopsychologie nun explizit auf den psychologischen Bereich. Seit den 1950er Jahren findet sich der Begriff der klinischen Psychologie explizit im deutschsprachigen Raum. Dennoch blieben vor allem die Diagnostik und die Erstellung umfassender Persönlichkeitsgutachten bis in die 1960er Jahre die hauptsächliche Aufgabe klinischer Psychologen. Die tatsächliche Therapiearbeit wurde zur damaligen Zeit noch vorrangig als Aufgabe der Ärzte gesehen. Dieser Umstand begann sich zu ändern, als in Ergänzung oder in Opposition zur psychoanalytischen Behandlung psychotherapeutische Verfahren entwickelt wurden, die sich über die Methoden der empirisch-wissenschaftlichen Psychologie definierten. Dazu gehören mit Abstrichen die Gruppentherapie nach Moreno und Yalom, die klientenzentrierte Psychotherapie nach C.R. Rogers, in Klammern siehe dazu auch Abschnitt 3.4, und vor allem die Verhaltenstherapie, in Klammern Behavior Therapy, deren Name 1959 erstmals explizit von Eisenk und Wolpe gebraucht wurde, in Klammern siehe dazu auch Abschnitt 3.3. Diese Ansätze hielten etwa Ende der 1960er Jahre Einzug in die Forschung und Praxis und führten zur gesellschaftlichen Etablierung der klinischen Psychologie. Dieser Prozess wurde durch die ab Ende der 1970er Jahre populär werdenden kognitiven Ansätze, in Klammern siehe dazu auch Abschnitt 3.3, weiter konsolidiert. Weitere wichtige Meilensteine des steten Vormarschs der klinischen Psychologie bestehen in der 1949 erfolgten Gründung des National Institutes for Mental Health in den USA und der damit im Zusammenhang stehenden Entwicklung von Ausbildungsrichtlinien zum in Anführungszeichen Clinical Psychologist bzw. im deutschsprachigen Raum in der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie, in Klammern Jahrgang 1969, und der Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächsführung, in Klammern Jahrgang 1970, sowie der gesetzlichen Verankerung des Berufs des psychologischen Psychotherapeuten bzw. des Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten im Dezember 1999. Abschnitt 1.2 Konzeptklärung und Teilgebiete Die klinische Psychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie und verfolgt als solche das Ziel, menschliches Verhalten und Erleben zu verstehen, woherzusagen und bei Bedarf zu verändern. In Abgrenzung zur Psychologie im Allgemeinen fokussiert die klinische Psychologie dabei auf Erleben und Verhalten, welches mit einem außergewöhnlichen Ausmaß an Leid oder an Funktionsbeeinträchtigungen einhergeht. In diesem Zusammenhang spricht man von den psychischen Störungen als dem zentralen Thema der klinischen Psychologie in Forschung und Praxis. Definitionen Klinische Psychologie Teildisziplin der Psychologie, die sich in Forschung und Praxis mit psychischen Störungen und den psychischen Aspekten somatischer Störungen und Krankheiten befasst. Im Speziellen beschäftigt sich die klinische Psychologie mit der Deskription in Klammern Symptomatologie, Klassifikation, Diagnostik, Verbreitung, Verlauf, Ethiologie und Bedingungsanalyse, Gesundheitsförderung, primären und sekundären Prävention, Therapie und Rehabilitation bei psychisch bedingten bzw. mitbedingten Gesundheitsproblemen. Psychische Störung Gruppe, in Klammern Syndrom, interkorrelierter, klinisch relevanter Verhaltens- oder Erlebensweisen, in Klammern Symptome, welche mit außergewöhnlichem Leid, Unschrägstrich oder Funktionsbeeinträchtigungen einhergehen. In diesem Sinne wird im DSM Römisch 4 eine psychische Störung als ein klinisch bedeutsames Verhaltens- oder psychisches Syndrom aufgefasst, das in Anführungszeichen mit momentanem Leiden, in Klammern zum Beispiel einem schmerzhaften Symptom oder einer Beeinträchtigung, in Klammern zum Beispiel Einschränkung in einem oder in mehreren wichtigen Funktionsbereichen oder mit einem stark erhöhten Risiko einhergeht, zu sterben, Schmerz, Beeinträchtigung oder einen tiefgreifenden Verlust an Freiheit zu erleiden. Zusätzlich darf dieses Syndrom oder Muster nicht nur eine verständliche und kulturell sanktionierte Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis sein, wie zum Beispiel den Tod eines geliebten Menschen. Unabhängig von dem ursprünglichen Auslöser muss gegenwärtig eine verhaltensmäßige, psychische oder biologische Funktionsstörung bei der Person zu beobachten sein. Weder normabweichendes Verhalten in Klammern zum Beispiel politischer, religiöser oder sexueller Art, noch Konflikte des Einzelnen mit der Gesellschaft sind psychische Störungen, solange die Abweichung oder der Konflikt kein Symptom einer oben beschriebenen Funktionsstörung bei der betroffenen Person darstellt. Definitionen Ende Exkurs Was ist krank? Die klinische Psychologie definiert sich in bedeutendem Ausmaß über die Konzepte von Gesundheit und Krankheit, in Klammern siehe oben. Obwohl diese Begriffe im Alltagsgebrauch selten auf Verständnisschwierigkeiten stoßen, ist eine wissenschaftliche Definition schwierig. Zu den relevanten Kriterien zählen Abweichung von den statistischen Normen, das heißt die Seltenheit des Verhaltens oder Lebens. Abweichung von sozialen Normen, das heißt von gesellschaftlichen, in Klammern, und dem Zeitgeist unterliegenen Erwartungen, wie sich eine gesunde Person zu fühlen bzw. zu verhalten hat. Das Leiden der Betroffenen Das Ausmaß an Funktionsbeeinträchtigung Diese Kriterien ermöglichen allerdings keine eindeutige Einordnung eines bestimmten Erlebens und Verhaltens als gesund oder krank. In Klammern, seltene Verhaltensweisen sind nicht unbedingt krankhaft und weit praktizierte Verhaltensweisen nicht zwingend gesund etc. Stattdessen definieren sie einen Bezugsrahmen für die Einordnung einer Verhaltens- oder Erlebensweise als mehr oder weniger pathologisch. Das heißt aber auch, dass die aktuell gültigen Zuschreibungsregeln immer als soziale Konstrukte zu sehen sind, die vom Zeitgeist, der sozialen Verteilung der Definitionsmacht etc. abhängen. Ein Beispiel für eine anhaltend kontrovers diskutierte Definition von Gesundheit ist die der WHO, die Gesundheit als den Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und explizit nicht nur als Absenz von Krankheit und Gebrechen darstellt. Bei allem Respekt für die hehren Ziele der WHO wird oft kritisch die Frage gestellt, wie viele Personen dieses Kriterium für Gesundheit erfüllen und ob eine strenge Orientierung an dieser Definition nicht zu einem inflationären Gebrauch des Krankheitsbegriffs führen muss. Exkursende Eine aufschlussreiche Beschreibung des Gegenstandsbereichs der klinischen Psychologie stammt von Baumann und Perez, welche störungsübergreifende von störungsbezogenen Themenfeldern unterscheiden. In Klammern, siehe hierzu Tabelle 1.1 im gedruckten Buch. Zusätzlich differenzieren die Autoren im Rahmen der störungsbezogenen Aspekte die inter- von der intrapersonalen Perspektive sowie die Aspekte gestörte Funktion, gestörtes Funktionsmuster, in Klammern intrapersonal und gestörtes System, in Klammern interpersonal. Diese Aufteilung verdeutlicht unter anderem, dass die in den letzten beiden Jahrzehnten dominierende Fokussierung auf spezifische Störungen nur eine von mehreren möglichen Perspektiven und Schwerpunkten darstellt. Als relevante Teilgebiete der klinischen Psychologie gelten 1. Die Gesundheitspsychologie, welche eher auf die Arbeit mit in Klammern noch gesunden Personen, in Klammern in Risikogruppen, fokussiert. 2. Die Verhaltensmedizin, die sich mit psychischen Aspekten bei somatischen Erkrankungen beschäftigt. 3. Die Neuropsychologie, welche psychologische Methoden zur Behandlung neurologischer Erkrankungen Schrägstrich Verletzungen einsetzt. 4. Die Epidemiologie, welche sich mit der Verbreitung, in Klammern und dem Verlauf, psychischer Störungen auseinandersetzt. 5. Die Versorgungsforschung, die die Verfügbarkeit psychologischer Interventionsangebote analysiert. 6. Die Psychotherapie, in Klammern von Altgriechisch, psycho gleich Seele, therapia gleich heilen, welche psychische Erkrankungen mit psychologischen Methoden zu heilen oder zu lindern sucht. 6. In der epidemiologischen Forschung werden Daten über die Häufigkeit bestimmter psychischer Störungen sowie mögliche Korrelate erhoben. 7. Dabei werden, im Gegensatz zur Fallstudie, große Stichproben untersucht, um möglichst generalisierbare Ergebnisse zu erhalten. 8. Ziel der epidemiologischen Forschung ist es, Kenntnisse über die Prävalenz, die Inzidenz, das Lebenszeitrisiko, sowie die Risikofaktoren einer Störungsentwicklung zu erhalten. 9. Diese Informationen sind beispielsweise für Präventionsmaßnahmen oder im Rahmen explorativer Studien sinnvoll. 10. So können durch Kenntnis der Risikofaktoren mögliche Ursachen identifiziert werden. Wichtige Begriffe der Epidemiologie werden im Folgenden kurz erläutert. Definitionen Begriffe der Epidemiologie Prävalenz Anteil der Personen in einer definierten Population, die das interessierende Symptommuster aufweisen. Oftmals werden zusätzlich Zeitangaben gemacht. Punktprävalenz Entspricht der Prävalenz an einem definierten Stichtag. 12-Monatsprävalenz Anteil der betroffenen Personen innerhalb eines Jahres. Lebenszeitprävalenz Entspricht der Wahrscheinlichkeit, irgendwann im Leben am entsprechenden Symptommuster zu leiden. Inzidenz Anzahl der Neuerkrankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Komorbidität Gleichzeitige Diagnose mehrerer Erkrankungen innerhalb eines definierten Zeitraums. Definition Ende Obwohl Psychotherapie als anerkanntes Teilgebiet der klinischen Psychologie gilt, wurde in den letzten Jahren der Begriff klinische Psychologie zunehmend um den Nachsatz und Psychotherapie erweitert. Hintergrund dieser Entwicklung ist das Bemühen dieses gesellschaftlich und berufspolitisch besonders relevante Teilgebiet der klinischen Psychologie besonders hervorzuheben. Unter Psychotherapie kann im Wesentlichen der gezielte Einsatz psychologischer Methoden zur Reduktion oder Bewältigung von leidhaften und schrägstrich oder beeinträchtigenden Erlebens- und Verhaltensmustern verstanden werden. Eine weitläufig anerkannte und umfassende Definition stammt von Hans Strotzka, in Klammern vergleichen 1978 und lautet Definition Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter interaktioneller Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen in einem Konsensus, in Klammern möglichst zwischen Patienten, Therapeut und Bezugsgruppe, für behandlungsbedürftig gehalten werden, mit psychologischen Mitteln, in Klammern durch Kommunikation, meist verbal aber auch averbal, in Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel, in Klammern Symptom Minimalisierung und Schrägstrich oder Strukturänderung der Persönlichkeit, mittels lehrbarer Techniken auf der Basis einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens. Definition Ende Abzugrenzen ist die klinische Psychologie von der Psychiatrie und der medizinischen Psychosomatik. Bei letzteren handelt es sich um Teilgebiete der Medizin. Zum Erwerb der entsprechenden Facharzt- bzw. Zusatzbezeichnungen, in Klammern Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für psychosomatische Medizin, Nervenarzt etc. ist ein Medizinstudium erforderlich, wohingegen für die Approbation zum psychologischen Psychotherapeuten der Abschluss eines Psychologiestudiums Voraussetzung ist. Im Gegensatz zu Ärzten dürfen psychologische Psychotherapeuten keine Medikamente verschreiben und sind auf den Einsatz psychologischer Behandlungsmethoden spezialisiert. Abschnitt 1.3 Forschungsmethoden der klinischen Psychologie Die klinische Psychologie definiert sich über die Methodologie des empirisch-wissenschaftlichen Paradigmas. Das heißt vor allem, dass Modelle und Handlungsleitlinien empirisch belegt werden müssen, um anerkannt und zur Grundlage praktischen Handelns zu werden. Zur Abschätzung der empirischen Evidenz von Theorien und Interventionen kommen dabei vor allem die folgenden Forschungsmethoden zum Einsatz. Tierstudien Die Liste von Tierstudien mit einem wesentlichen Einfluss auf die klinische Psychologie ist lang und schließt unter anderem Pavlovs Hunde, Seligmans Experimente zur gelernten Hilflosigkeit, Skinners Ping-Pong spielende Tauben und die Ratten von Edward Tolmer mit ein. Tierstudien dieser Art ermöglichen es, wesentliche psychische Funktionsprinzipien zu identifizieren, von denen angenommen wurde, dass sie auch für das Erleben und Verhalten des Menschen von Bedeutung sind. Nachfolgende Humanstudien lieferten Belege für diese Annahme, zeigten aber auch, dass die Befunde aus den Tierexperimenten nicht 1 zu 1 auf die Menschen bzw. auf Menschen mit psychischen Störungen übertragen werden können. Im Speziellen hat sich gezeigt, dass menschliches Verhalten und Erleben in stärkerem Ausmaß von kognitiv-motivationalen Faktoren, in Klammern zum Beispiel kognitiven Annahmen, Schlussfolgerungen, Zielen und Erwartungen abhängt, als dies bei anderen Spezies der Fall ist. Im letzten Jahrzehnt gewannen Tierstudien, in Klammern als Analogstudien, allerdings im Zuge der zunehmenden neuroaffektiven Orientierung der klinischen Psychologie wieder mehr an Bedeutung, vor allem wenn es darum ging, die Bedeutung bestimmter Hirnprozesse mit, in Klammern invasiven, Methoden zu untersuchen, deren Verwendung bei Menschen aus ethischen Gründen nicht zulässig ist. Inwieweit ein solches Vorgehen ethisch gerechtfertigt ist, sollte in Abhängigkeit von der Belastung der Versuchstiere und dem zu erwartenden Erkenntnisgewinn kritisch reflektiert werden. Auch hier muss einerseits die stimulierende Wirkung dieser Befunde anerkannt werden. Andererseits gilt es separat zu prüfen, inwieweit sich die gezogenen Schlussfolgerungen auch auf das menschliche Gehirn übertragen lassen. Eine weitere wichtige Art von Analogstudien stellen im Bereich der Psychotherapieforschung Untersuchungen an nicht klinisch beeinträchtigten Personen dar, die das Ziel verfolgen, mit dem Befunden auch Aussagen über klinische Populationen machen zu können. Fallstudien Fallstudien zählen zu den ältesten Methoden der klinischen Forschung. Für einen spezifischen Patienten werden dabei neben der vorliegenden Symptomatik auch dessen Krankheitsgeschichte in Klammern Anamnese, die Krankheitsgeschichte der Familie in Klammern Familienanamnese, möglicherweise relevante Entwicklungsaspekte und aktuelle Einflussfaktoren sowie der Therapieverlauf geschildert. Vor allem bei den psychodynamischen und den humanistischen Ansätzen wurden Fallstudien gern zur Begründung komplexer Theorien herangezogen. Dabei wurde oft vernachlässigt, dass generalisierende Schlussfolgerungen in weiteren Studien an größeren und für die Zielpopulation möglichst repräsentativen Stichproben überprüft werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist der Wert von Fallstudien primär in ihren exemplarisch illustrierenden Möglichkeiten bzw. in ihrem heuristischen Potenzial zu sehen. Introspektion Erkenntnisgewinne, die klinische Forschung und Praxis leiten, können auch auf der, in Klammern systematischen, Selbstbeobachtung eines klinischen Forschers basieren. Damit lässt sich Introspektion als Spezialfall einer, in Klammern oft, aber nicht immer nicht klinischen, Fallstudie verstehen, bei der es sich bei dem Untersuchten und dem Untersuchenden um dieselbe Person handelt. Ähnlich wie bei Fallstudien sind solche Beobachtungen aber keine Kausalbelege. Vor dem Hintergrund, dass viele bedeutsame und mittlerweile empirisch validierte Treatments in Klammern unter anderem EMDR, CBASP, MBSR, ihren Ursprung in den persönlichen Erfahrungen der Therapiebegründer hatten, sollte die heuristische Bedeutung dieser Vorgehensweise nicht unterschätzt werden. Darüber hinaus ist es nicht unüblich, dass Therapieschulen von den Ausbildungskandidaten verlangen, die zu lernenden Verfahren möglichst intensiv selber zu praktizieren und dabei sorgsam auf die eigenen Erfahrungen zu achten. Dies gilt oft als wichtiger Weg, um einen erfahrungsorientierten Einblick in mögliche Effekte der Intervention zu gewinnen und mithilfe dieses Wissens die Technik auch bei Patienten effektiver einsetzen zu können. Quer- und Längsschnittstudien Diese Verfahren werden in der klinischen Psychologie in der Regel dazu eingesetzt, um die Stärke des Zusammenhangs zwischen möglicherweise relevanten Einflussfaktoren und Indikatoren der psychischen Gesundheit zu erfassen. Bei Querschnittstudien werden die in Beziehung gesetzten Variablen zum selben Messzeitpunkt erfasst. Längsschnittstudien umfassen mindestens zwei Messzeitpunkte und fokussieren auf die Frage, inwieweit anhand des zuerst gemessenen potenziellen Einflussfaktors die später erfasste Ausprägung eines relevanten Indikators der psychischen Gesundheit vorhergesagt werden kann, in Klammern idealerweise unter Kontrolle des Einflusses der Werte des Gesundheitsindikators zum vorausgegangenen Zeitpunkt. Moderatoranalysen In der klinischen Psychologie stellt sich oft die Frage, ob der Effekt eines Faktors, in Klammern unabhängige Variable UV, auf einen anderen Faktor, in Klammern abhängige Variable AV, von der Ausprägung eines dritten Faktors, in Klammern Moderator, abhängt. Diese Frage stellt sich beispielsweise, wenn geklärt werden soll, inwieweit ein Risikofaktor nur unter bestimmten Bedingungen zu psychischen Erkrankungen führt oder inwieweit der Erfolg eines Therapieverfahrens von bestimmten Patienten, Therapeuten, oder Setting-Eigenschaften abhängt. In Klammern siehe dazu Abbildung 1.1 im gedruckten Buch. Mediationsanalysen Diese Analysen sollen Aufschluss darüber geben, inwieweit ein Sachverhalt, in Klammern UV, einen anderen, in Klammern AV, über einen dritten, in Klammern Mediator beeinflusst. Analysen dieser Art sind von großer Bedeutung für die Identifikation von Wirkfaktoren, über die psychotherapeutische Verfahren ihre Wirkung ausüben, etwa für die Frage, wirkt kognitive Therapie wirklich darüber, dass sie das Ausmaß an dysfunktionalen Kognitionen reduziert, etc. In Klammern siehe dazu Abbildung 1.1 im gedruckten Buch. Experimente In Experimenten werden vermeintlich ursächliche Faktoren in Klammern AV systematisch manipuliert, idealerweise alle anderen Faktoren konstant gehalten, und der Zusammenhang zwischen experimentell herbeigeführten Variationen des Faktors und den anschließend erfassten Veränderungen des Gesundheitsindikators in Klammern UV erfasst. Kovariiert die experimentelle Manipulation systematisch mit den Veränderungen im Gesundheitsindikator gilt dies als einer der stärksten verfügbaren Kausalitätsnachweise. Um den Einfluss anderer möglicher Einflussfaktoren auszuschließen und die interne Validität der Untersuchung zu maximieren, werden Experimente oft unter sogenannten kontrollierten Bedingungen, in Klammern z.B. im Labor, durchgeführt. Dieses Vorgehen geht allerdings zulasten der ökologischen Validität, d.h. zur Sicherheit, mit der sich die Befunde aus dem Labor auch in das reale Leben der Patienten übertragen lassen. Eine wichtige Möglichkeit, potenzielle personenbezogene Einflussfaktoren zu kontrollieren, besteht in der zufälligen, d.h. randomisierten Zuweisung der Versuchspersonen zu den verschiedenen Bedingungen eines Experiments. Diese sollen dafür sorgen, dass sich auch unbekannte und schwer zu stratifizierende Eigenschaften der Versuchspersonen gleichmäßig über die Bedingungen verteilen und so keinen systematischen Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Hierbei handelt es sich um einen Spezialfall des Experiments. Die Wirkung einer Interventionsmaßnahme wird durch den Vergleich mit einer Kontrollgruppe evaluiert. Dabei werden die Probanden den Bedingungen jeweils zufällig zugeordnet. Als Kontrollgruppen werden Wartekontrollgruppen, Treatment-as-usual-Gruppen und aktive Alternativ-Treatment-Bedingungen eingesetzt, je nachdem, ob die Studie einen generellen Effektivitätsnachweis, den Vergleich mit üblicherweise eingesetzten Treatments oder einen Vergleich mit einer für wichtig erachteten Referenzbehandlung, wenn man z.B. dem aktuellen Goldstandard in diesem Bereich, anstrebt. Von einer Wartekontrollgruppe spricht man, wenn auch die Patienten in der unbehandelten Vergleichsgruppe, in Klammern aus ethischen Gründen, nach Abschluss der Vergleichsperiode Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rugoll Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 2 Diagnostik und Klassifikation Von Winfried Rief und Nikola Stenzel Abschnitt 2.1 Einführung Das Stellen einer korrekten Diagnose ist Basis für eine korrekte Behandlung. Daneben dienen Diagnosen jedoch auch einer vereinfachten Kommunikation zwischen verschiedenen Behandlern und entsprechen dem Bedürfnis nach Reduktion der komplexen Information im Kontakt mit Patienten. Auch für die Forschung haben Diagnosenkataloge eine große Rolle gespielt. Gerade in den letzten 30 Jahren wurden viele Forschungsfragen an einzelnen Diagnosen festgemacht, sodass viele diagnosebezogene Erkenntnisse vorliegen. Sowohl für die Entscheidung Pharmakotherapie versus Psychotherapie als auch für die Entscheidung, welche Form und welche Module die Psychotherapie beinhalten soll, sind grundlegende Informationen über die Diagnose von Relevanz. Neben diesen Vorteilen einer diagnostischen Klassifikation muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass Diagnosen im psychischen Bereich keine abgeschlossenen Entitäten sind, wie man es sich oftmals von medizinischen Diagnosen erhofft. Diagnosen von psychischen Erkrankungen beschreiben in aller Regel eher Prototypen, die in der klinischen Praxis jedoch häufig überlappen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass bei genauer Diagnostik viele Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht nur eine Diagnose erhalten, sondern mehrere Diagnosen. Dies wird als in Anführungszeichen Komorbidität bezeichnet. Komorbidität beschreibt das Vorliegen verschiedener Erkrankungen bei einer Person. Nach dem Komorbiditätsprinzip sollen bei einem Patienten so viele Diagnosen gestellt werden, wie für die Gesamtbeschreibung der klinischen Problematik notwendig sind. Mit dem Begriff Klassifikation bezeichnet man im Allgemeinen die Einordnung von Phänomenen, die bestimmte gemeinsame Merkmale haben, in ein nach Klassen gegliedertes System. Im Rahmen des diagnostischen Prozesses werden bestimmte Merkmale oder Individuen in diagnostische Klassen bzw. in Kategorien eines bestehenden Klassifikationssystems eingegliedert. Definition Ende Im diagnostischen Prozess werden zuerst Symptome exploriert. Treten bestimmte Symptome gehäuft gemeinsam auf, spricht man von einem Syndrom. So kann als Einzelsymptom z.B. körperliche Inaktivität gewährt werden. Tritt körperliche Inaktivität gemeinsam mit affektiver Verstimmung auf sowie mit Interessenverlust, so könnte man von einem depressiven Syndrom sprechen. Ein depressives Syndrom für sich genommen, rechtfertigt noch nicht die Diagnose Depression, sondern kann auch bei anderen Erkrankungen vorkommen, in Klammern z.B. schizoaffektive Psychose, Zustand nach Schädel-Hirntrauma. Liegt ein bestimmtes Syndrom vor, müssen deshalb weitere Einschluss- und Ausschlusskriterien geprüft werden, um zu entscheiden, ob die Kriterien einer Diagnose erfüllt werden. Die Diagnosestellung selbst kann desweiteren ähnlich wie andere psychodiagnostische Prozesse auf ihre Gütekriterien hin überprüft werden. Auch hier ist möglichst hohe Reliabilität und Validität zu fordern. Besondere Bedeutung für die Güte einer Diagnosestellung hat die Interrater-Reliabilität, also die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit zwei Diagnostiker bei einem Patienten zur selben Diagnose kommen. Hierfür wird üblicherweise der statistische Kennwert Cohen's Kappa berechnet. Gerade ältere Klassifikationssysteme, in Klammern z.B. ICD9, sind zu Recht für ihre niedrige Interrater-Reliabilität kritisiert worden, in Klammern z.B. Diagnosen wie neurotische Depressionen. Mit anderen Worten, hatten zwei unabhängige Diagnostiker denselben Patienten untersucht und einer der beiden stellte die Diagnose neurotische Depressionen, so war es hochwahrscheinlich, dass der andere Diagnostiker zu einer anderen Diagnose kam. Aus diesem Grund war eine grundsätzliche Überarbeitung des diagnostischen Ansatzes notwendig. Moderne Klassifikationssysteme zeichnen sich durch eine operationalisierte und kriteriumsorientierte Diagnostik aus. Kriteriumsorientierte Diagnostik bezeichnet, dass bei der Diagnosestellung klare Kriterien berücksichtigt werden, die möglichst exakt exploriert oder beobachtet werden können. In Klammern, Beispiel, vorliegen einer depressiven Verstimmung die meiste Zeit über mindestens 14 Tage als ein Kriterium zur Diagnose einer depressiven Episode. Operationalisierte Diagnostik bezeichnet die explizite Vorgabe von Ein- und Ausschlusskriterien und von diagnostischen Entscheidungs- und Verknüpfungsregeln. So kann definiert werden, dass für eine bestimmte Diagnose mindestens 4 von 12 Kriterien vorliegen müssen, in Klammernvergleiche Panikattacken. Ein anderes Beispiel kann sein, dass bei Vorliegen einer Suchterkrankung gegebenenfalls körperliche Beschwerden darunter zu subsumieren sind und nicht als in Anführungszeichen somatoforme Störungen diagnostiziert werden. Das amerikanische Klassifikationssystem DSM-Römisch 2, in Klammern American Psychiatric Association, war das erste Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen, das konsequenter eine operationalisierte und kriteriumsorientierte Diagnostik umsetzte. Das Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation WHO, ICD, hat in seiner 10. Revision dieses Grundprinzip der Klassifikation psychischer Erkrankungen mit übernommen. Da beide Systeme in ihren aktuellen Versionen, in Klammern DSM-Römisch 4 und ICD-10, substanzielle Relevanz haben, sollen sie weiter unten näher vorgestellt werden. Teilabschnitt 2.1.2 Wann ist jemand psychisch krank? Die Frage, ob und wann ein psychischer Zustand als Krankheit zu bezeichnen ist, ist nicht einfach zu beantworten. Alle Menschen müssen von Zeit zu Zeit Phasen durchleben, in denen es ihnen psychisch nicht gut geht, in denen Probleme vorliegen, die sie bedrücken, wie etwa Trennungen von Partnerschaften, die sie in eine Krise stürzen etc. Wann werden solche Zustände als normales menschliches Erleben interpretiert? Wann sollte man von einer Krankheit sprechen? Zur Definition, was normal ist, bieten sich fünf Normalitätsbegriffe an. 1. Idealnorm Diese definiert normal als einen Zustand einer vordefinierten Vollkommenheit. Bestes Beispiel hierfür ist eine frühere, in Klammern nicht mehr aktuelle, Definition von Gesundheit der WHO, die Gesundheit als Zustand vollständigen körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens umschrieb. Diese Definition aus den 50er Jahren hat einen gravierenden Nachteil. Die meisten Menschen leben die meiste Zeit ihres Lebens nicht in diesem paradiesischen Zustand, sodass nach einem solchen Normalitätsbegriff kaum jemand gesund wäre. 2. Statistische Norm Hierbei wird als Normalität definiert, wenn sich Menschen in einem bestimmten Bereich um den Mittelwert eines Merkmals befinden. So könnte man definieren, dass jemand normal groß ist, wenn er im Bereich der durchschnittlichen Größe, seiner Alters- und Geschlechtsgruppe plus minus eine Standardabweichung liegt. Die statistische Norm spielt zum Beispiel eine Rolle bei der Definition von Unter- und Übergewicht, bei der Definition von Bluthochdruck und bei vielen anderen Merkmalen der Medizin. In diesen Fällen ist oftmals bekannt, dass das zugrunde liegende Merkmal in seinem Extrembereich Krankheit bedeutet oder ein Hinweis dafür sein kann. Allerdings ist nicht bekannt, ab welchem Grenzwert man den Trennungsstrich ziehen sollte zwischen Gesundheit und Krankheit. 3. Soziale Norm Manche Verhaltens- und Erlebensweisen sind durch die Werte einer Gesellschaft definiert. Manches ist in bestimmten Kulturen normal, vor anderem kulturellen Hintergrund jedoch nicht. So gilt es in Deutschland als nicht normal, nackt durch Großstädte zu gehen, während es in anderen Kulturen völlig unauffällig wäre. In diesem Sinne ist beispielsweise normales versus nicht normales Sexualverhalten sehr stark durch gesellschaftliche Normen definiert. Klassifikationssysteme wie ICD-10 versuchen, soziale Normsetzungen eher nicht zu berücksichtigen, um in verschiedenen Kulturen Gültigkeit zu haben. 4. Subjektive Norm Hierbei legt das Individuum selbst fest, was für es normal ist. Dies ist wichtig, um zu verstehen, wann eine einzelne Person glücklich oder unglücklich ist. Dies hängt oftmals von ausgesprochen individuellen Ansprüchen ab. Allerdings sind individuelle Normen für Gesundheitssysteme nicht sinnvoll einsetzbar, da eine Gesellschaft individuumsübergreifende Definitionen präferiert. 5. Funktionale Norm Hierbei spielt eine Rolle, ob jemand die ihm zugetragenen Funktionen erfüllen kann. Jemand wird demnach als krank definiert, wenn er zum Beispiel nicht mehr arbeiten, soziale Beziehungen eingehen oder genießen kann. Die gängigen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-Römisch 4 orientieren sich in weiten Bereichen an diesem Konzept der funktionalen Norm zur Definition, was gesund und was krank ist. Abschnitt 2.2 Kategoriale vs. Dimensionale Diagnostik Diagnosen wie Schizophrenie werden vergeben, als wären es kategoriale Einheiten. Dadurch wird nahegelegt, dass es zwei klar zu trennende Zustände gibt. Entweder jemand ist gesund oder es liegt die Krankheit XY vor. Man nennt dieses Vorgehen kategoriale Diagnostik. Dabei werden psychische Störungen als diskrete, klar voneinander und von der Normalität abgrenzbare und unterscheidbare Störungseinheiten beschrieben. Diese in Anführungszeichen Dichotomisierung des Krankheitsbegriffs ist jedoch bei den meisten psychischen Erkrankungen nicht angemessen. Vielmehr sind die Krankheitsmerkmale in aller Regel dimensional verteilt, sodass es einen kontinuierlichen Übergang zwischen gesund und krank gibt. Diese Tatsache wird in der dimensionalen Diagnostik berücksichtigt. Dabei werden psychische Merkmale einer Person entlang eines Kontinuums erfasst und beschrieben. Moderne Klassifikationssysteme versuchen, diesem dimensionalen Aspekt von psychischen Krankheiten immer mehr Rechnung zu tragen. Viele psychometrische Instrumente erbringen ebenfalls eher dimensionale Ergebnisse, in Klammern zum Beispiel Depressivitätsscores. Demgegenüber wird in der Kommunikation zwischen Behandlern die Verwendung von Diagnosen im Sinne von kategorialen Variablen in aller Regel aus ökonomischen Gründen bevorzugt. Abschnitt 2.3 Das amerikanische Klassifikationssystem DSM-Römisch 4 Das amerikanische Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen DSM in Klammern Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases wird von Wissenschaftlern sehr geschätzt, da es in verschiedenen Bereichen stärker auf Forschungsergebnisse aufbaut als das international eingesetzte ICD-10. Das aktuell gültige DSM-Römisch 4-TR zeichnet sich auch durch eine multiaxiale Diagnostik aus, sodass diagnostische Einschätzungen auf verschiedenen Ebenen vorzunehmen sind. Achse 1 Diagnostik der klinischen Störungen Achse 2 Diagnostik von geistiger Behinderung und Persönlichkeitsstörungen Achse 3 Diagnostik der medizinischen Krankheitsfaktoren Achse 4 Diagnostik der psychosozialen Probleme in Klammern zum Beispiel im sozialen Umfeld Ausbildung, Beruf, Wohnung, Rechtssystem Achse 5 Diagnostik des globalen Funktionsniveaus In Klammern Hier wird in aller Regel die Skala Global Assessment of Functioning in Klammern GAF zu Hilfe genommen, die in einem Bereich von 1 bis 100 anzeigt, wie stark jemand durch die Erkrankung in seinen psychosozialen Funktionen beeinträchtigt ist. Höhere Werte entsprechen einer besseren Funktionsfähigkeit. Ein Beispiel für eine polyaxiale Diagnostik ist in Tabelle 2.1 im gedruckten Buch aufgeführt. Wie aus diesen Beispielen ersichtlich wird, definiert das DSM-Römisch 4-TR für jede Diagnose einen Zahlencode, der zur Abkürzung verwendet werden kann. Die Codes für die psychischen Erkrankungen orientierten sich hierbei an ICD-9, während ICD-10 eine neue Codierungsrichtlinie verwendet. DSM-Römisch 4-TR ist des Weiteren in diagnostische Kategorien aufgeteilt. So findet sich eine eigene Kategorie für Schizophrenie und andere psychotische Störungen, während Angststörungen, in Klammern einschließlich Panikstörung, Agoraphobie, posttraumatischer Belastungsstörung, Sozialaphobie, eine andere diagnostische Kategorie darstellen. Abschnitt 2.4 Das internationale Klassifikationssystem ICD-10 Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt einen Katalog zur Klassifikation von Krankheiten heraus, der zurzeit in der 10. Revision zur Verfügung steht, in Klammern International Classification of Diseases ICD-10. Im Gegensatz zum DSM steht hierbei weniger die wissenschaftliche Fundierung im Vordergrund, als vielmehr die Kompromissfindung und Anpassung an die verschiedenen Kulturen dieser Erde. ICD-10 deckt alle Krankheiten ab, nicht nur die psychischen Erkrankungen. In Deutschland ist die Diagnosestellung nach ICD-10 von Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern verpflichtend eingeführt worden. Dies bedeutet, dass jeder Arzt oder Psychotherapeut Diagnosen nach diesem Klassifikationskatalog stellen muss. Wegen der Komplexität von Klassifikationssystemen, vor allem wenn alle körperlichen Erkrankungen ebenfalls mit abgedeckt werden, wurden zwei unterschiedlich differenziert ausgearbeitete Klassifikationskataloge für ICD-10 vorgestellt. Eine Wissenschaftlerversion mit genau ausformulierten einzelnen Kriterien sowie eine Praktikaversion, die eher einfach umschreibende Definitionen der einzelnen Krankheitsbilder enthält. ICD-10 teilt die einzelnen Krankheiten in verschiedene Kapitel ein, die oftmals sehr stark von ärztlichen Spezialisierungen sowie Organsystemen geprägt sind, in Klammern zum Beispiel H00 bis H95 für Augen- und Ohrenerkrankungen. Jedes Kapitel ist durch einen Code, der mit einem fest definierten Buchstabenbeginn gekennzeichnet. Psychische Erkrankungen sind durch sogenannte F-Codes charakterisiert. Nach diesen Buchstaben charakterisieren zwei Zahlen die in diesem Unterkapitel beschriebenen Störungen, in Klammern zum Beispiel F30 bis F39 für affektive Störungen. Anschließend folgen bis zu zwei Stellen nach dem Komma, die die genaue Diagnose charakterisieren, in Klammern zum Beispiel Agoraphobie mit Panikstörung F40.01. ICD-10 erlaubt nationale Adaptionen, sodass in Deutschland die gültige Version unter dem Stichwort ICD-10-GM in Klammern für German Modification zu finden ist. So wurde in der deutschen Ausgabe die neue Diagnose F45.41, chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren aufgenommen, die sich in anderen Ländern nicht im ICD-10 findet. Trotzdem ist diese neu eingeführte Diagnose für Deutschland verbindlich und wurde in die Leistungskataloge der Behandlungseinrichtungen aufgenommen. Abschnitt 2.5 Verfahren zur Klassifikation psychischer Erkrankungen Der qualitativ beste Weg, um zu einer sicheren Diagnose von psychischen Erkrankungen zu kommen, ist die Verwendung von strukturierten und standardisierten klinischen Interviews. Kaum jemand ist in der Lage, wirklich alle detaillierten Einzelkriterien von Diagnosen der kompletten Klassifikationssysteme im Kopf zu haben. Dadurch ergeben sich bei den Spontandiagnosen von Klinikern systematische Probleme, in Klammern zum Beispiel gehäuftes Übersehen von Komorbiditätsdiagnosen. Um diese Probleme zu verhindern, wurden entsprechende Interviewleitfäden ausgearbeitet und evaluiert. Zu den häufigsten klinischen Interviews für die Diagnostik psychischer Störungen zählen strukturiertes klinisches Interview für DSM-Diagnostik, in Klammern SCID 1. Dieses ist vor allem auf DSM-Römisch 4 zugeschnitten und fordert vom Interviewer gewisse klinische Expertise. In der gleichen Tradition wurde auch ein strukturiertes Interview zur Erfassung von Persönlichkeitsstörungen entwickelt, in Klammern SCID 2. Composite International Diagnostic Interview, in Klammern CD. Der Vorteil des CD liegt darin, dass sowohl DSM- als auch ICD-Diagnosen aus dem Bereich psychischer Erkrankungen geprüft werden können. Während das zuvor genannte SCID bereits einiges an klinischer Erfahrung voraussetzt, kann das CD auch von speziell geschulten Laien eingesetzt werden. Allerdings zählt es zu den aufwendigsten Verfahren für die Klassifikation. Diagnostic Interview Schedule, in Klammern DIS, Schedules for Clinical Assessment Neuropsychiatry, in Klammern SCAN. Das DIS ist ein standardisiertes Instrument zur Diagnosestellung, das aufgrund seines hohen Strukturiertheitsgrades auch von geschulten Laien angewendet werden kann. Das SCAN-System ist ein Instrument, das sowohl eine Klassifikation der wichtigsten psychiatrischen Störungsbilder des Erwachsenenalters, in Klammern kategoriale Diagnostik, als auch eine umfassende dimensionale Beschreibung psychopathologischer Symptomatik ermöglicht. Diagnostisches Interview für psychische Störungen, in Klammern DIPS. Dieses Interviewverfahren stammt ursprünglich aus der Angstforschung, wurde dann jedoch für andere psychische Erkrankungen ausgeweitet. Da alle diese Interviewverfahren relativ aufwendig sind, stellt sich die Frage nach ökonomischen Kurzverfahren. So wurde zum Beispiel für das DIPS eine Kurzversion entwickelt, in Klammern Mini-DIPS, die ähnlich gute Gütekriterien erreicht wie die langen Versionen. Eine ökonomische Alternative zu diesen Verfahren stellen die internationalen Diagnose-Checklisten für ICD-10 und DSM römisch 4 dar. Deren Strukturierungsgrad ist deutlich geringer als bei den ausgearbeiteten vorher genannten Interviews, dennoch werden alle Einzelkriterien berücksichtigt. Falls ein Patient die Hauptkriterien einer Diagnose nicht erfüllt, kann direkt zur nächsten Diagnose gesprungen werden. Dadurch wird das Verfahren ökonomischer. Abschnitt 2.6 Der Diagnostische Prozess Teilabschnitt 2.6.1 Was soll diagnostiziert werden? Im Rahmen der Diagnostik sollte man zur Klassifikation der psychischen Erkrankungen kommen, in Klammern, wie bereits weiter oben dargestellt. Dies ist jedoch nicht das einzige Ziel der Diagnostik. Durch die Diagnostik soll auch das Grundverständnis für die vorliegende Erkrankung und die beeinflussenden Bedingungen gewonnen werden und es sollte nach Möglichkeit auch eine Therapieplanung darauf aufbauen. Zum Verständnis der Entstehungsgeschichte und Chronifizierung von psychischen Erkrankungen ist die Unterscheidung folgender Faktoren essentiell. Prädisponierende Faktoren, auslösende Faktoren und aufrechterhaltende Faktoren. Prädisponierende Faktoren können sowohl biologische Art, in Klammern zum Beispiel genetische Risikokonstellation, angeborene psychophysiologische Hyperreagibilität, als auch psychologische Art sein, in Klammern traumatisierende Lebenserfahrungen in der frühen Kindheit, fehlende Aufbau eines sicheren Bindungsstils in Kindheit und Jugend, fehlende Vorbilder für Problembewältigung. Durch solche prädisponierenden Risikobedingungen allein kommt es in aller Regel noch nicht zu einer psychischen Erkrankung. Hierzu müssen oftmals zusätzliche auslösende Ereignisse auftreten, in Klammern akute Lebensbelastung, Tod eines Angehörigen, Hänseleien durch Kollegen. Betrachtet man die Tatsache, dass die meisten Patienten in psychologischer Behandlung zuvor schon mehrere Jahre an einer psychischen Erkrankung leiden, so ist ebenfalls naheliegend, dass zusätzliche aufrechterhaltene Bedingungen zu berücksichtigen sind. Entwickelt die Person zum Beispiel schon- und vermeidungsverhalten oder wirkt die Umwelt verstärkend auf Symptomäußerungen ein, so können dies Faktoren zur Verfestigung der Symptomatik darstellen. Die gleichzeitige Berücksichtigung prädisponierender, auslösender und aufrechterhaltener Bedingungen sollte zu einer individuellen Abwägung führen, auf welchen der genannten Aspekte in der Therapie besonders eingegangen werden sollte. So kann es sein, dass gerade bei langjähriger Chronifizierung die auslösenden Bedingungen vollständig an Relevanz verloren haben, dafür jedoch die aufrechterhaltenen Bedingungen von zentraler Bedeutung für die Therapieplanung sind. Ist die Erkrankung relativ kurzfristig aufgetreten, so werden vor allem auslösende Faktoren zu berücksichtigen sein. Hinsichtlich prädisponierender Faktoren ist zu prüfen, ob sie zu einer weiteren Aufrechterhaltung der Erkrankung beitragen und klammern zum Beispiel vorhandene Selbstvorwürfe bezüglich Kindheitsproblemen und ob eine Veränderbarkeit dieser prädisponierenden Faktoren besteht. Teilabschnitt 2.6.2 Psychometrische Diagnostik Als Diagnostiker sollte man sich nach Möglichkeit nicht nur auf eine einzige Erhebungsmethode und kann man zum Beispiel diagnostisches Gespräch verlassen, sondern zur weiteren Informationssammlung und Gegentestung zusätzliche Datenquellen einsetzen und kann man multimetodale Diagnostik. Hierzu bieten sich validierte psychometrische Instrumente, Fragebögen, visuelle Analogskalen etc. an, jedoch auch systematische Verhaltensbeobachtung und die Erhebung von Fremdanamnesen in Klammern zum Beispiel Exploration der Angehörigen. Auch sollte in vielen Fällen eine neuropsychologische Diagnostik in Erwägung gezogen werden, da viele Patienten mit psychischen Störungen über Aufmerksamkeits- und Gedächtnisdefizite klagen, die objektiv geprüft werden sollten. Teilabschnitt 2.6.3 Verhaltens- und Bedingungsanalyse Das SORKC-Modell Um die Aufrechterhaltung des problematischen Verhaltens in der Gegenwart zu systematisieren und darauf aufbauend eine Therapieplanung abzuleiten, hat sich das sogenannte SORKC-Modell bewährt. Im SORKC-Modell werden die aktuell ablaufenden problematischen Verhaltensweisen nach folgenden Prozessaspekten analysiert. S gleich situative Merkmale, in Klammern zum Beispiel externe Merkmale, der Problemsituationen oder interne Zustände, die Problemsituationen auslösen. O ist gleich Organismusvariablen, in Klammern biologische Dispositionen, Aufmerksamkeitsprozesse, Bewertung von Situationsmerkmalen. R ist gleich Reaktionskomponenten, in Klammern hierbei vor allem Unterscheidung berücksichtigen, in motorische, kognitive, emotionale und physiologische Reaktionskomponenten. Auf diese Reaktionen erfolgen Konsequenzen K, die in irgendeiner Form verstärkend sein können, in Klammern zum Beispiel direkte Zuwendung auf Schmerzverhalten bei Patienten mit chronischem Schmerzsyndrom, negative Verstärkung durch Kontrollverhaltensweisen bei Patienten mit Zwangsstörungen. Art und zeitliche Verhältnisse, diese oftmals verstärkenden Konsequenzen, werden abschließend in den sogenannten Kontingenzverhältnissen C festgelegt, in Klammern zum Beispiel prompte positive Verstärkung, Intermittierende Verstärkung, langfristige Einflüsse, kurzfristig negative Verstärkung, bei langfristiger Problemchronifizierung. Die genaue Analyse von problematischen Situationen, die als relevant für die psychische Störung eingeschätzt werden, wird auch als Mikroanalyse bezeichnet. Diese wird unterschieden von der Makroanalyse, welche nicht einzelne spezifische Situationen näher analysiert, sondern eher übergeordnete Regelmäßigkeiten. Beispiele für Makroanalysen sind die Plananalyse und die Schemaanalyse. Bei der Schemaanalyse wird versucht, kognitive Schemata der Patienten zu analysieren. Dies sind kognitive Grundstrukturen, die das individuelle Verhalten formen. In Klammern zum Beispiel, ich möchte immer erfolgreich sein, ich möchte von allen Menschen immer gemocht werden. Nur wer beruflich erfolgreich ist, ist ein wertvoller Mensch. Aus den mithilfe der Mikro- und Makroanalyse gewonnenen Erkenntnissen über problematisches Verhalten und Erleben von Patienten mit psychischen Störungen, lässt sich in aller Regel einen Therapieplan ableiten. Dieser kann eine Gewichtung beinhalten. Zum Beispiel können besonders situative Merkmale S beeinflusst werden, in Klammern zum Beispiel, Stimuliskontrolle bei Personen mit schwerem Übergewicht, in dem Nahrungsmittel nicht permanent frei verfügbar herumliegen. Es können vor allem Organismusvariablen O verändert werden, in Klammern zum Beispiel, individuelle Bewertungsprozesse, Selbstwertgefühl, Vulnerabilitäten aufgrund von ungünstigen Sozialisationsprozessen. Und es kann die Reaktion R zum Beispiel in Form einer Verhaltensänderung beeinflusst werden, in Klammern zum Beispiel, Abbau von Vermeidungsverhalten bei Angstpatienten. Durch Beeinflussung der Kontingenzverhältnisse und Konsequenzen auf das Verhalten, in Klammern zum Beispiel, Abbau der emotionalen Zuwendung von Angehörigen bei Schmerzpatienten auf Schmerzäußerungen hin, kann ebenfalls auf eine Verbesserung der Gesamtsituation hingearbeitet werden. Somit kann eine systematische Diagnostik und Klassifikation direkt in die Therapieplanung übergehen, an die sich dann Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 3 Ursachen psychischer Störungen Von Matthias Berking Die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen in Klammern Vergleiche dazu Kapitel 1 zu verstehen ist ein zentrales Ziel der klinischen Psychologie. Neben den in den nachfolgenden Kapiteln dieses Buches dargestellten störungsspezifischen Erklärungsmodellen sind dazu auch störungsübergreifende in Klammern transdiagnostische Ansätze entwickelt worden, von denen die wichtigsten im Folgenden dargestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass diese Theorien nicht die in Anführungszeichen Wirklichkeit darstellen, sondern selektiv Aspekte dieser Wirklichkeit modellieren. Abschnitt 3.1 Kausalitätsmodelle in der klinischen Psychologie Menschen sind es gewohnt, nach Ursachen für relevante Phänomene zu suchen. Beim Erklären konstruieren sie Modelle, mit denen sich wichtige Aspekte der Realität beschreiben, verstehen, vorhersagen und beeinflussen lassen. Implizit wird dabei oft angenommen, dass sich für ein Problem eindeutige Ursachen identifizieren lassen, die für die Entstehung und Aufrechterhaltung des Problems relevant sind. Außerdem wird angenommen, dass man das Problem lösen kann, indem man die Ursachen für das Problem beseitigt. In diesem Sinne geht beispielsweise das sogenannte medizinische Krankheitsmodell davon aus, dass die beobachtbaren Beschwerden, in Klammern Symptome, durch eine dahinterliegende somatische Erkrankung verursacht werden und dass mit einer aus der Diagnose ableitbaren Therapie diese Ursache und damit auch die Symptome beseitigt werden können. Im Bereich der psychischen Störungen greifen solche Vorstellungen allerdings aus mehreren Gründen zu kurz. Der Begriff der Ursache impliziert einen kausalen Zusammenhang. Kausalität ist jedoch eine metaphysische Idee. Inwieweit sich Kausalität wirklich empirisch nachweisen lässt und welche Methoden für den Kausalitätsnachweis geeignet sind, wird seit Jahrhunderten von Philosophen und Erkenntnistheoretikern diskutiert. Da ein zweifelsfreier Nachweis von Kausalität im engeren Sinne schwierig ist, sollte mit dem Begriff der in Anführungszeichen Ursache vorsichtig umgegangen werden. Als wichtige Bedingungen für kausale Zusammenhänge gelten 1. Die Ursache kovariiert mit der Wirkung. 2. Die Ursache geht der Wirkung voraus. 3. Der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ist nicht durch den Einfluss weiterer Faktoren bedingt. Die für die Entstehung eines Problems ursprünglich verantwortlichen Faktoren sind nicht unbedingt die, die das Problem aktuell aufrechterhalten. Und aktuell aufrechterhaltene Faktoren sind nur in dem Maße therapeutische Ansatzpunkte, in dem sie auch mit therapeutischen Methoden verändert werden können. Bei psychischen Störungen tragen in der Regel eine Reihe von Faktoren, die biologischer, psychologischer und oder sozialer Natur sein können, zur Entstehung und Aufrechterhaltung bei, in Klammern, biopsychosoziales Krankheitsmodell. Oft interagieren diese Faktoren miteinander, sodass im Gesamtmodell die Dynamik wechselseitiger Beeinflussungen dieser Faktoren und der Störung über die Zeit berücksichtigt werden muss. Viele dieser Faktoren führen nicht in jedem Fall zu einer psychischen Störung, sondern erhöhen lediglich die Wahrscheinlichkeit, eine solche Störung zu entwickeln, in Klammern probabilistisch. Andere Einflussfaktoren werden dabei nicht ausgeschlossen. Welche Faktoren wie relevant sind, muss jeweils in Abhängigkeit von der interessierenden Population und den relevanten Zeitpunkten bestimmt werden. Unspezifische Belastungen, in Klammern zum Beispiel Stress, führen in Abhängigkeit von spezifischen Vulnerabilitäten bei verschiedenen Personen zu verschiedenen psychischen Störungen, in Klammern, Diathese-Stressmodell. Unter Vulnerabilität versteht man die Anfälligkeit oder Disposition, unter Belastung psychopathologische Symptome zu entwickeln. Vulnerabilitäten können beispielsweise genetisch oder lerngeschichtlich bedingt sein und sich auf das Temperament sowie auf kognitive Grundeinstellungen, Ziele, Pläne, affektive und oder physiologische Reaktionstendenzen beziehen. Zur Erklärung psychischer Störungen existieren eine ganze Reihe von Paradigmen, die jeweils für sich in Anspruch nehmen, die Störung mit ihren Theorien erklären und ihre Theorien mithilfe spezifischer Methodologien in Anführungszeichen beweisen zu können, in Klammern sogenannter Paradigmen-Pluralismus. Zu diesen Paradigmen gehören unter anderem biologische bzw. neurobiologische, tiefenpsychologische, humanistisch-existenzielle, behaviorale, kognitive, motivationale und systemische bzw. interpersonale Erklärungsansätze. Bei der vergleichenden Bewertung verschiedener Erklärungsparadigmen kann neben den Kriterien der empirischen Testbarkeit, der Sparsamkeit, der heuristischen Fruchtbarkeit und der empirischen Abgesichertheit auch das Kriterium des Nutzens für die therapeutische Praxis herangezogen werden. Vor diesem Hintergrund kann demnach nicht erwartet werden, dass es die Theorie gibt, mit der sich Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störung erklären lässt. Nichtsdestotrotz lässt sich ein integratives, störungsübergreifendes, multifaktoriell-probabilistisches und biopsychosoziales Vulnerabilitäts-Stressmodell formulieren, welches, in Klammern nomothetisch, die Entwicklung psychischer Störungen im Allgemeinen erklärt und als grobe Heuristik für die individuelle, in Klammern idiosynkratische, Analyse der Entstehung einer Störung im Einzelfall genutzt werden kann. Die Struktur eines solchen Modells ist in Abbildung 3.1 im gedruckten Buch wiedergegeben. Die einzelnen Bestandteile dieses Modells werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert. Abschnitt 3.2 Risiko- und Schutzfaktoren Genetische Prädisposition In etlichen Zwillings-, Familien- und Adoptionsstudien finden sich deutliche Hinweise auf genetische Risikofaktoren für die Entwicklung psychischer Störungen. So weisen beispielsweise eineiige Zwillinge deutlich höhere Konkordanzraten für Schizophrenie und bipolare Störungen auf als zweieiige Zwillinge. Die signifikante Varianz innerhalb der in Klammern genetisch identischen eineiigen Zwillinge zeigt allerdings auch, dass selbst bei diesen relativ stark genetisch mitbedingten Störungen die Entwicklung einer Störung nicht ausschließlich auf genetische Faktoren zurückgeführt werden kann. Ferner ist zu beachten, dass beispielsweise bei unipolarer Depression die Unterschiede in den Konkordanzraten schon deutlich geringer sind und dass diese bei anderen Störungen bislang nicht überzeugend nachgewiesen werden konnten. Vor diesem Hintergrund lässt sich sagen, dass genetische Einflüsse bei einer Reihe von Störungen zwar zu wichtige, aber nicht als allein verantwortliche Faktoren zu sehen sind. Genanalysen legen darüber hinaus nahe, dass psychische Störungen wie beispielsweise Depressionen nicht auf einzelne Gene zurückgeführt werden können. Stattdessen ist es wahrscheinlicher, dass eine Reihe von Genen vermutlich in Interaktion mit spezifischen Umwelterfahrungen Veränderungen in gesundheitsrelevanten Systemen, in Klammern wie zum Beispiel der Hypothalamus-Hypophysen- Nebennierenrinnenachse bewirken, welche dann, wiederum unter bestimmten Umständen, zur Entstehung einer psychischen Störung beitragen können. Prä- und perinatale Schädigungen können sehr unterschiedliche Ursachen haben, beispielsweise Unterversorgung mit Blutzucker, in Klammern Hypoglykämie, durch Stoffwechselerkrankungen der Mutter, toxische Effekte von schädlichen Substanzen, in Klammern zum Beispiel Alkohol, Nikotin, die die Mutter während der Schwangerschaft konsumierte, Hirntumore, Frühgeburt oder Schädel-Hirntraumata durch äußere Einwirkungen. Je nach Art und Schwere der Schädigung können diese ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Dazu zählen Demenzen oder zerebralbedingte Lähmungen, Störungen der basalen kognitiven Funktionen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Impulskontrolle sowie intellektuelle und sprachliche Beeinträchtigungen. Diese Funktionsbeeinträchtigungen zählen zum einen zu den Kriterien bestimmter psychischer Störungen, in Klammern zum Beispiel ADHS, zum anderen können sie spezifische Belastungen herbeiführen, in Klammern zum Beispiel Arbeitslosigkeit, geringer sozialer Status und Schrägstrich oder das Bewältigungsrepertoire für den Umgang mit Belastungssituationen reduzieren und auf diesem Weg einen bedeutsamen, in Klammern unspezifischen Risikofaktor für die Entwicklung psychischer Störungen darstellen. Geschlecht Eine Vielzahl von Befunden belegt einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Wahrscheinlichkeit, an einer psychischen Störung zu leiden. Bei Kindern und alten Menschen gilt allgemein das männliche Geschlecht als Risikofaktor für die Entwicklung psychischer Störungen, in den anderen Altersgruppen dagegen das weibliche Geschlecht. Die diesbezüglichen Zusammenhänge unterscheiden sich jedoch zwischen den einzelnen Störungen und werden deswegen in den störungsspezifischen Kapiteln referiert. Beispiel Heiraten oder nicht Studien deuten darauf hin, dass verheiratete Männer ein deutlich geringeres Risiko aufweisen, an Depressionen zu erkranken als Unverheiratete, wohingegen bei verheirateten Frauen im Vergleich mit unverheirateten Frauen ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko zu verzeichnen ist. Außerdem zeigte sich, dass Männer, die von ihren Partnerinnen während eines Stresstests unterstützt wurden, einen geringeren Anstieg des Stresshormons Cortisol aufwiesen als Männer, die keine soziale Unterstützung erhielten. Bei Frauen war dagegen die Unterstützung durch den Partner mit einem stärkeren Cortisol-Anstieg assoziiert. Über die Mechanismen, die solchen Befunden zugrunde liegen, darf spekuliert werden. Beispiel Ende Alter Erstmanifestationen psychischer Störungen sind vor allem im mittleren Erwachsenenalter zu verzeichnen. Einige Störungen weisen eine zweigipflige Verteilung auf. So findet sich beispielsweise bei bipolaren affektiven Störungen zu Beginn der zweiten Lebenshälfte noch einmal ein Anstieg der Erstmanifestationsrate. Störungen wie beispielsweise Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder Opiatabhängigkeit scheinen sich hingegen langfristig eher auszuwachsen, wobei diesbezügliche Befunde kritisch reflektiert und Selektionseffekte berücksichtigt werden müssen. Temperament Schrägstrich Persönlichkeit Eine Reihe von Studien sprechen dafür, dass hoher Neurotizismus bzw. hohe Traitängstlichkeit, Introversion, Sensation Schrägstrich Novelty Seeking in Klammern speziell für Substanzmissbrauch und ein geringes Selbstwertgefühl als Risikofaktoren für die Entwicklung psychischer Störungen gesehen werden können. Als weiterer Risikofaktor gilt die Tendenz, aversive innere Erfahrungen zu vermeiden, selbst wenn dadurch langfristig Nachteile entstehen in Klammern Experiential Avoidance Verschiedene Autoren gehen davon aus, dass mentale Störungen oft mit mentalen oder behavioralen Prozessen assoziiert sind, die kurzfristig negative Effekte reduzieren können in Klammern zum Beispiel Angstreduktion durch Alkoholkonsum Bei Personen, die ausgeprägte Vermeidungstendenzen gegenüber aversiven Erfahrungen aufweisen, haben solche Prozesse ein erhöhtes Verstärkungspotenzial, kommen häufiger zum Einsatz und tragen langfristig zur Entwicklung einer psychischen Störung bei. Komorbidität und vorangegangene Störungen Psychische Störungen sind ihrerseits ein Risikofaktor für das Ausbilden weiterer psychischer Störungen. Die Frage, auf welchem Weg eine Störung zur Entstehung und Schrägstrich oder Aufrechterhaltung einer anderen Störung beiträgt, ist oft komplex und muss im Einzelfall genau betrachtet werden. Ein typisches Muster besteht beispielsweise darin, dass eine Angststörung zu ausgeprägten Vermeidungsverhalten führt, welches einen massiven Verstärkerverlust mit sich bringt und so eine depressive Entwicklung einleitet. Darüber hinaus ist denkbar, dass eine depressive Entwicklung die Zuversicht bezüglich der eigenen Bewältigungskompetenzen in angstauslösenden Situationen so reduziert, dass diese Situationen immer mehr vermieden werden und sich letztlich eine Angststörung entwickelt. Aber auch eine vorangegangene Störung kann einen Risikofaktor für eine Erkrankung sowie für eine Wiedererkrankung darstellen. So liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Rezidiv bei Personen, die zuvor eine depressive Episode erlebt hatten bei 60%, bei Personen, die zuvor zwei Episoden erlebt hatten bei 70% und bei Personen, die drei oder mehr Episoden erlebt hatten sogar bei 90%. Allerdings kann eine erfolgreich bewältigte Störung auch als Schutzfaktor fungieren, wenn die Bewältigung zu einem Kompetenzerwerb und einer erhöhten Bewältigungszuversicht geführt hat. Kultur Psychische Störungen finden sich in allen Kulturen. Unterschiede in Bezug auf die Prävalenzraten einzelner Störungen in unterschiedlichen Kulturen sind allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, da diese auch durch Unterschiede in den Erhebungsmethoden bedingt sein können. Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass kulturelle Unterschiede in Bezug auf Normen, Umgangsweisen, Denk- und Verhaltensgewohnheiten, Bildungssysteme, Familienstrukturen, psychosoziale Versorgungssysteme etc. bei der Entstehung einer psychischen Störung eine wichtige Rolle spielen können und im Einzelfall berücksichtigt werden müssen. Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang Immigranten, für die ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko und eine schlechtere psychotherapeutische Versorgung belegt ist. Sozioökonomischer Status Der sozioökonomische Status setzt sich zusammen aus ökonomischem Einkommen, sozialem höchster Schulabschluss und beruflichem Ausbildung und aktuelle Beschäftigung Status. Epidemiologische Studien zeigen, dass Personen mit niedrigerem sozioökonomischem Status ein wesentlich höheres Risiko für die Entwicklung psychischer Störungen im Allgemeinen aufweisen. Zur Erklärung dieses Befundes sind drei Annahmen vorgeschlagen worden. Stress-and-Strain-Hypothese Ein niedriger Status ist mit einer Vielzahl von Belastungen verbunden, welche psychisch krank machen. Social-Drift-Hypothese Eine psychische Erkrankung führt zu einem sozialen Abrutschen der Betroffenen und damit zu einem niedrigeren sozioökonomischen Status. Transaktionsmodell Dieses Modell kombiniert die beiden anderen Modelle. Ein niedrigerer Status führt danach über statusspezifische Belastungen und eine schlechtere Versorgung mit effektiven Präventions- und Behandlungsverfahren zu psychischen Störungen. In der Folge kommt es zu einem Statusverlust, der mit weiteren Belastungen und einer Zunahme des Erkrankungsrisikos assoziiert ist. Damit entsteht letztlich ein Teufelskreis aus niedrigem Status, erhöhten Belastungen, schlechterer Gesundheitsversorgung und psychopathologischen Symptomen, welcher, in Klammern gegebenenfalls über mehrere Generationen, letztlich zum beobachteten Zusammenhang von Status- und Störungsprävalenz führt. Elterliches Erziehungs- und Bindungsverhalten Es wird angenommen, dass frühe Bindungserfahrungen eines Kindes maßgeblich die Erwartungen, Haltungen und Gefühle gegenüber sich selbst und anderen beeinflussen und eine wichtige Rolle beim Erwerb von Emotionsregulationskompetenzen spielen. Bei negativen Bindungserfahrungen, in Klammern zum Beispiel dauernde Kritik der Bezugspersonen, Verlust primärer Bezugspersonen, besteht die Gefahr, dass sie internalisiert werden und sich in einem negativen Selbst- und Weltbild verfestigen, welches als wichtiger Risikofaktor für Depressionen und andere Störungen gilt. Im Gegensatz dazu gelten stabile Beziehungen, die sich durch ein fürsorgliches und liebevolles Bindungsverhalten der primären Bezugspersonen auszeichnen, als wichtiger protektiver Faktor. Exkurs Emotionales Coaching Ein gutes Bindungsverhalten der primären Bezugspersonen zeigt sich unter anderem darin, dass diese sich in angemessener Weise um das Kind kümmern, wenn es ihm nicht gut geht. Das heißt, dass sie negative Emotionen beim Kind wahrnehmen und auf diese angemessen reagieren. Das angemessene Reagieren beinhaltet verschiedene Aspekte. Empathisches Nachfragen, wie es dem Kind geht. Vorschlagen von Gefühlsbegriffen, mit denen sich der emotionale Zustand beschreiben lässt. Klärendes Nachfragen nach den Ursachen des Gefühls, in Klammern auf den Ebenen A externes Ereignis, B Bewertung des Ereignisses und C Bedürfnisse, Ziele und Motive, die für die Bewertung relevant sind. Gemeinsames Suchen nach Möglichkeiten, das aktuelle Befinden zu verbessern. Durch ein emotionales Coaching dieser Art kann das Kind wichtige emotionale Kompetenzen, wie das Wahrnehmen, Benennen, Akzeptieren und Verändern von belastenden Gefühlen lernen. Zur nachhaltigen Förderung dieser Fähigkeiten ist es aber auch wichtig, dass Kinder Gelegenheit erhalten, diese aktiv und zunehmend selbstständig zu üben. Ein überbehütender Erziehungsstil gilt ebenso wie ein emotionaler nicht unterstützender oder ein stark kritisierender und abwertender Erziehungsstil als ein Risikofaktor für die Entwicklung psychischer Störungen. Exkurs Ende Einfluss von Gleichaltrigen Mit zunehmendem Alter spielen die im Kontakt mit Gleichaltrigen, in Klammern Peers, gemachten Erfahrungen eine immer wichtigere Rolle für die psychische Gesundheit. So können Peers als, in Klammern schlechte, Vorbilder dienen und Störungsverhalten, in Klammern Drogenkonsum, übertriebene Diäten etc. attraktiv erscheinen lassen. Außerdem beeinflussen sie durch, in Klammern negative, Kommentare zu Personen und Verhalten maßgeblich das Selbst- und Weltbild. Abschnitt 3.3 Auslöser Kritische Lebensereignisse Oft werden psychische Störungen von belastenden Ereignissen ausgelöst, beziehungsweise von Ereignissen, die eine bedeutsame Anpassungsleistung verlangen. Diese Beobachtung wurde von Holmes und Rahe im Rahmen des Live-Event-Ansatzes systematisiert, in dem Fall eine Vielzahl potenziell relevante Ereignisse, in Klammern Tod des Partners, Umzug, Heirat, empirisch ermittelt wurde, wie belastend sie für Menschen in der Regel sind. Holmes und Rahe schlugen vor, dass sich die Wahrscheinlichkeit, eine psychische Störung zu entwickeln, aus der jeweils um die Belastung gewichtete Summe kritischer Lebensereignisse berechnen lässt. In empirischen Studien belegen kleine bis mittelstarke Zusammenhänge die Relevanz des Konzeptes, zeigen aber auch, dass der Ansatz allein nicht ausreicht, um psychische Störungen zu erklären. Daily Hazels Lazarus und Folkman kritisieren am Live-Event-Ansatz, dass es oft gar nicht so sehr die großen singulären Ereignisse sind, die die psychische Gesundheit gefährden, sondern eine Kulmination von kleinen Ärgernissen im Alltag, in Klammern Daily Hazels, wie zum Beispiel Streit mit Nachbarn, Stau, Autospring nicht an, Langeweile auf der Arbeit, etc. Kanna et Ali entwickeln eine Skala zur Erfassung der Daily Hazels und zeigten, dass diese ein besserer Prädiktor für aktuelle und zukünftige psychopathologische Symptome sind als Live-Events. Interpersonale Verletzungen, Verluste und Konflikte Menschen sind soziale Wesen. Interpersonale Verletzungen, Verluste und Konflikte stellen Stressoren dar, die für eine Vielzahl von Störungen als bedeutsame Auslöser, in Klammern und aufrechterhaltene Bedingungen gelten können. Inkongruenz Klaus Grawe prägte das Konzept der Inkongruenz und bezeichnete damit ein Auseinanderklaffen von Bedürfnissen, Wünschen, Zielen, Plänen und Erwartungen auf der einen Seite und die Einschätzung, inwieweit diese motivationalen Zustände erreicht sind auf der anderen Seite. Es wird angenommen, dass Menschen mit einem festen Satz von Grundbedürfnissen geboren werden, in Klammern vor allem nach Bindung, Orientierung und Kontrolle, Selbstwertsteigerung und danach angenehme Empfindungen zu haben und unangenehme zu vermeiden. Im Laufe der individuellen Entwicklung bilden Menschen in Abhängigkeit der Lernerfahrungen hierarchisch aufgebaute Zielsysteme aus, die ihr Leben und Verhalten steuern und dem Befriedigen der Grundbedürfnisse dienen. Ein latent hohes Inkongruenzniveau wird als wichtiger Risikofaktor, in Klammern der Sumpf, in dem die Störung wächst, und ein akut signifikanter Anstieg des Inkongruenzniveaus wird als wichtiger Auslöser für die Entwicklung psychischer Störungen angesehen. Abschnitt 3.4 Moderatoren Coping Es ist vor allem der Verdienst von Richard S. Lazarus, dass zunehmend anerkannt wurde, dass Belastungen nur in Abhängigkeit von den Möglichkeiten des Umgangs mit diesen Belastungen, in Klammern Coping, die psychische Gesundheit gefährden. In dem von Lazarus vorgeschlagenen Stressmodell unterscheidet er das Primary Appraisal, in dem beurteilt wird, ob eine Situation überhaupt bedrohlich oder relevant ist vom Secondary Appraisal, bei dem eingeschätzt wird, ob die zur Verfügung stehenden Coping-Kompetenzen für eine erfolgreiche Bewältigung der Bedrohung ausreichen. Nur wenn eine Situation im Primary Appraisal als relevant wahrgenommen wird und das Secondary Appraisal ergibt, dass die Situation nicht bewältigbar ist, wird Stress ausgelöst, welcher zu psychischen Störungen führen kann. Aufbauend auf dieses Modell wurden eine Vielzahl von teils problemübergreifenden, teils problemspezifischen Coping-Inventaren entwickelt. Wie zu erwarten, standen Coping-Defizite in einem signifikanten Zusammenhang mit Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit. Von der Idee, die für alle Menschen und möglichst alle Probleme optimalen Coping-Strategien zu identifizieren, musste allerdings bald wieder Abstand genommen werden. Vielmehr zeigte sich, dass die Adaptivität der verschiedenen Coping-Strategien in hohem Maß von Person zu Person variierte und von den Eigenschaften der zu bewältigenden Belastung abhing. Problemlösekompetenz Gute generelle Problemlösekompetenzen gelten als wichtiger Schutz vor der Entwicklung psychischer Störungen in Belastungssituationen. Dazu zählt unter anderem eine konstruktive Einstellung zu Problemen insgesamt, sowie die Fähigkeit, konkrete Probleme zu analysieren, realistische Veränderungsziele anzustreben, sowie effektive Veränderungsideen zu generieren und umzusetzen. Klammern siehe dazu Kapitel 9, Band 2 von Zurüller und Nesu 2010 Soziale Kompetenzen und soziale Unterstützung Vor dem Hintergrund der großen Bedeutung sozialer Belastungsfaktoren können soziale Kompetenzen und soziale Unterstützung als wichtiger Puffer gesehen werden, der gegebenenfalls verhindern kann, dass diese Belastungen zu psychischen Störungen führen. Innerhalb der sozialen Kompetenzen können die Bereiche Sympathien gewinnen, Rechte durchsetzen und Konflikte bewältigen voneinander abgegrenzt werden. Motivationale Kompetenzen Disengagement from Incentives Mit dem Begriff Disengagement from Incentives in Klammern Loslösen von vormals relevanten Anreizen bezeichnete Eric Klinger in Klammern Vergleiche 1977 die Fähigkeit, Ziele und Erwartungen aufzugeben, wenn diese nicht erreicht werden können oder wenn das Erreichen mit zu hohen Kosten verbunden wäre. Nur ein solches Loslassen, das in der Regel mit einem Trauerprozess verbunden ist, erlaubt es sich anschließend wieder neue, erreichbarere Ziele zu setzen. Emotionale Kompetenz Viele Belastungen, die zu psychischen Störungen führen, bieten nur begrenzt Raum für aktive Veränderung. In diesen Fällen ist es umso wichtiger, mit den negativen Gefühlen konstruktiv umzugehen, die durch die Situation ausgelöst wurden. Gelingt dies, muss auch das Anhalten vorhanden sein intensiver, negativer Emotionen nicht zwingend zu einer psychopathologischen Entwicklung führen. Abschnitt 3.5 Aufrechterhaltene Bedingungen Positive Rückkopplungsprozesse innerhalb der Störung Bei vielen Störungen lässt sich die Aufrechterhaltung durch Rückkopplungsprozesse erklären, welche in der Arbeit mit Patienten oft als Teufelskreise bezeichnet werden. So führt beispielsweise bei Depressiven die dysphorische Stimmung zu Passivität, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit, angenehme Erfahrungen zu machen, reduziert und es an Ablenkungsmöglichkeiten von negativen Gedanken fehlt, was sich dann wieder negativ auf die Stimmung auswirkt usw. Operante Faktoren Jedes Verhalten hat Folgen. Störungsverhalten ist per se dadurch definiert, dass diese Folgen mehrheitlich Belastung und Leid mit sich bringen. Vor dem Hintergrund der vielen und zum Teil widersprüchlichen Ziele und Bedürfnisse, die Menschen parallel verfolgen und der Vielzahl an Konsequenzen, die sich aus einem Verhalten ergeben, ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass mit dem Störungsverhalten auch positive Konsequenzen verbunden sind. Folgen diese unmittelbar auf das Störungsverhalten, verstärken sie diese über operante Prozesse, selbst wenn mittel- und langfristig die negativen Konsequenzen überwiegen. In diesem Sinne kann beispielsweise das spontane, empathische Unterstützung eines depressiven Patienten, das immer und ausschließlich dann erfolgt, wenn der Patient von der Ausweglosigkeit seiner Situation berichtet, das Jammern und Klagen verstärken und so mittel- und langfristig dazu führen, dass sich die Angehörigen zunehmend abwenden, was wiederum die depressive Symptomatik des Patienten verstärkt. Belastende Folgen der Störung Psychische Störungen reduzieren in der Regel die allgemeine Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit. Dadurch kann es beispielsweise zum Verlust des Arbeitsplatzes und zu finanziellen Problemen kommen. Die Folgen der Störung stellen zusätzliche Belastungen dar, die die Störungen mit aufrechterhalten können. Verfügbarkeit therapeutischer Angebote Mittlerweile liegen für die Mehrheit der psychischen Störungen relativ effektive therapeutische Angebote vor. Die flächendeckende Verfügbarkeit dieser Angebote ist allerdings bislang noch nicht gewährleistet. Darüber hinaus wird die Inanspruchnahme verfügbarer Angebote oft durch Informationsdefizite, Stigmatisierungsängste und Vorbehalte gegenüber psychotherapeutischer Behandlung beeinträchtigt. Dies führt dazu, dass es im Durchschnitt sechs bis acht Jahre dauert, bis ein Patient nach dem Beginn einer psychischen Störung fachkundig behandelt wird. Abschnitt 3.6 Vom Allgemeinen zum Individuellen Störungsmodell Die Erarbeitung eines möglichst validen individuellen Entstehungs- und Aufrechterhaltungsmodells auf der Grundlage des in Abbildung 3.1 im gedruckten Buch dargestellten allgemeinen Modells ist ein wichtiges Element im Rahmen einer individuellen Fallkonzeption, welche die Basis für die Therapieplanung darstellt. Dabei lässt sich unterscheiden zwischen dem Modell, das der Therapeut zur Erklärung der Symptomatik entwickelt, und dem Modell, welches er gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet. Das gemeinsam erarbeitete Modell basiert auf dem Entstehungs- und Aufrechterhaltungsmodell des Therapeuten, es muss aber darüber hinaus noch andere Aspekte berücksichtigen, um dem Patienten zu hilfreichen Einsichten zu verhelfen und ihn für die Durchführung erfolgversprechender therapeutischer Interventionen zu gewinnen. Um diese Zwecke erfüllen zu können, sollte das gemeinsam erarbeitete Störungsmodell in sich stimmig, plausibel und logisch sein, sowohl im Einklang mit aktuellen wissenschaftlichen Theorien als auch im Einklang mit den konkreten Erfahrungen des Patienten stehen, möglichst kompatibel mit den bisherigen Erklärungsbemühungen und Denkweisen des Patienten sein, so prägnant und einprägsam sein, dass es auch in Stresssituationen aktiviert werden kann, in Klammern, das heißt, es sollte wenn möglich sowohl verbal als auch imaginativ im Gedächtnis verankert sein, Schuld und Scham, die der Patient aufgrund des Problems empfindet, reduzieren, Kontrolle und Einflussmöglichkeiten suggerieren und konkrete Ansatzpunkte zur Ableitung von Veränderungsmöglichkeiten liefern. Inwieweit therapeutische Interventionen für jeden Patienten aus dem jeweiligen individuellen Erklärungsmodell oder standardisiert aus der Diagnose abgeleitet werden sollten, wurde in der Vergangenheit oft kontrovers diskutiert. Empirisch gesichert ist, dass der Einbezug des Patienten in einen Prozess, in dem die intendierten Veränderungsschritte gemeinsam, in Klammern, aus einem Störungsmodell entwickelt, klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik, Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 4 Affektive Störungen und Suizidalität Abschnitt 4.1 Unipolare Depression von Matthias Berking und Anna Radkowski Teilabschnitt 4.1.1 Übersicht über die affektiven Störungen In den gängigen Klassifikationssystemen werden depressive Erkrankungen in Klammern lateinisch deprimere gleich herunterdrücken niederdrücken den affektiven Störungen zugeordnet Die unipolaren Depressionen zeichnen sich als Untergruppe der affektiven Störungen durch das Vorliegen von depressiven Symptomen bei gleichzeitiger Abwesenheit von hypomanischen beziehungsweise manischen Symptomen aus Definition Unipolare Depressionen sind affektive Störungen für die das Vorliegen von depressiven Symptomen bei gleichzeitiger Abwesenheit von hypomanischen beziehungsweise manischen Symptomen charakteristisch ist Definition Ende Innerhalb der unipolaren Depressionen wird wiederum zwischen Störungsbildern unterschieden die einen phasischen Verlauf aufweisen wie die depressive Episode oder die rezidivierende depressive Störung und Seuchen die chronisch verlaufen wie die Dysthymie oder die chronische Depression Tabelle 4.1 im gedruckten Buch gibt einen Überblick über die wichtigsten affektiven Störungen und deren definierende Merkmale Teilabschnitt 4.1.2 Störungsbild und Klassifikation unipolarer Depressionen Fallbeispiel Seit zwei Monaten ist Frau Meier anders als sonst Die ansonsten dynamische und einsatzbereite Mutter von drei Kindern hat morgens große Schwierigkeiten aus dem Bett zu kommen Sie fühlt sich niedergeschlagen kraftlos und gereizt Selbst Tätigkeiten die ja früher große Freude gemacht haben können sie nicht aufheitern Auf der Arbeit leidet sie darunter dass sie sich nicht konzentrieren kann und sich bei der kleinsten Belastung überfordert fühlt Ihren Kindern und ihrem Arbeitgeber gegenüber verspürt sie große Schuldgefühle und glaubt allen nur zur Last zu fallen Von sozialen Freizeitaktivitäten hat sie sich seit ein paar Wochen komplett zurückgezogen weil sie diese als zu anstrengend empfindet Am liebsten würde sie sich den ganzen Tag ins Bett legen und die Decke über den Kopf ziehen Nur auf massiven Druck der Familie wendet sie sich an einen Therapeuten Fallbeispiel Ende Merkmale Merkmale depressiver Störungen wie Traurigkeit gedrückte Stimmung und Antriebslosigkeit sind weit verbreitete Phänomene die zum Leben dazugehören und denen sich wichtige Funktionen bei der Bewältigung von belastenden Ereignissen zuschreiben lassen Übersteigen diese Beeinträchtigungen der Stimmung und des Antriebs jedoch in Bezug auf Intensität Dauer situative Unangemessenheit und Ausmaß des Leidens das normale menschliche Unglück so stellt sich die Frage ob es sich hier um eine depressive Störung im klinischen Sinne handelt Zu den Kernsymptomen klinisch relevanter Depressionen zählen in erster Linie eine anhaltend gedrückte Stimmung Anhedonie in Klammern die Unfähigkeit Freude zu empfinden Interessensverlust und Antriebslosigkeit Dazu kommen eine Reihe weiterer affektiver kognitiver somatischer und motivational behavioraler Merkmale die in Art und Intensität stark variieren können so dass sich das Gesamtbild von Fall zu Fall erheblich unterscheiden kann Solche Merkmale sind zum Beispiel Affektive Symptome Traurigkeit Niedergeschlagenheit Verzweiflung Interessen und Freudlosigkeit Ängstlichkeit Gefühle innerer Leere Reizbarkeit Feindseligkeit Einsamkeit Gefühl der Entfremdung beziehungsweise Distanz zur Umwelt Kognitive Symptome Negative Gedanken und Einstellungen gegenüber der eigenen Person und der Zukunft Pessimismus Hoffnungslosigkeit Ständiges Grübeln Permanente Selbstkritik Selbstunsicherheit Denk Konzentrations Gedächtnis und Entscheidungsprobleme Einfallsarmut Gedanken an den Tod Wahnvorstellungen Motivational behaviorale Symptome Antriebslosigkeit Verringerung des Aktivitätsniveaus Sozialer Rückzug Verlangsamte Sprache und Motorik bis hin zum Katatonens Dupor aber auch Agitiertheit Suizidhandlungen Vermeidungsverhalten Probleme bei der Bewältigung alltäglicher Anforderungen Somatisch-viszerale Symptome Schlafstörungen Energieverlust Leichte Ermüdbarkeit Appetit und Gewichtsveränderungen Libidoverlust gesteigertes oder erniedrigtes psychophysiologisches Erregungsniveau Innere Unruhe Weinen Leises, monotones und langsames Sprechen Kraftlose und spannungsleere Körperhaltung Tageszeitliche Schwankungen im Befinden Vegetativ-Somatische Beschwerden Erhöhte Schmerzempfindlichkeit Um die Diagnose einer depressiven Episode in Klammern nach ICD-10 beziehungsweise einer Major Depression in Klammernvergleiche DSM Römisch 4 vergeben zu können müssen über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen verschiedene Haupt- und Nebenkriterien erfüllt sein in Klammern siehe Tabelle 4.2 im gedruckten Buch Beim ICD-10 handelt es sich um mindestens zwei Hauptkriterien und je nach Schweregrad um ein oder mehrere Nebenkriterien Beim DSM Römisch 4 müssen insgesamt fünf der möglichen Kriterien erfüllt sein von denen mindestens eines zu den beiden Hauptkriterien gehören muss Sowohl die ICD-10 als auch das DSM Römisch 4 erlauben eine Spezifikation hinsichtlich der Schwere in Klammern Leicht-Mittel-Schwer des Verlaufsmusters in Klammern einzeln rezidivierend sowie des Vorliegens somatischer oder psychotischer Merkmale Ein sogenanntes somatisches Syndrom in Klammern DSM Römisch 4 TR melancholische Merkmale kann mitkodiert werden wenn die folgenden Symptome das Beschwerdebild prägen Interessenverlust Fehlende Aufhellbarkeit Psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit Libidoverlust Appetits- und Gewichtsverlust Früherwachen und Morgentief Einige Studien weisen darauf hin dass diese Symptomatik mit einem erhöhten Suizidrisiko assoziiert ist Exkurs Reaktive Schrägstrich Endogene Depression versus somatisches Syndrom Die populäre Unterscheidung zwischen Reaktiven in Klammern durch belastende externe Umstände bedingt und Endogenen in Klammern auf interne Faktoren wie Genetik zurückführbare Depressionen wurde im Zuge der deskriptiven Ausrichtung der Klassifikationssysteme aufgegeben beziehungsweise durch das in Klammern etiologiefreie Konzept des somatischen Syndroms ersetzt Exkurs Ende Wenn eine depressive Episode länger als zwei Jahre anhält kann nach DSM Römisch 4 die Diagnose einer chronischen Major Depression bei einer von einer depressiven Episode überlagerten Dystämie kann die Diagnose einer Double Depression vergeben werden Teilabschnitt 4.1.3 Epidemiologie und Verlauf Unipolare depressive Störungen zählen zu den am häufigsten auftretenden psychischen Erkrankungen Im Bundesgesundheitssurvey ergaben sich für die Altersgruppe der 18- bis 65-jährigen 4 Wochen Prävalenzraten von 5,6% 12 Monatsprävalenzraten von 10,7% und Lebensprävalenzraten von 17,1% In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um depressive Episoden in Klammern 12 Monatsprävalenz 8,3% für Dysthyme Störungen 2,5% Insgesamt leiden damit zu einem gegebenen Zeitpunkt ca. 3,1 Millionen Menschen dieser Altersgruppe in Deutschland unter einer klinisch relevanten unipolaren Depression Weltweit wird nach Schätzungen der WHO von ca. 120 Millionen Betroffenen ausgegangen Dabei sind Frauen ungefähr doppelt so häufig betroffen wie Männer Die Lebenszeitprävalenz unipolare Depression liegt für Frauen bei ca. 25% und für Männer bei ca. 12% Eine Reihe von allerdings kontrovers diskutierten Befunden spricht für eine Zunahme depressive Erkrankungen und eine Vorverlagerung des Erstmanifestationsgipfels in den letzten Jahrzehnten Depressive Erkrankungen gehen häufig mit anderen Störungen in Klammern wie z.B. Angststörungen substanzbezogenen oder somatoformen Störungen sowie mit einem deutlich erhöhten Suizidrisiko einher In Klammern Suizidrate liegt bei 10-15% im Vergleich mit ca. 0,01% in der Allgemeinbevölkerung Siehe Kapitel 4.3 und zählen zu den Erkrankungen die weltweit die höchsten gesellschaftlichen Kosten nach sich ziehen Der Verlauf depressiver Störungen variiert oft beträchtlich in Bezug auf Anzahl, Dauer und Intensität der Episoden sowie in Bezug auf die Dauer der beschwerdefreien Intervalle Eine depressive Episode kann zwischen zwei Wochen und mehreren Jahren andauern Das Erkrankungsalter liegt häufig zwischen 25 und 35 Jahren Als wichtige Auslöser gelten unter anderem Verlusterlebnisse chronischer Stress interpersonale Konflikte oder Isolation und Schichtdienst Im Schnitt liegt die Dauer einer depressiven Episode bei 5 Monaten Viele Depressionen treten als zeitlich begrenzte Episoden auf und klingen auch ohne Behandlung von selbst wieder ab Oft stellen sich aber nach vollständiger Remission in Klammern Rückgang der Symptome weitere Episoden ein 80% der Betroffenen erleben insgesamt mehr als eine Episode Bei einer, zwei oder drei depressiven Episoden in der Vorgeschichte liegt das Wiedererkrankungsrisiko bei 50, 70 beziehungsweise 90% Die Zykluslänge in Klammern depressive Phase plus beschwerdefreie Phase liegt im Mittel bei 4 bis 5 Jahren und verkürzt sich in der Regel mit höherem Lebensalter und mit steigender Anzahl von Rezidiven Bei 20 bis 30% der Patienten kommt es zu einem chronischen Verlauf ohne oder mit nur teilweisen Remissionen Chronische Depressionen haben auch jenseits der für eine Diagnose notwendigen Mindestdauer von 2 Jahren eine deutlich schlechtere Prognose und erfordern spezielle Behandlungsstrategien in Klammern Siehe Kapitel 6 Band 2 Distüme Störungen verlaufen ebenfalls unbehandelt meist chronisch und führen langfristig oft zur Ausbildung einer Major Depression beziehungsweise einer Double Depression Das Vorliegen von komorbiden Störungen geht mit größeren Beeinträchtigungen sowie einer ungünstigeren Prognose einher Exkurs Das Kupferschema Zur eindeutigen Definition von Begriffen die für eine Beschreibung von Depressionsverläufen relevant sind wird das sogenannte Kupferschema verwendet in Klammern siehe Abbildung 4.1 im gedruckten Buch Exkurs Ende Teilabschnitt 4.1.4 Diagnostik Differenzialdiagnostisch gilt es depressive Störungen vor allem von bipolaren und schizoaffektiven Störungen in Klammern Siehe Kapitel 4.2 von normalen und komplizierten Trauerreaktionen sowie von depressiven Syndromen abzugrenzen welche sich als direkte Folge von körperlichen Erkrankungen oder als Folge der Einnahme Psychotropasubstanzen einstellen Außerdem ist zu beachten dass klassifikatorisch zentrale Symptome in Klammern gedruckte Stimmung Freudlosigkeit etc. für die Betroffenen nicht notwendigerweise im Vordergrund stehen müssen Stattdessen können für die Betroffenen zum Beispiel Schlafstörungen Unruhezustände oder körperliche Beschwerden im Zentrum ihres Erlebens stehen Vor diesem Hintergrund ist das explizite Erfragen der gesamten Bandbreite depressiver Symptome von großer Bedeutung Exkurs für die Praxis Als Hilfestellungen für das valide Erfassen depressiver Symptome kann auf folgende Verfahren zurückgegriffen werden Interviews Strukturiertes klinisches Interview für DSM Römisch 4 in Klammern Skid Standardisiertes Interviewsystem in Klammern DAX CD Hamilton Depression Scale in Klammern HM-D Diagnostisches Interview für psychische Störungen in Klammern Dips Internationale Diagnose Checkliste für ICD-10 in Klammern IDCL Fragebögen Beck Depressionsinventar Römisch 2 in Klammern BDI Römisch 2 Allgemeine Depressionsskala in Klammern ADS Patient Health Fragebogen 9 in Klammern PHQ 9 Depressionsangst und Stressskala in Klammern DAS Hospital Anxiety and Depression Scale in Klammern HDS-D Hamilton Depression Depressionsskala in Klammern HHM-D Mood Disorder Questionnaire in Klammern MDQ General Health Questionnaire in Klammern GHQ Primary Care Evaluation of Mental Disorders in Klammern PrimeMD Self-Rating Depression Scale in Klammern SDS Montgomery Asperg Depressionsskala in Klammern Madras Inventar Depressiver Symptomen in Klammern IDS Exkurs Ende Teilabschnitt 4.1.5 Störungsmodelle Für kaum eine andere psychische Störung existieren so viele Erklärungsmodelle wie für die Depression Im Sinne der Ausführungen zu multifaktoriellen Störungsmodellen aus Kapitel 3 kann davon ausgegangen werden dass Depressionen nicht durch einen einzigen in Klammern monokausalen Ansatz erklärt werden können sondern dass eine Vielzahl von Ansätzen berücksichtigt werden muss Entweder indem aus diesen Ansätzen einer ausgewählt wird um das Geschehen aus einer bestimmten Perspektive zu begreifen oder indem verschiedene Ansätze integriert werden um ein möglichst umfassendes Störungsverständnis zu erlangen Im Folgenden sollen die wichtigsten Ansätze vorgestellt werden Unterabschnitt 4.1.5.1 Biologische Modelle Genetik Ein moderater Einfluss der genetischen Disposition zur Entwicklung unipolarer Depressionen gilt als empirisch gesichert Die Konkordanzraten für unipolare Depressionen liegen bei eineigigen Zwillingen bei 50% und bei zweieigigen Zwillingen bei 15-20% Ungeklärt ist aber bislang auf welche Weise die genetische Vulnerabilität vermittelt wird Die früher vertretene Hypothese dass eine einzige genetische Einheit die Anfälligkeit überträgt wurde zugunsten von polygenetischen Übertragungsmodellen aufgegeben die auch vielschichtige Gen-Gen-Interaktionen und passive oder aktive Gen-Umwelt-Interaktionen einbeziehen Im Rahmen der Verschiebung der Aufmerksamkeit von den Genen zu den Steuerungsmechanismen die die Genexpression in Abhängigkeit von Umwelterfahrungen modulieren ergaben sich eine Reihe von Befunden die nahelegen dass beispielsweise ein funktioneller Polymorphismus in der Promotorregion des für den Serotonin-Transporter kodierenden Gens in Klammern 5-HTT-LPR die Wahrscheinlichkeit für das Entwickeln einer depressiven Störung nach Konfrontation mit stark belastenden Stressoren erhöht Monoamin-Mangelhypothese Diese in ihrer ersten Version bereits in den 60er Jahren entwickelte Hypothese postuliert dass ein Mangel der Neurotransmitter Noradrenalin Serotonin und Dopamin in Klammern Monoamine im synaptischen Spalt für depressive Störungen verantwortlich sei Diese beeinträchtige die Reizüberleitung und führe zu funktionalen Beeinträchtigungen in Serotonergen Noradrenergen und Dopaminergen Systemen und in der Folge zu depressiven Symptomen Die Hypothese basiert unter anderem auf der Beobachtung dass Medikamente die die Konzentration von Monoaminen reduzieren in Klammern wie zum Beispiel der Blutdrucksenker Rezepin depressive Nebenwirkungen haben können Außerdem wurde die Wirksamkeit verschiedener Antidepressiva in Klammern zum einen trizyklische Antidepressiva zum anderen selektive Serotonin Noradrenalin Dopamin Wiederaufnahme Hämmer die die synaptische Konzentration von einem oder beiden genannten Transmittern erhöhen als Beleg für die Monoamin Mangelhypothese angeführt Gegen die Hypothese spricht allerdings dass sich bei Depressiven nicht konsistent verringerte Monoaminspiegel nachweisen lassen und dass die systematische Depletion in Klammern Reduktion von Monoaminen bei Gesunden nicht zwangsläufig zu depressiven Symptomen führt Außerdem wirken die aufgeführten Antidepressiva erst nach ein bis drei Wochen obwohl diese Medikamente schon nach wenigen Tagen für eine Normalisierung des Monoaminspiegels sorgen Dieser Befund wurde durch eine Modifikation der Hypothese zu erklären versucht wonach Depressionen durch verringerte in Klammern zum Beispiel Beta oder Alpha 2 Rezeptoren Sensitivität oder Dichte entstehen auf die Antidepressiva Einfluss nehmen Die Befundlage zu dieser Hypothese gilt jedoch nach wie vor als uneindeutig unter anderem kann die Hypothese nicht die Wirkung von Antidepressiva erklären die nicht für eine Erhöhung des Monoaminspiegels sorgen Disregulation der HHN-Achse Die Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rinnen-Achse in Klammern HHN-Achse spielte eine wichtige Rolle in der Reaktion des Körpers auf Stress Im Hypothalamus wird CRH in Klammern Corticotropin-Releasing-Hormon freigesetzt welches die Ausschüttung von ACTH in Klammern Adrenocorticotropes-Hormon im Hypophysen-Vorderlappen bewirkt ACTH wiederum initiiert die Produktion von Cortisol einem Glucocorticoid in der Nebennieren-Rinde Cortisol führt zu einer Reihe von stressadaptiven Reaktionen im Körper wie zum Beispiel dem Abbau von Glucose in der Leber Gleichzeitig verhindert ein negativer Rückkopplungsmechanismus eine überschießende Aktivität der HHN-Achse in dem Glucocorticoid-Rezeptoren auf allen Ebenen der HHN-Achse auf Cortisol reagieren und die Produktion und die Produktion von CAH- und ACTH inhibieren Da in ca. zwei Dritteln der Fälle depressive Patienten erhöhte Cortisolwerte haben wird Hypercortisolismus bzw. eine erhöhte Aktivität der HHN-Achse als ein kausaler bzw. aufrechterhaltener Faktor für Depressionen diskutiert Der Hypercortisolismus könnte ein Marker für eine chronische nicht adaptierbare Stressexposition in Klammern State Marker und Schrägstrich oder in Form einer erhöhten Empfindlichkeit der HHN-Achse genetisch verankert sein und einen Vulnerabilitätsfaktor darstellen Außerdem wird angenommen dass ein anhaltend hoher Cortisolspiegel die vom präfrontalen Kortex und vom Hippocampus ausgehende Hemmung der Amygdala beeinträchtigt und dadurch die Regulation negativer Emotionen erschwert Neuroplastizitätshypothese Die Neuroplastizitätshypothese besagt dass eine Störung der funktionalen und strukturellen Anpassungsleistung des Gehirns für die Depressionsentwicklung verantwortlich ist Der Anpassungsleistung liegen dabei dynamische Prozesse der Stärkung oder Schwächung synaptischer Verbindungen bzw. des Auf- oder Abbaus neuer Verbindungen und Schrägstrich oder neuer Zellverbände zugrunde Die Hypothese stützt sich darauf dass depressionsfördernde Faktoren wie Stress und Traumata Hyperaktivität der HAN-Achse oder eine hyperthyreote Stoffwechsellage in Klammern unter Funktion der Schilddrüse die Neuroplastizität beeinträchtigen Während antidepressiv wirkende Faktoren wie antidepressive Pharmakotherapie Erhöhung der Serotonergen oder Noradrenergen Neurotransmission Gabe von Schilddrüsenhormonen zur Augmentationstherapie Elektrokrampftherapie sowie körperliche Aktivität die Neuroplastizität fördern Besonders gut ist dieser Ansatz in Bezug auf den Hippocampus untersucht Eine Hirnstruktur deren Volumen in einem negativen Zusammenhang zu depressiven und klammern aber auch anderen psychopathologischen Symptomen zu stehen scheint Zum einen konnte gezeigt werden dass antidepressive Medikamente in dieser Struktur für eine Volumenzunahme sorgen welche mit einer Reduktion der depressiven Symptomatik assoziiert ist Zum anderen zeigte sich dass antidepressive Medikamente in diesem Bereich für einen deutlich erhöhten Umsatz in Klammern das heißt einer erhöhten Rate des Auf- und Abbaus synaptischer Verbindungen sorgten welche als neurologisches Pendant einer effektiven Anpassungsleistung gedeutet werden kann Unterabschnitt 4.1.5.2 Lerntheoretische Modelle Das Verstärker Verlustmodell von Levinson Das auf Peter Levinson zurückgehende und in Abbildung 4.2 im gedruckten Buch dargestellte Modell erklärt die Entwicklung depressiven Verhaltens mit Hilfe von operanten Lernprozessen Als besonders relevant sollten dabei die folgenden Prozesse erachtet und dementsprechend in der Therapie berücksichtigt werden Eine niedrige Rate an positiven Verstärkern führt zur depressiven Symptomatik Das im Rahmen der depressiven Symptomatik auftretende Passivitäts- und Rückzugsverhalten führt zu einer weiteren Reduktion der Rate positiver in Klammern sozialer Verstärker Kurzfristig wird das Auftreten von depressiven Verhalten wie zum Beispiel häufiges Klagen und Hilfe suchen durch vermehrte Aufmerksamkeit oder empathisches Verhalten sozial verstärkt langfristig führt depressives Verhalten jedoch zu weiterem Verlust sozialer Verstärker weil das Umfeld zunehmend beginnt die klagende Person zu meiden Theorie der gelernten Hilflosigkeit Martin Seligmann zeigte in dem vielfach beschriebenen Shuttlebox-Experiment dass unkontrollierbare Stromstöße bei Hunden nach einer Weile dazu führten dass diese sich unter offenkundigem Distress passiv in ihr Schicksal fügten und sich später ergebende Vermeidungsmöglichkeiten nicht entdeckten und nutzen konnten aufgrund der Ähnlichkeit der von den Hunden gezeigten Symptomen mit depressiven Symptomen in Klammern Passivität verringerte Aggressivität massive Beeinträchtigung der Lernfähigkeit Appetitverlust und Veränderungen im Sexual- und Sozialverhalten schlug er vor Depression als Folge einer gelernten Hilflosigkeit zu sehen welche sich einstelle wenn der Betroffene keine Kontingenzen zwischen seinem Verhalten und bedeutsamen in Klammern Aversiven Ereignissen in der Umwelt erkennen kann Unterabschnitt 4.1.5.3 Kognitive Modelle Attributionale Hilf- und Hoffnungslosigkeitstheorien Im Zuge der kognitiven Wende revidierten Abramson, Seligmann und Tisdale das Modell der gelernten Hilflosigkeit und postulierten dass eine depressive Störung dann entstehe wenn negative Ereignisse auf internale globale und stabile Ursachen zurückgeführt werden in Klammern siehe Abbildung 4.3 im gedruckten Buch Ein solcher Attributionsstil zeigt sich beispielsweise wenn ein Patient einen beruflichen Misserfolg auf seine eigene in Anführungszeichen Dummheit zurückführt und nicht etwa mit Pech einer schlechten Tagesform oder einer schlechten Vorbereitung durch seine Firma erklärt In einer weiteren Revision schlugen Abramson Metalski und Eloy vor dass zumindest für einen Subtyp der Depression nicht so sehr die Hilflosigkeit sondern die in Klammern durch entsprechende Attributionen geförderte Hoffnungslosigkeit im Vordergrund stehe Die Theorie der gelernten Hilflosigkeit und ihre Modifikationen haben in der Folge starken Einfluss auf Forschung und Therapie depressiver Störungen genommen Kritisch muss allerdings angemerkt werden dass die empirische Evidenz für diese Erklärungsansätze große Lücken aufweist Auch wenn ein depressogener Attributionsstil wiederholt bei Depressiven gefunden wurde gibt es doch nur wenige aussagekräftige Belege dafür dass dieser als vorausgehender ursächlicher Faktor für die Entstehung einer Depression verantwortlich ist Kognitives Modell der Depressionsentstehung nach Aaron Beck Aaron Beck sieht die Ursache für depressive Störungen in dysfunktionalen kognitiven Schemata die zu negativen automatischen Gedanken und damit zu einer negativ verzerrten Wahrnehmung und Interpretation der Realität führen Depressogene Schemata beziehen sich auf eine negative Sicht der Selbst der Welt und der Zukunft in Klammern sogenannte negative Triade Beck geht davon aus dass diese Schemata durch belastende Kindheitserfahrungen erworben werden in diesem Sinne kann zum Beispiel Lieblosigkeit und dauerhafte Kritik der Eltern zu einem Ich bin nichts wert Schema führen im Laufe der weiteren Entwicklung in Klammern Individuation können solche Schemata dann zeitweise in den Hintergrund treten wobei in psychosozialen Belastungssituationen die Gefahr besteht dass sie wieder aktiviert werden unter ihrem Einfluss kommt es zu Denkfehlern in Klammern zum Beispiel Katastrophisieren Schwarz-Weiß-Denken oder Übergeneralisieren die die Wahrnehmung im Sinne der Schemata verzerren und dadurch zum einen negative Gefühle auslösen und zum anderen im Sinne eines Teufelskreises die Schemata aufrechterhalten können in Klammern sie Abbildung 4.4 im gedruckten Buch Die empirische Evidenz für dieses Modell in Klammern und andere kognitive Modelle der Depression ist allerdings nicht so stark wie man in Anbetracht der Popularität des Ansatzes vermuten sollte Zwar steht eine Vielzahl von querschnittlichen und experimentellen Analogstudien beziehungsweise Studien im Einklang mit dem zentralen Postulat eines kausalen Einflusses dysfunktionaler Kognition auf die Entwicklung depressiver Symptome die Menge aussagekräftiger naturalistischer Studien mit theoriekonformem Ergebnis ist allerdings nach wie vor gering hinzu kommt dass sich eine Reihe von Phänomenen die als kognitive Fehler angesehen werden in Klammern zum Beispiel die Annahme ich muss immer allen gefallen sich oft besser als motivationale Phänomene in Klammern im Sinne von Zielen oder Plänen konzeptualisieren lassen diese Ziele oder Pläne sind das Ergebnis lerngeschichtliche Erfahrungen positive Erlebnisse generieren Annäherungsziele negative Erlebnisse hingegen Vermeidungsziele dies kann ohne Beteiligung des Bewusstseins beziehungsweise auch im Konflikt mit dort abgelegten Einstellungen erfolgen in der Folge weiß ein Patient beispielsweise dass es Unsinn ist immer allen Leuten gefallen zu wollen reagiert aber nichtsdestotrotz immer mit Angst wenn er anderen nicht gefallen kann und engagiert sich über seine Kräfte um anderen zu gefallen vor diesem Hintergrund sollte man zumindest prüfen inwieweit das Problem des Patienten kognitiv und Schrägstrich oder motivational bedingt ist unter Abschnitt 4.1.5.4 soziologische motivationale und integrative Modelle unter den soziologisch geprägten Erklärungsansätzen hat vor allem das Modell von Brown und Harris Bedeutung erlangt Der Kern dieses empirisch gut belegten Modells besteht in der Annahme dass a. ein früher Verlust der primären Bezugsperson b. das Fehlen einer unterstützenden Beziehung c. mehr als drei zu versorgende Kinder jünger als 14 Jahre und d. Arbeitslosigkeit zentrale Vulnerabilitäten darstellen welche in Abhängigkeit vom Selbstwert akuten Belastungen und Bewältigungskompetenzen zu depressiven Entwicklungen führen können Motivationale Modelle betonen die Relevanz von unbefriedigten Bedürfnissen unerfüllten Wünschen und unerreichten Zielen für die Aufrechterhaltung depressiver Störungen Im Einzelnen sind in diesem Zusammenhang etliche psychodynamische Erklärungsansätze die kontrolltheoretischen Ansätze von Pischinski und Greenberg sowie von Highland die Disengagement from Incentives Hypothese in Klammern sie Kapitel 3.4 und die Inkongruenztheorie von Klaus Grawe zu nennen Auch die problemlösorientierten Ansätze sehen ungenügende Zielerreichung in Klammern und die damit einhergehende Abnahme der Selbsteffizienz als zentralen Faktor bei der Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Störungen an Integrative Modelle in Klammern wie zum Beispiel die Interactive Cognitive Subsystem Theory of Depression fokussieren auf das Zusammenspiel verschiedener Faktoren die im Einzelfall variieren können aber letztlich dieselben depressogenen Prozesse einleiten in Klammern Final Common Pathway Modell Behandlung Im Folgenden werden biologische kognitive und behaviorale Depressionstherapien vorgestellt Weitere relevante psychologische Depressionstherapien wie Interpersonale Therapie Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy Problemlöse Therapien Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression Paar- und Familientherapeutische sowie psychodynamische Ansätze werden im Band 2 beschrieben Unterabschnitt 4.1.6.1 Biologisch orientierte Ansätze In der Routineversorgung depressiver Störungen spielt die vermutlich vor allem an monoaminergen Transmittersystemen ansetzende pharmakologische Therapie eine wichtige Rolle Sie wird in der Mehrzahl der Fälle von Fachärzten für Allgemeinmedizin durchgeführt Während dabei früher vor allem trizyklische Antidepressiva und gelegentlich Mao-Hämmer eingesetzt wurden kommen heutzutage vermehrt SSRIs Klammern beziehungsweise NARIs SNARIs NASAs oder DSAs zum Einsatz Diese gelten nicht unbedingt als effektiver zeichnen sich jedoch in der Regel durch ein verbessertes Nebenwirkungsprofil aus in Klammern vor allem bezüglich antikulinerger Nebenwirkungen wie zum Beispiel Sedierung Mundtrockenheit kognitive Einschränkungen Allerdings stellen auch bei modernen Antidepressiva Nebenwirkungen in Klammern wie zum Beispiel Libidoverlust innere Unruhe oder Gewichtszunahme ein gravierendes Problem dar und führen oft zu Compliance-Problemen bezüglich der Medikamenteneinnahme Ein weiterer Nachteil pharmakologischer Ansätze besteht darin dass diese nach Absätzen der Medikamente nur eingeschränkt Schutz vor Rückfällen zu bieten scheinen Bei schweren und therapieresistenten Depressionen gilt mittlerweile die Elektrokonvulsionstherapie in Klammern EKT als wichtiges Behandlungsverfahren Bei der EKT wird durch einen geringen Stromimpuls in Klammern Ladungsmenge ca. 25-504 Millicoulomb ein Krampfanfall im Gehirn ausgelöst Die Erfolgsquote dieses Verfahrens für die Akutbehandlung liegt bei beachtlichen 65-90% Die Nebenwirkungen des Verfahrens bestehen vor allem in vorübergehenden Gedächtnisstörungen und Delirantensyndromen Darüber hinaus ist das mit Vollnarkose verbundene Risiko zu berücksichtigen Für die Behandlung von Patienten mit schweren Depressionen die nicht auf EKT ansprechen wird zurzeit die Behandlung von Neurostimulationsverfahren diskutiert Dabei werden über im Gehirn implantierte sogenannte tiefe Hirnelektroden Zellen in verschiedenen depressionsrelevanten Kerngebieten stimuliert Die genaue Lokalisation relevanter Areale ist Gegenstand intensiver Forschung Als gut geeignet gelten der subgenuale zinguläre Kortex oder der Nukleus Akumbens Ein anderes Verfahren stimuliert peripher den Nervus vagus im Halsbereich In Anbetracht der Invasivität dieser Verfahren muss zumindest momentan allerdings noch bezweifelt werden dass sie eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Gesamtpopulation depressiver Patienten spielen können Als weniger invasive Form der Neurostimulation gilt die transkranielle Magnetstimulation in Klammern TMS mit der die Aktivierung von Arealen im präfrontalen Kortex die bei Depressiven in der Regel unteraktiviert sind gesteigert werden kann Dieses Verfahren befindet sich allerdings nach wie vor im Forschungsstadium und konnte die anfänglich großen Erwartungen zumindest bislang nicht erfüllen Die Lichttherapie findet vor allem bei Patienten mit saisonal auftretender Depression in Klammern Winterdepression Anwendung Bei diesem Verfahren werden Patienten vor Speziallampen gesetzt die ein äußerst helles weißes Licht erzeugen welches bei einem Teil der Patienten zu spürbaren Stimmungsverbesserungen führt Letztlich ist im Bereich biologisch orientierter Verfahren noch die Schlafentzugstherapie beziehungsweise Wachtherapie zu nennen die in stationären Minderdepressionstherapien bisweilen als flankierendes Verfahren eingesetzt wird Dabei wird zwischen völligem in Klammern eine ganze Nacht partiellem in Klammern die zweite Nachthälfte und selektivem Schlafentzug in Klammern bestimmte Tiefschlafphasen unterschieden Schlafentzug kann zu Stimmungsaufhellungen führen die Effekte verschwinden jedoch sowie die Patienten während des nächsten Tages nur wenige Minuten einnicken Außerdem sind die Effekte zeitlich sehr begrenzt und halten nur bei wenigen Patienten länger als ein paar Tage an Dafür ist das Verfahren in der Regel frei von unerwünschten Nebenwirkungen Unterabschnitt 4.1.6.2 Verhaltenstherapie Aufbauend auf dem Verstärkerverlustmodell in Klammern siehe Abschnitt 5.1.5.2 entwickelte Lewinson eine psychologische Depressionstherapie deren primäres Ziel daran besteht die Rate positiver Verstärker in Klammern beziehungsweise positiver Erfahrungen zu erhöhen Dazu wird zunächst mit den Patienten der Zusammenhang zwischen Verhalten und emotionalem Erleben erarbeitet Dies geschieht vor allem mit Hilfe von Tagebüchern in denen zum Beispiel für jede Stunde eines Tages festgehalten wird was der Patient jeweils gemacht hat und wie seine Stimmung in dieser Zeit aussah in Klammern zum Beispiel eingeschätzt auf einer Skala von 0 bis 10 In der Besprechung der Aufzeichnungen lenkt der Therapeut die Aufmerksamkeit auf Schwankungen in den Stimmungseinschätzungen in Klammern und seien sie auch noch so klein und versucht mit dem Patienten zusammen systematische Zusammenhänge zwischen der Art der Aktivität und der Stimmung zu identifizieren Die Grundidee und die prinzipiellen Vorgehensweisen von behavioraler Aktivierung sind vergleichsweise einfach Dies ist bei der Arbeit mit schwerer beeinträchtigten Patienten von Vorteil und erleichtert die Dissemination in Klammern Verbreitung des Verfahrens erheblich Eine besondere therapeutische Herausforderung bei dieser Arbeit ergibt sich oft daraus dass Patienten den Eindruck haben es gehe ihnen immer gleich schlecht und dass sie keinen Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und ihren Stimmungen sehen Dieser Eindruck ist zugleich Ursache und Folge der generalisierten Hilflosigkeit Vor diesem Hintergrund kann das Herausarbeiten des Verhaltensstimmungszusammenhangs schon als kognitive Intervention verstanden werden in der der Patient mit Belegen gegen die Hilflosigkeitsannahme konfrontiert wird Da sich kognitive Annahmen durch die Tendenz auszeichnen sich gegenüber schwer zu assimilierenden empirischen Erfahrungen zu verteidigen sollten Therapeuten an dieser Stelle mit Widerstand gegen die nahegelegte Schlussfolgerung rechnen und ihr Vorgehen entsprechend anpassen Hierfür bietet sich beispielsweise die Technik des geleiteten Entdeckens oder die Columbo-Technik an in Klammern siehe Kapitel 3 Band 2 Aufbauend auf dem so erarbeiteten Rational werden mit dem Patienten Aktivitäten erarbeitet mit denen sie ihre Stimmung positiv beeinflussen können Ergänzend zu den Tagebuchaufzeichnungen wird dazu in der Regel die Liste positiver Aktivitäten in Klammern Vergleiche Hautzinger 2003 herangezogen Auf dieser Liste von mehreren hundert potenziell angenehmen Aktivitäten in Klammern siehe Beispiele für positive Aktivitäten sollen die Patienten einschätzen wie angenehm sie die Aktivitäten jeweils finden und wie häufig sie diese in der letzten Zeit betrieben haben Zusätzlich empfiehlt sich das Explorieren von positiven Tätigkeiten und Hobbys den die Patienten in der Vergangenheit in Klammern beziehungsweise auch in ihrer Kindheit gern nachgegangen sind Soweit möglich sollten dabei positive interpersonale Erfahrungen sowie intensive körperliche Aktivitäten in Klammern Ausdauersport besonders berücksichtigt werden Außerdem gilt es gezielt die Selbstverstärkungskompetenzen der Patienten in Klammern zum Beispiel über Selbstlob Genusstraining zu verbessern so dass die Patienten weniger abhängig sind von den Verstärkern die sie nur über andere bekommen können Beispiele für positive Aktivitäten Fußballspielen eine Radtour machen Shoppen gehen ein Bild malen ein Freund eine Freundin anrufen Musik hören Leute beobachten einen Ausflug ins Grüne machen eine Ausstellung besuchen in die Sauna gehen eine Katze streicheln eine aufgeschobene Aufgabe erledigen ein Kreuzworträtsel lösen gut essen gehen im Garten arbeiten einen Tierfilm schauen einen Bad nehmen sich einen Fruchtsaftcocktail mixen etwa schönes fotografieren meditieren einen Krimi lesen Schach spielen sich den Nacken massieren den nächsten Urlaub planen an einer Blume riechen ein Gedicht auswendig lernen sich verkleiden einen Cappuccino trinken lustige Videos auf YouTube anschauen Beispiel Ende im nächsten Schritt wird dann mit den Patienten ein konkreter Plan beziehungsweise Tages- oder Wochenplan erstellt der festhält wann der Patient welche positiven Aktivitäten in seinem Alltag integrieren will neben der Erhöhung der Rate positiver Verstärker hilft die Planung sämtliche Aktivitäten dem Patienten ihren Tagesablauf zu strukturieren was in Anbetracht des oftmals erheblichen Strukturierungsproblems in diesem Bereich als wichtiges therapeutisches Element gesehen werden muss generell ist darauf zu achten mit kleinen Aktivitäten zu beginnen die auch erfolgreich umgesetzt werden können Teil des Plans können auch bislang unerledigte aber bewältigbare Aufgaben sein das Angehen dieser Aufgaben kann dabei helfen sich wieder Ziele setzen zu lernen das Bewältigen dieser Aufgaben kann Stimmung und Selbsteffizienz steigern was das Setzen und Erreichen weiterer Ziele erleichtern kann das gezielte Ausbalancieren von angenehmen Aktivitäten und bewältigbaren Aufgaben wird als E&V in Klammern Erfolg und Vergnügentechnik bezeichnet Sie kann beim Aufbau einer ausgeglichenen Lebensführung helfen ein stark strukturierter und konsequenter Aufbau positiver Aktivitäten ist speziell bei stark depressiven Patienten indiziert in der sich anschließenden Therapiephase ist es wichtig den erarbeiteten Plan systematisch und nachhaltig umzusetzen und sich nicht von etwaigen Widerständen vom eingeschlagenen Weg abbringen zu lassen Therapeuten sollten sich dabei vor Augen halten dass es oft mehrere Wochen braucht bis diese Interventionen wirken Widerstände in Klammern wie zum Beispiel ausgeprägte Hoffnungslosigkeit sollten sorgfältig überwacht und bei Bedarf thematisiert werden Bei vielen Patienten kommen während der Aktivierungsphase Defizite in sozialen kommunikativen emotionalen und oder Problemlösekompetenzen zum Vorschein Zur Stärkung dieser Kompetenzen kann unter anderem auf die in Kapitel 3 Band 2 vorgestellten Trainings bzw. auf einzelne Elemente aus diesen Trainings zurückgegriffen werden Kognitive Depressionstherapie Die kognitive Depressionstherapie oder kognitive Therapie depressiver Störungen wurde maßgeblich von Iron Back geprägt Wie alle kognitiven Verfahren baseiert das therapeutische Vorgehen auf der Annahme dass Gedanken das Erleben und Verhalten beeinflussen und somit einen zentralen therapeutischen Ansatzpunkt darstellen In der Anfangsphase der kognitiven Therapie geht es zunächst darum den Patienten von diesem Rational zu überzeugen und automatische gedankliche Bewertungsprozesse und ihre affektiven somatischen und behavioralen Folgen bewusst zu machen Zu diesem Zweck werden die Patienten angeleitet ihre Gedanken und ihren Folgen in tabellarischen Tagebüchern in Klammern siehe Tabelle 4.3 im gedruckten Buch zu protokollieren Anhand der so gesammelten Beispiele verdeutlicht der Therapeut das Rational und identifiziert zusammen mit den Patienten typische depressogene Gedankengänge Er schlägt vor Gedanken nicht als Wahrheit sondern als Hypothesen zu sehen deren Wahrheitsgehalt durch empirische Experimente getestet werden kann Entsprechend sollen die Patienten das Ausmaß der Überzeugung in Prozent einschätzen mit dem sie von der Richtigkeit eines Gedanken überzeugt sind Anschließend gilt es alternative Hypothesen zu entwickeln in Klammern die stimmungsstabilisierende Bewertungen stützen und für diese ebenfalls eine Einschätzung vorzunehmen in Anführungszeichen wie ein Wissenschaftler soll der Patient dann sorgfältig prüfen welche Hypothese richtiger ist dazu kann er logische Analysen einsetzen zum Beispiel im Sinne von wenn die Annahme stimmt dass ich nichts wert bin weil ich nichts leiste müssen ja auch alle Kinder und Haustiere wertlos sein weil die auch nichts leisten ich finde aber nicht dass Kinder nichts wert sind ergo stimmt es nicht dass sich der Wert eines Menschen ausschließlich über seine Leistung definiert außerdem kann er systematisch Experimente planen und durchführen um seine Annahmen zu testen zum Beispiel im Sinne von wenn es stimmt dass mein Wert für andere ausschließlich von meiner Leistung abhängt müssten meine Kollegen kritisch reagieren wenn ich heute mal keine Überstunden mache ich habe heute bewusst keine Überstunden gemacht und niemand hat mich kritisiert im Gegenteil eine Kollegin hat mir noch anvertraut dass sie das toll von mir findet weil sie sich ansonsten immer so unter Druck gesetzt fühlt ergo es stimmt nicht dass mein Wert für alle Menschen von meiner Leistung abhängt zu Beginn der sogenannten Umstrukturierungsphase übernimmt der Therapeut in der Regel im sokratischen Dialog in Klammern siehe Kapitel 3 Band 2 den Part des kritischen Hinterfragers dysfunktionale Annahmen in Klammern wo steht das denn geschrieben dass sie immer besser sein müssen als alle anderen idealerweise gibt er diesen Part im Laufe der Behandlung zunehmend an den Patienten ab zum Beispiel indem er im Sinne eines Advocatus Diaboli paradoxerweise für eine dysfunktionale Annahme plädiert in Klammern aber ist es denn nicht wichtig dass sie immer besser sind als alle anderen immer perfekt immer der Beste um den Patienten anzuregen aktiv gegen die dysfunktionale Annahme zu argumentieren an diesem Beispiel wird bereits deutlich dass es einiges an therapeutischer Kompetenz bedarf um kognitive Therapien kunstvoll und effektiv durchzuführen besondere Schwierigkeiten und die daraus zu ziehen den Schlussfolgerungen sind in Tabelle 4.4 im gedruckten Buch wiedergegeben Unterabschnitt 4.1.6.4 Kognitive Verhaltenstherapie der Depression Die kognitive Verhaltenstherapie in Klammern KVT der Depression kombiniert die in den beiden vorausgegangenen Abschnitten dargestellten Ansätze und zählt zu den verbreitetesten und am besten untersuchten Therapieverfahren überhaupt In Deutschland ist dieses Verfahren vor allem von Martin Hautzinger etabliert worden Ein typisches KVT-Programm enthält üblicherweise folgende Elemente Diagnostik Psychoedukation und Beziehungsaufbau Herleitung des therapeutischen Rationals Aufbau positiver Aktivitäten Bei Bedarf Training notwendiger in Klammern sozialer Kompetenzen in Klammern Siehe Kapitel 9 Band 2 Kognitive Umstrukturierung in Klammern Siehe Abschnitt 4.1.6.3 Rückfallprophylaxe Die Herleitung des therapeutischen Rationals basiert in der Regel auf dem in Abbildung 4.5 im gedruckten Buch dargestellten Modell wonach sich Gedanken, Gefühle und Verhalten wechselseitig beeinflussen und letztlich in der sogenannten depressiven Spirale münden Ausgehend von diesem Modell fokussiert das weitere Vorgehen auf den Aufbau positiver Aktivitäten Im Laufe der Therapie werden dann bei Bedarf spezifische Kompetenztrainings und zunehmend kognitive Elemente eingesetzt Abschließend erfolgt die Rückfallprävention der große Bedeutung zukommt Dabei geht es vor allem darum gesundheitsförderliche Denk- und Verhaltensgewohnheiten langfristig in den Alltag zu integrieren Risikosituationen und erste Indikatoren eines depressiven Rückfalls zu erkennen und konkrete Pläne zu entwickeln wie auf solche Signale reagiert werden kann in Klammern zum Beispiel Intensivierung des Einsatzes antidepressiver Strategien Kontaktaufnahme mit Therapeuten Psychiater oder Behandlungszentrum Um die erzielten Therapieerfolge langfristig zu stabilisieren und Rückfällen entgegenzuwirken empfehlen sich Booster-Sessions oder Erhaltungstherapien mit denen die Patienten über einen längeren Zeitraum mit verringerter Sitzungsdichte weiterbetreut werden Teilabschnitt 4.1.7 Wirksamkeit Zur Wirksamkeit psychologischer Depressionstherapien liegt mittlerweile eine kaum noch überschaubare Zahl an Befunden vor Am besten untersucht ist dabei mit Abstand die kognitive Verhaltenstherapie KVT In Reihenprä-Post-Vergleichen in Klammern zum Beispiel BDI-Wert vor der Therapie versus BDI-Wert nach der Therapie werden für dieses Verfahren Effektstärken von D gleich 1,5 bis 2,3 berichtet Verschiedene Meta-Analysen legen außerdem den Schluss nahe dass KVT Wartekontrollbedingungen und diversen aktiven Vergleichsbedingungen überlegen ist Allerdings gibt es auch Hinweise dass die Überlegenheit der KVT gegenüber den Kontrollbedingungen von der Güte der Studien abhängt bei hochwertigen Studien eher im Bereich kleiner bis mittlerer Effekte liegt Im Vergleich mit anderen psychologischen Depressionstherapien zeigte sich dass die interpersonale Therapie in Klammern IPT behaviorale Aktivierung und Problemlöse Trainings zumindest ebenso wirksam sein können wie die KVT Im Bereich schwerer Depressionen fanden sich unter anderem in der viel zitierten NIMH-Studie von Elkin et Ali und in einer sorgfältig durchgeführten Studie von Dimijian et Ali sogar deutliche Hinweise auf die Überlegenheit von IPT beziehungsweise behaviorale Aktivierung gegenüber KVT Eine Reanalyse der NIMH-Daten von Jakobson und Hollon deutet jedoch darauf hin dass der Befund in dieser Studie eventuell auf die Unerfahrenheit einiger KVT-Therapeuten zurückgeführt werden kann Insgesamt lässt sich angesichts der in Klammern teilweise widersprüchlichen aktuellen Befundlage der Standpunkt vertreten dass KVT, behaviorale Aktivierung und IPT gegenwärtig den in Anführungszeichen Goldstandard in der psychotherapeutischen Akutbehandlung nicht chronischer unipolarer Depressionen darstellen Speziell für die Behandlung chronischer Depressionen beziehungsweise für die Verhinderung von Rückfällen haben sich CBASP in Klammern siehe Kapitel 6 und MBCT in Klammern siehe Kapitel 11 Band 2 als wirksam erwiesen Im Bereich der Rückfallprävention sprechen darüber hinaus eine Reihe von Studien für die generelle Effektivität von Booster Sessions und Aufrechterhaltungstherapien Bei Depressionen die durch eine problematische Paarbeziehung aufrechterhalten werden haben sich verhaltenstherapeutische Paartherapien in Klammern siehe Kapitel 8 Band 2 bewährt Als flankierende Maßnahme kann auch der Einsatz sportlicher Aktivität erwogen werden Für die Frage ob eine psychotherapeutische Behandlung einer medikamentösen vorzuziehen ist sind Studien von Relevanz die darauf hindeuten dass die KVT eine ausschließlich pharmakotherapeutischen Behandlung überlegen sein kann In diesem Sinne fanden auch De Jong-Meyer et al. in einer Meta-Analyse eine Effektstärke von D gleich 0,38 für den Vergleich von KVT mit antidepressiver Medikation In anderen Studien fanden sich dagegen in Bezug auf den Erfolg der Akuttherapie keine Unterschiede bzw. zuweilen Vorteile für die pharmakologische Behandlung Eindeutige Hinweise gibt es allerdings dafür dass psychotherapeutische Therapien nach Behandlungsende einen stärkeren Schutz vor Rückfällen bieten als medikamentöse Behandlungen Der kombinierte Einsatz von medikamentöser und psychotherapeutischer Behandlung hat sich in einer Reihe von Studien als effektiver erwiesen als eine monotherapeutisch pharmakologische Behandlung Inwieweit die Kombination auch effektiver ist als eine monotherapeutisch psychotherapeutische Behandlung ist zurzeit noch umstritten In Übereinstimmung mit Befunden die für die Überlegenheit der Kombinationstherapie sprechen wird in den nationalen Richtlinien zur Behandlung von unipolaren Depressionen bei schweren Depressionen der Einsatz der Kombinationstherapie empfohlen Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang bleiben dass Patienten sich häufiger eine psychotherapeutische als eine medikamentöse Behandlung wünschen Medikamentöse Behandlungen üblicherweise in Klammern unter anderem aufgrund der Nebenwirkungen größere Dropout-Raten in Klammern Ausfallraten aufweisen Eindeutige Hinweise auf einen massiven Publikationsbias bei medikamentösen Depressionstherapien vorliegen Klammern Sie hier unten Indirekte Hinweise auf einen Publikationsbias finden sich allerdings auch bei psychotherapeutischen Verfahren Bei der Kontrolle des Publikationsbias überraschend geringe Effektstärken für das am häufigsten eingesetzte Verfahren zur Behandlung unipolarer Depressionen resultieren Hinweise auf Publikationsbias in der Turner-Studie Einer Studie von Turner et Ali zufolge fanden sich bei 38 von 74 Studien zur Effektivität von Antidepressiva die bei der Federal Drug Agency in Klammern FDA vor Studienbeginn registriert wurden signifikante Wirksamkeitsnachweise wohingegen sich bei 36 Studien in Klammern 49% keine überzeugenden Wirksamkeitsnachweise ergaben Von den Studien mit signifikanten Nachweisen wurden alle bis auf eine publiziert Von den Studien ohne oder mit zweifelhaften Wirksamkeitsnachweisen wurden 22 Studien nicht publiziert und 11 fälschlicherweise als positiver Befund dargestellt Außerdem lagen die Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Abschnitt 4.2 Bipolare Störungen Stimmungsschwankungen kennt jeder Die meisten Menschen erleben Phasen in ihrem Leben in denen es ihnen gut geht und Phasen in denen es ihnen schlecht geht Überschreiten diese wechselnden Phasen melancholischer und gehobener Stimmung jedoch deutlich das übliche Maß und führen sie zu erheblichen psychosozialen Beeinträchtigungen können dies Symptome einer bipolaren Störung sein Teilabschnitt 4.2.1 Störungsbild und Klassifikation Bipolare Störungen in Klammern früher manisch-depressiv gehören zu den affektiven Störungen Sie sind durch wiederholte Episoden deutlich beeinträchtigter Stimmung und Veränderungen im Aktivitätsniveau charakterisiert Die Stimmungs- und Aktivitätsauslenkung dieser Episoden kann depressiver oder manischer bzw. hypomanischer in Klammern vergleiche Tabelle 4.5 Art sein Ihre Häufigkeit und Reihenfolge kann stark variieren Bipolare Störungen verlaufen in der Regel chronisch sind mit erheblichem Leid und Beeinträchtigungen für die Betroffenen und Angehörigen verbunden und gehen unbehandelt mit einem erhöhten Suizidrisiko einher Definition Die bipolare Störung ist eine affektive Erkrankung bei der extreme Antriebsaktivitäts- und Stimmungsauslenkungen episodenhaft in depressiver oder manischer bzw. hypomanischer Form auftreten Definition Ende Klassifikation Im ICD-10 sind die bipolaren Störungen der Kategorie F3 affektive Störungen zugeordnet Für Diagnostik und Therapie hat es sich als hilfreich erwiesen verschiedene Typen und Verlaufsformen bipolarer Störungen zu unterscheiden Tabelle 4.6 im gedruckten Buch gibt einen Überblick über die Klassifikation der bipolaren Störungen nach ICD-10 Neben den klassischen episodenhaften Verlaufsformen gibt es die Diagnose Zyklothymie, die sich im Wesentlichen durch anhaltende Stimmungsinstabilität mit Phasen depressiver oder gehobener Stimmung über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren auszeichnet Hierbei erreicht jedoch keine der Phasen eine Intensität die die Diagnose einer depressiven oder manischen bzw. hypomanischen Episode rechtfertigen würde Hinsichtlich der Unterteilung bestehen wesentliche Unterschiede zwischen ICD-10 und DSM-4 Im DSM-4 findet eine Unterteilung in Bipolar 1 und Bipolar 2 Störungen statt Die Bipolar 1 Störung entspricht der klassischen Form der manisch-depressiven Störung Bei der Bipolar 2 Störung wechseln Depressive mit hypomanischen Episoden Sie wird in der ICD-10 unter Sonstige bipolare affektive Störungen in Klammern F31.8 klassifiziert Des Weiteren wird im DSM-4 auch das Auftreten einzelner manischer bzw. hypomanischer Episoden als bipolare Störung kodiert während in der ICD-10 mindestens zwei Episoden erforderlich sind Die Unterscheidung, ob es sich um eine Episode oder eine rezidivierende Erkrankung handelt sowie die Festlegung des Schweregrades erfolgen im DSM-4 über eine Zusatzkodierung Exkurs DSM-5 Die Tabelle 4.7 im gedruckten Buch gibt einen Überblick über die derzeitige Änderung im DSM-4 hinsichtlich der Klassifikation und Diagnostik der bipolaren Störung Die Ausweitung des Konzepts der bipolaren Störung zum umfassenderen bipolaren Spektrum Exkurs Ende Teilabschnitt 4.2.2 Diagnostik Eine korrekte Diagnose ist im Bereich der affektiven Erkrankungen von besonderer Wichtigkeit, da diese erhebliche Implikationen für die Therapieplanung hat. Während beim Auftreten einer Manie die Diagnose einer bipolaren Störung relativ einfach zu stellen ist, gestaltet sich die Situation bei einer depressiven Episode schwieriger. Um hier zwischen einer einzelnen Episode, einer unipolaraffektiven Störung oder einer bipolaraffektiven Störung unterscheiden zu können, ist eine Verlaufsbeurteilung notwendig. In manischen bzw. hypomanischen Phasen empfinden die Betroffenen ihren Zustand oft als sehr angenehm und nicht krankhaft, fühlen sich leistungsstark und gesund, sodass Leidensdruck und Veränderungsmotivationen fehlen und kein Arzt aufgesucht wird. Dies führt dazu, dass bipolare Störungen oft fehlerhaft bzw. überhaupt nicht diagnostiziert werden. Grundvoraussetzung zur Diagnostik der bipolaren Störung ist deshalb eine detaillierte Anamnese der Krankheitsgeschichte und klammern sie ihr Abschnitt für die Praxis, womöglich unter Einschluss wichtiger Bezugspersonen. Im Gegensatz zu den Betroffenen erleben sie eine manische oder hypomanische Phase oft als starke psychosoziale Belastung. Für die Praxis Erfassung manischer bzw. hypomanischer Symptome Erinnern sie sich an einen Zeitraum, in dem Sie euphorischer oder reizbarer waren als sonst Sie ungewohnt aktiver waren und mehr Tatendrang besaßen Sie redseliger waren als üblich Sie selbstbewusster waren als üblich Ihnen deutlich mehr Gedanken durch den Kopf gingen Sie weniger schliefen oder der Meinung waren, weniger Schlaf zu benötigen als sonst Sie kontaktfreudiger waren und oder mehr Interesse an Sex hatten als sonst Sie viel mehr Geld ausgegeben haben als gewohnt Zur strukturierten bzw. standardisierten Erfassung bipolarer Störungen können Interviewverfahren wie das STIPS, SCID oder SIDI verwendet werden. Über die eigentliche Diagnose hinaus erlauben sie auch eine genaue Abklärung eventueller Komorbiditäten Differenzialdiagnostisch abzugrenzen sind bipolare Störungen insbesondere von unipolaren depressiven Störungen, schizophrenen und schizoaffektiven Störungen sowie von Persönlichkeitsstörungen Während typische maniforme Symptome wie Antriebssteigerung und verringertes Schlafbedürfnis nicht zu dem spezifischen Symptommuster der Borderline-Persönlichkeitsstörung gehören ist andersherum parasuizidales Verhalten für bipolare Störungen eher untypisch Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung verlaufen die Stimmungsschwankungen zudem nicht wie bei bipolaren Störungen in symptomatisch und zeitlich relativ klar abgrenzbaren Phasen Ihre Frequenz ist in der Regel höher Zudem sind sie tendenziell reaktiver und situationsgebundener Als Indikator zur differenzialdiagnostischen Abklärung psychotischer Symptome innerhalb einer manischen Episode von den psychotischen Symptomen einer Schizophrenie oder schizoaffektiven Störung wird in der Regel die Stimmungskonkurrenz der Wahninhalte herangezogen In Klammern z.B. Größen, Omnipotenz oder Liebeswahn bei einer manischen Episode Insuffizienz, Hypokondrischer oder Verfolgungswahn bei einer schizophrenen oder schizoaffektiven Störung Auch hier wird eine eindeutige Differenzialdiagnose meist eine Beurteilung des längsschnittlichen Verlaufs depressiver, manischer und psychotischer Symptome erfordern Berücksichtigt werden müssen bei der Differenzialdiagnostik bipolarer Störungen darüber hinaus das Vorliegen organischer Erkrankungen in Klammern neurologischer Erkrankungen wie z.B. Epilepsie, internistische Erkrankungen wie z.B. Cortisolismus sowie pharmakologische Ursachen in Klammern z.B. Psychostimulantien wie Kokain und Ecstasy Hormonpräparate wie Kortison Antihypertensiver wie ACE-Hämmer Anti-Parkinson-Mittel wie L-Dopa Teilabschnitt 4.2.3 Epidemiologie und Verlauf Epidemiologische Daten zeigen, dass die Lebenszeitprävalenz für die Bipolar-1-Störung 1% und für die Bipolar-2-Störung 1,1% beträgt Betrachtet man das bipolare Spektrum in Klammern BP1, BP2, Subsyndromale Manie, Schrägstrich Hypomanie lassen sich Lebenszeitprävalenzen zwischen 4,4 und 6,5% finden. Im Gegensatz zu unipolaren depressiven Störungen ist für die Auftretenshäufigkeit Bipolarer Störungen kein Geschlechtsunterschied feststellbar. Mindestens die Hälfte der bipolaren Patienten weist eine komorbide psychische Störung auf. Darunter vor allem Substanzmissbrauch und Abhängigkeit, Angsterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. Insbesondere Substanzmissbrauch und Abhängigkeiten sowie Persönlichkeitsstörungen fördern einen ungünstigen Störungsverlauf. In Klammern zum Beispiel inadäquate, einnahmestimmungsstabilisierender Psychopharmaka. Erhöhte Suizidalität. Oft treten Komorbiditäten mit mehreren psychischen Störungen auf. Häufig sind zudem auch Komorbiditäten mit somatischen Erkrankungen, wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Adipositas, Diabetes mellitus vom Typ 2 oder Migräne. Auch hier sind multiple Komorbiditäten keine Seltenheit. Über 40% der bipolaren Patienten weisen mindestens drei somatisch-komorbide Erkrankungen auf. Bipolare Störungen manifestieren sich typischerweise im frühen Erwachsenenalter. Der erste Krankenhausaufenthalt erfolgt im Schnitt mit Ende 20. Nach dem Auftreten der ersten Symptome bis zum Zeitpunkt der Diagnosestellung vergehen meist mehrere Jahre. Häufig begleitet von Fehldiagnosen. In Klammern zum Beispiel unipolare depressive Störungen, Schizophrenie oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Zeitnahe Stressoren scheinen insbesondere bei der Auslösung der ersten affektiven Krankheitsepisode eine Rolle zu spielen. Bei der Hälfte der bipolaren Erkrankten tritt zuerst eine depressive Episode auf. Die erste manische Episode folgt in der Regel innerhalb von fünf Jahren. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zunächst nur unipolare depressive Episode in eine bipolare affektive Störung wechselt, bzw. in Wahrheit ein Syndrom dieses Störungsbildes darstellt, ist auf ca. 10-25% zu schätzen. Zu den Prädiktoren für den Wechsel einer initialen depressiven Episode in eine bipolare Störung zählen die Schwere dieser Episode und ein frühes Ersterkrankungsalter. Folgt auf eine affektive Episode eine affektive Episode der anderen Polarität, muss dies nicht unmittelbar im Anschluss erfolgen. Längere Zeiträume können dazwischen liegen. Die Rezidivrate ist auch bei aufrechterhaltener medikamentöser Behandlung hoch. Bei 90% der Patienten tritt innerhalb von fünf Jahren nach einer manisch-depressiven Krankheitsphase mindestens eine erneute Phase auf. Die Hälfte der Patienten remittiert zwischen den akuten Phasen unvollständig. Langfristig sind vollständige Remissionen bei etwa einem Drittel der Patienten feststellbar. Ein chronischer Verlauf tritt bei etwa 20% der Patienten auf. Die Suizidrate beträgt 4-5%, die Prävalenzraten für einen versuchten Suizid liegen weitaus höher. Ein frühes Ersterkrankungsalter, Komorbiditäten und psychosoziale Stressoren fördern einen ungünstigen Störungsverlauf. In Zwillings- und Familienstudien wird deutlich, dass genetischen Faktoren eine entscheidende Rolle an der Entstehung bipolarer Erkrankungen zugeschrieben werden muss. Das Lebenszeitrisiko, ebenfalls an einer bipolaren Störung zu erkranken, beträgt für Angehörige ersten Grades 5-10% und für monozykote Zwillinge 40-70%. Die Wahrscheinlichkeit, dass unter monozygoten Zwillingspaaren beide Zwillinge an einer bipolaren Störung erkranken, ist etwa um ein Vierfaches höher als bei Dizygoten. Genetische Determinanten scheinen Chromosomaler, in Klammern Chromosomen 3, 4, 10, 12, 13, 18 und 22, pathophysiologischer, in Klammern Serotonin-Transportergen und Katechol-O-Methyltransferase und partiell auch neurobiologischer, in Klammern Konzentrationen biogener Amine, intrazellulärer, sogenannte Second-Messenger-Art zu sein. Neurobiologische Befunde zur Äthiologie bipolarer Störungen sind lückenhaft und stammen weitestgehend aus Arbeiten zu depressiven Störungen. Ausgehend von medikamentösen Wirkmechanismen wird die Fehlregulation verschiedener Neurotransmitter und Neuromodulatoren als äthiologisch bedeutsamer Faktor betrachtet. Als relevant gelten die Monoamine Noradrenalin, Dopamin und Serotonin. Diskutiert wird ebenso das Cholinerge, Glutamaterge und Gabererge-System. Ebenfalls äthiologisch bedeutsam scheinen Fehlregulationen spezifischer neuroendokriner Systeme, in Klammern zum Beispiel Glucocorticoide der Nebennierenrinnenachse, sowie neuroanatomische Veränderungen und neuronale Dysregulationen, in Klammern unter anderem in kortikalen Arealen, Hippocampus Nucleus Caudatus zu sein. Vermutet wird allerdings, dass diese Veränderungen aus den Fehlregulationen der Neurotransmitter und Neuromodulatoren resultieren. Eine Instabilität bzw. Dysregulation des Behavioral Activation Systems, in Klammern BAS, scheint die Vulnerabilität für bipolare Störungen zu erhöhen. Das BAS ist an der Verhaltensaktivierung beteiligt. Es wird offenbar durch Reize, die einen Verstärkungs- bzw. Belohnungscharakter besitzen, aktiviert und scheint so für motivationales und zielgerichtetes Verhalten und damit letztlich für das Entstehen positiver Effekte zuständig zu sein. Eine hohe Reagibilität und Aktivierung des BAS ist dementsprechend mit einer Antriebs- und Aktivitätssteigerung und der verstärkten Suche nach Abwechslung und Aufregung assoziiert und führt zum positiven Affekt der Euphorie. Eine Unteraktivierung des BAS äußert sich demgegenüber in verminderter Energie und Aktivität und geht mit dem Ausbleiben positiver Affekte, in Klammern Anhedonie, Lustlosigkeit einher. Extreme Aktivierungsauslenkungen des BAS entsprechen also den Symptomen von Manie und Depression. Es wird angenommen, dass die Vulnerabilität für bipolare Störungen erhöht ist, wenn die regulatorischen Prozesse nach einer Aktivierung bzw. Deaktivierung des BAS einsetzen sollten, gestört sind. Diese Disregulation des BAS, die wahrscheinlich genetisch bedingt ist, führt dazu, dass sich die Rückkehr zum ursprünglichen Aktivitätsniveau einer Person verlängert und so eine in Klammern vorübergehende Stabilisierung der aktuell bestehenden extremen Aktivierungsauslenkungen auftritt. In einem weiteren Erklärungsansatz bipolarer Störungen wird davon ausgegangen, dass eine Störung des zirkadianen Rhythmus einer Person Veränderungen in körperlichen Systemen wie dem hormonellen, metabolischen oder Neurotransmittersystem bewirkt und sich diese körperlichen Veränderungen auf biopsychosozialer Ebene äußern. In Klammern z.B. Störungen von Erleben, Verhalten, Antrieb, Aufmerksamkeit, Appetit. Soziale und umweltbedingte Faktoren werden dabei insofern als auslösende Bedingungen betrachtet, als sie in ihrer Funktion als soziale Zeitgeber an der Aufrechterhaltung des zirkadianen Rhythmus beteiligt sind. Sind diese Zeitgeber gestört oder nicht mehr vorhanden, in Klammern z.B. bei Arbeitsplatzverlust, bei Säuglingen, durch fehlende Entspannung, bei Partnerschaftskonflikten, kann es bei einer vulnerablen Person über eine Beeinträchtigung des Schlaf-Wach-Rhythmus zur Aufschaukelung von Stress und bipolarer Symptomatik kommen. Die Grundannahme eines kognitiven Modells Maniformer Symptomen besteht darin, dass der Kern der Maniform-Symptomatik in einem veränderten Aktivitätsniveau und Schrägstrich oder einem verminderten Schlaf besteht. Folgen sind eine Steigerung der Aktivitäten und Tätigkeiten sowie eine Zunahme von Euphorie und oder Reizbarkeit. Die Konsequenzen dieser Veränderungen, in Klammern erhöhter Selbstwert, veränderter Umgang mit Medikamenten, besorgte und kritische Reaktionen des Umfelds, Verstärkung dysfunktionaler Einstellungen, setzen insofern eine Rückkopplung in Gang, als sie zu weiteren auslösenden Bedingungen, in Klammern z.B. noch mehr Konflikte, Absetzen der Medikamente, erhöhter Alkoholgenuss, der Aktivitäts- und Stimmungsveränderung führen. Ab einem bestimmten Schweregrad der manischen Symptomatik wird zudem eine zweite Rückkopplungsschleife angenommen, bei der sich durch erhöhte Aktivitäten und verminderten Schlaf die Maniform-Symptomatik eigendynamisch und weitgehend unabhängig von äußeren Bedingungen derart steigert, dass psychotische Symptome wie Größenwahn, Paranoia sowie desorganisiertes Denken und Verhalten vorherrschen. Meyer und Hautzinger haben ein integratives Modell zur Äthiologie affektiver Symptome im Rahmen bipolarer Störungen erarbeitet. Eine genetische Vulnerabilität und oder biologische Faktoren prädisponieren dafür, dass biologische Rhythmen wie der Tag-Nacht-Rhythmus oder das Aktivitätsniveau beim Auftreten von Störungen, in Klammern Stress, kritische Lebensereignisse und Veränderungen sehr schnell instabil werden. Individuelle Problembereiche und das Fehlen individueller Ressourcen können dieses Instabilitäts- bzw. Disregulationsrisiko zusätzlich verstärken. Die Disregulation biologischer Rhythmen muss sich nicht immer in voll ausgeprägten affektiven Episoden manifestieren. Möglich ist auch, dass ein Teufelskreis aus ersten kognitiven, emotionalen und behavioralen Warnsymptomen, in Klammern Pro-Dromal-Symptomatik, in Gang gesetzt wird, der schließlich in einer vollständig ausgeprägten manischen oder depressiven Episode resultieren kann. Teilabschnitt 4.2.5 Behandlung Behandlungsziele in der Therapie bipolare Erkrankungen sind zum einen die Remission der akuten Symptomatik und zum anderen die Vorbeugung von Rückfällen. Die Behandlung lässt sich in die folgenden Abschnitte unterteilen. Akuttherapie Reduktion der Symptome, wobei die Länge der Behandlung vom Andauern der akuten affektiven Symptome abhängig ist. Erhaltungstherapie Stabilisierung des erreichten Zustands und Verhinderung von Rückfällen für ca. 6 Monate im Anschluss an akute Phase. Rückfallprophylaxe Aufrechterhaltung des stabilen Zustands sowie Prävention erneuter Phasen Nachfolgend werden medikamentöse und psychotherapeutische Behandlungsmethoden der einzelnen Therapieabschnitte dargestellt. Aufgrund des überwiegend biologisch-medizinischen Verständnisses der bipolaren Störung kann die medikamentöse Therapie als Standard angesehen werden. Psychoedukative und psychotherapeutische Maßnahmen sollten jedoch als sinnvolle Ergänzung, vor allem im Rahmen der Rezidivprophylaxe, stattfinden. Unterabschnitt 4.2.5.1 Akuttherapie 1. Medikamentöse Therapie Während akuter manischer Phasen kommen antikonvulsiver oder atypische Neuroleptika, in Klammern z.B. Olanzapin-Resperidon zum Einsatz, aber auch Lithium wirkt antimanisch. Des Weiteren kann auf Benzodiazepine zur Sedierung zurückgegriffen werden. In diesem Falle, ebenso wie bei der Neuroleptika-Behandlung, ist jedoch auf das relativ breite Nebenwirkungsspektrum zu achten. Während akuter, depressiver Phasen im Rahmen einer bipolaren Erkrankung, kann man nicht ohne weiteres die Vorgaben der Behandlung einer unipolaren Depression, in Klammern Vergleiche Kapitel 4.1, übernehmen. Die meisten Antidepressiva sind nur für den Einsatz im Rahmen unipolarer Depressionen getestet und bergen im Zusammenhang mit bipolaren Störungen verschiedene Risiken, in Klammern z.B. Switchen in akute manische oder hypomanische Phasen, verkürzte Zeitabstände zwischen zwei Phasen bis hin zum Rape Cycling. Im Vergleich zu anderen antidepressiven Medikamenten scheinen diese Risiken bei der Gabe von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern geringer zu sein. 2. Psychotherapie Während depressiver Phasen kommen ähnliche, kognitiv-verhaltenstherapeutische Maßnahmen zum Einsatz wie im Rahmen unipolarer Depressionen. Auch während akuter manischer Phasen können psychotherapeutische Interventionen hilfreich sein. Die Herstellung oder Wiederherstellung eines geordneten Schlaf-Wachrhythmus, eine Normalisierung der Ernährung, sowie die psychophysische Erholung sollten in den Vordergrund gestellt werden. Der Patient sollte außerdem dazu angeregt werden, Aktivitäten auszuüben, die unschädlicher Art sind. Kreatives Potenzial kann also durchaus entfaltet werden, jedoch nur, wenn daraus keine nachteiligen Konsequenzen für den Patienten oder seine Umwelt entstehen. Wichtige soziale Kontakte sollten geschont und bedeutsame Entscheidungen auf später verschoben werden. Unterabschnitt 4.2.5.2 Erhaltungstherapie und Phasenprophylaxe 1. Medikamentöse Therapie In der Rückfallprophylaxe werden vor allem stimmungsstabilisierende Medikamente in Klammern Mood Stabilizer wie Lithium, aber auch antikonvulsiver, in Klammern Valproat, Carbamazepin eingesetzt. Exkurs Lithiumcarbonat Das Salz gegen Stimmungsschwankungen? Das Alkalimetall Lithium bzw. in Salzform als Lithiumcarbonat Lithiumcarbonat galt lange Zeit als in Anführungszeichen Goldstandard in der medikamentösen Therapie der bipolaren Störung. Auch heute noch wird es regelmäßig verschrieben, da es das einzige Medikament, das das neben der stimmungsstabilisierenden nachgewiesen auch eine antisuizidale bzw. suizidprophylaktische Wirkung aufweist. Vorsicht! Bei zu hohem Lithiumspiegel können Nebenwirkungen auftreten wie Tremor, Rigor, Übelkeit, Erbrechen, Herzrhythmusstörungen und Leukozytose. Ab einer bestimmten Konzentration besteht sogar Lebensgefahr. Aber auch bei angemessener Dosierung kann es zu problematischen Folgen wie Wasser- und Natriumverlusten, Übersäuerung des Blutes und einer lithiumbedingten Einschränkung der Nierenfunktion kommen. Daher sind regelmäßige Plasmaspiegelkontrollen in diesem Zusammenhang unabdingbar. Exkurs Ende Selbst im Falle kontinuierlicher medikamentöser Therapie besteht weiterhin ein erhebliches Risiko erneuter Krankheitsepisoden. Einerseits scheint das Wirkpotenzial von Lithium begrenzt zu sein, andererseits kann ein wesentliches Problem die Non-Compliance der Patienten darstellen. Aufgrund wesentlicher Nebenwirkungen der einzelnen Medikamente kann es den Betroffenen schwerfallen, die stimmungsstabilisierende Medikationen über sehr lange Zeit, in Klammern oft lebenslang, fortzusetzen. Vor diesem Hintergrund wird meist eine Kombination aus Pharmakotherapie und Psychotherapie empfohlen, mit dem Ziel, Behandlungsbereitschaft und Therapiemotivation zu erhalten und damit auch die Wirkung der stimmungsstabilisierenden Medikationen zu optimieren. 2. Psychotherapie Psychotherapeutische Maßnahmen bei bipolaren Erkrankungen sind vor allem während der Erhaltungsphase indiziert. Eine ausführliche Psychoedikation zu Krankheitsbild und Verlauf, Medikamentencompliance, Schlafregulation, Umgang mit Drogen und Alkohol, Stressbewältigung, Selbstbeobachtung von Stimmungen und Aktivitäten und anderes sind grundlegend für die weitere Behandlung. Im weiteren Verlauf geht es vor allem darum, die eigene chronische Erkrankung zu akzeptieren und einen angemessenen Umgang damit zu finden. In diesem Zusammenhang gilt es, Frühwarnsysteme zu erarbeiten. Risikosymptome, die potenzielle Rückfälle ankündigen können, werden herausgearbeitet, um darauf aufbauend Selbstmanagementstrategien zur Prophylaxe und Klammern zum Beispiel individuelle Problemlösestrategien für berufliche, soziale und familiäre Konfliktsituationen entwickeln zu können. Generell wichtig ist es für die Patienten weiterhin ein möglichst stressfreies Leben zu führen und feste Regelmäßigkeiten im Alltag zu verankern, in Klammern zum Beispiel Schlaf-Wachrhythmus, Ernährung etc. Darüber hinaus sollten Angehörige in die Behandlung integriert werden, in Klammern siehe Exkurs. Exkurs, Einbezug von Angehörigen Wenn möglich, sollten Familienmitglieder und andere wichtige Bezugspersonen in die Behandlung einer bipolaren Störung einbezogen werden. Nicht nur, weil die Störung Auswirkungen auf die Lebenswelt der Angehörigen hat und zu Unsicherheit, Überforderung und anderen Belastungen führen kann, sondern auch, weil zwischenmenschliche Konflikte, die unter anderem Resultat der bipolaren Störung sein können, das Rezidivrisiko erhöhen. Konfliktpunkte zwischen Betroffenen und Angehörigen während Erhaltungstherapie und Rückfallprophylaxe betreffen beispielsweise die Wahrnehmung von und den Umgang mit Frühwarnanzeichen oder das Einhalten von Arztbesuchen und der Medikamenteneinnahme. Hilfreich ist es hier, zunächst einen Perspektivenwechsel anzuregen, z.B. durch Übungen zum Perspektivenwechsel im Einzelsetting oder durch die Verständigung über unterschiedliche Sichtweisen, Befürchtungen und Bedürfnisse im Paargespräch. Anschließend sollten Kompromisse erarbeitet werden, die sowohl vom Betroffenen als auch vom Angehörigen akzeptiert werden. Exkurs Ende Unterabschnitt 4.2.5.3 Effektivität Effektivität medikamentöser Behandlungsansätze Für die Wirksamkeit der derzeit zur Behandlung bipolareffektiver Störungen zugelassenen Medikamente liegt eine Vielzahl stützender Belege vor. In Tabelle 4.8 im gedruckten Buch sind Medikamente aufgeführt, die in mindestens einer guten klinischen Studie wirksamer waren als ein Placebomedikament. Effektivität psychotherapeutischer Maßnahmen Lamed Ali verglichen in einer Studie zur Rückfallprävention bei 103 bipolar erkrankten Patienten die Effektivität und Langzeitwirksamkeit einer Standardbehandlung, in Klammern medikamentöse Therapie, mit der einer zusätzlichen Psychotherapie. In der Katamnese zeigte die Gruppe mit additiver psychotherapeutischer Behandlung signifikant bessere Ergebnisse hinsichtlich der Rückfallprävention in Klammern bis zu 6 Monate nach Therapieabschluss, der Zeit zum nächsten Rückfall bis zu 30 Monate später sowie in Selbstratings zur Stimmung, dem Umgang mit Prodromalsymptomen in Klammern Frühwarnzeichen und zur psychosozialen Funktionsfähigkeit. Zu beachten ist hierbei, dass die Wirkung der psychotherapeutischen Interventionen im Verlauf der Zeit abnahm. Dieser Befund legt die besondere Bedeutung von Boostersitzungen in Klammern Auffrischungssitzungen zur Aufrechterhaltung der während der Therapie erarbeiteten Kompetenzen und Strategien nahe. Scott, Colum und Vieta kommen in einer Meta-Analyse zu dem Ergebnis, dass Patienten mit bipolare Erkrankung während der Phasenprophylaxe von zusätzlichen psychotherapeutischen Interventionen in Klammern bei fortwährender Pharmakotherapie profitieren können. Verbesserungen traten hier vor allem hinsichtlich der Rückfallraten auf. Patienten, die zusätzlich psychotherapeutisch behandelt worden waren, erlebten rund 40% weniger Rückfälle im Vergleich zur ausschließlich medikamentösen Behandlung, vor allem dann, wenn die Anzahl bisheriger Rückfälle kleiner als 12 war. In Zukunft sollte der Fokus also vor allem weiter darauf gelegt werden, bei welchen Patienten sich additive Therapiemethoden zur Standardmedikation besonders bewähren können. Hautzinger und Meier fassen in einem systematischen Review zur Wirksamkeit psychotherapeutischer Interventionen bei der Behandlung bipolarer Störungen zusammen, dass Psychotherapie zwar keine, in Anführungszeichen, Heilung der Erkrankung erzielen, jedoch als durchaus sehr wertvolle Ergänzung zur Verbesserung der Symptomatik gesehen werden kann. Vor allem ein verbesserter Umgang mit Krisen sowie ein allgemein optimiertes Funktionsniveau können dazu beitragen, Rückfallraten bzw. die Anzahl erneuter Krankheitsepisoden zu reduzieren und die phasenfreie Zeit zwischen zwei Ebenen. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Abschnitt 4.3.1 Störungsbild und Klassifikation Suizidalität bezeichnet die Tendenz zur Selbsttötung, die sich auf einem Kontinuum von suizidalen Gedanken und Suizidideen über suizidale und riskante Verhaltensweisen bis hin zum Suizidversuch und Suizid abbildet. Als Suizid, in Klammern auch Selbsttötung, Selbstmord, wird eine absichtliche, bewusste, selbst herbeigeführte und selbst schädigende Handlung bezeichnet, die den eigenen Tod zum Ausgang hat. Davon abzugrenzen ist der Suizidversuch, bei dem die suizidale Handlung überlebt wird. Suizidgedanken variieren häufig im Schweregrad von Gedanken an den Tod, Todessehnsucht und dem Wunsch nach Ruhe bis hin zu konkret ausgearbeiteten Suizidplänen. Der Übergangsbereich von Suizidalität zur Selbstverletzung, die per se nicht den Tod zum Ziel hat, wird auch als Parasuizidalität bezeichnet. Besondere Erscheinungsformen der Suizidalität stellen weiterhin der erweiterte Suizid, in Klammern Mitnahme anderer Menschen in den eigenen Tod, sowie der Doppel- oder Massensuizid, in Klammern zeitgleicher Suizid zweier oder mehrerer Menschen dar. Definition Suizidalität beschreibt einen psychischen Zustand, in dem Gedanken und Verhaltensweisen darauf ausgerichtet sind, gezielt den eigenen Tod herbeizuführen oder diesen als möglichen Ausgang in Kauf zu nehmen. Definition Stopp Suizidalität beinhaltet bei den Betroffenen zwar den Wunsch, das eigene Leben zu beenden, häufig ist das Ziel eines Suizidversuches oder Suizid ist aber nicht der eigene Tod, sondern der Versuch einer unerträglich, ausweglos und hoffnungslos erscheinenden Situation zu entfliehen und den aktuell erlebten Zustand damit zu verändern. Suizidversuche und Suizide sind somit häufig impulsive Handlungen, bei denen der aktuelle seelische Schmerz als nicht länger aushaltbar erscheint und der Suizid als einzige Möglichkeit der Veränderung wahrgenommen wird. Viele suizidale Menschen schwanken dabei zwischen dem Wunsch zu leben und dem Wunsch zu sterben. Einerseits erscheint der Suizid als einzige Lösung und es werden keine anderen Alternativen gesehen, andererseits besteht häufig auch der Wunsch, die aktuelle krisenhafte Situation und das soziale Umfeld so zu verändern, dass ein Weiterleben möglich ist. Diese Ambivalenz stellt einen wichtigen Ansatzpunkt für die Behandlung von Suizidalität dar. Aufbauend auf dem Befunden einer der ersten großen empirischen Untersuchungen an 754 Patienten, die versucht hatten, sich das Leben zu nehmen, entwickelte Erwin Ringel das Konzept des sogenannten präsuizidalen Syndroms. Dessen erstes Charakteristikum besteht darin, dass die persönlichen Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten als massiv eingeschränkt wahrgenommen werden, in Klammern Rigidität, sodass die Situation unaushaltbar und ausweglos erscheint. Der suizidale Mensch verliert seine Spontanität, ist gehemmt und passiv. Er zieht sich aus bisher bedeutsamen Beziehungen zurück, was entweder als äußerer, sichtbarer Prozess oder als innere Vereinsamung geschieht. Bisherige Werte und Ziele verlieren dabei eine Bedeutung, wodurch das eigene Leben zunehmend als sinn- und wertlos eingeschätzt wird. Als zweites Charakteristikum des präsuizidalen Syndroms gilt nach Ringel, dass das Abreagieren bestehender Aggressionen nach außen gehemmt bzw. nicht möglich ist und sich die Aggression zunehmend gegen die eigene Person richtet. Diese Entwicklung wird zunehmend von Suizidgedanken als dritten Charakteristikum begleitet, welche sich zunächst in Form willentlich steuerbarer Vorstellungen manifestieren, die eine wichtige Entlastungsfunktion haben. Mit der Zeit gehen diese Vorstellungen dann jedoch in zwanghafte und nicht mehr willentlich kontrollierbare Fantasien über. In Bezug auf die Entwicklung der Suizidfantasien unterscheidet Ringel drei Entwicklungsstufen. Am Anfang steht die allgemeine Vorstellung, tot zu sein. Darauf folgt die Vorstellung, sich zu töten, ohne dass konkrete Durchführungspläne bestehen. Diese Pläne entstehen im dritten Schritt und sind oft bis in kleinste Einzelheiten ausgearbeitet. Suizidalität stellt für sich genommen weder im DSM-4-TR noch im ICD-10 eine psychische Störung dar. Im ICD-10 ist es jedoch möglich, die Art in Klammern des Versuchs einer Selbsttötung als Zusatzsymptom genauer zu spezifizieren, in Klammern X60 bis X84 vorsätzliche Selbstbeschädigung. Zudem gilt es, die Suizidalität im Rahmen der Diagnostik von psychischen Störungen, in Klammern zum Beispiel Depression, Borderline-Persönlichkeitsstörung, als Symptom abzuklären. Die Abklärung der Suizidgefahr spielt bei vielen psychischen Störungen eine wichtige Rolle und ist deshalb verbindlicher Bestandteil des ersten diagnostischen Gespräches. Die Suizidalität sollte jedoch auch im Falle von Krisen, fremdanamnestischen Hinweisen oder einer Verschlechterung des Befindens immer wieder neu abgeklärt werden. Problematisch erweist sich hierbei das Fehlen eindeutiger Kriterien zur Abklärung des Suizidrisikos. Es ist vielmehr, von einem Kontinuum auszugehen, innerhalb dessen der Therapeut das individuelle Risiko jedes Patienten subjektiv im Sinne einer Kurzzeitprognose bestimmen muss. Letztendlich beeinflusste allerdings auch immer die Kooperationsbereitschaft und Offenheit des Patienten die Möglichkeit zur Einschätzung des Suizidrisikos. Zur Bestimmung des individuellen Suizidrisikos sollte offen, direkt und empathisch nach dem Vorhandensein von Suizidalität gefragt werden. Hierbei ist es wichtig, möglichst konkrete Informationen zu der Art früherer und aktueller Suizidgedanken sowie Suizidhandlungen zu erhalten. Auf diesem Wege können zum Beispiel auf Gedankenebene Todessehnsüchte, Ruhewünsche in Klammern Auszeit, ausgearbeitete Suizidpläne und Suizideabsichten differenziert werden, die Anhaltspunkte über die aktuelle Suizidgefährdung und Absprachefähigkeit liefern. Weiterhin gilt es auch, die Suizidalität im Familien- und Freundeskreis in Klammern Modelllernen sowie akute Belastungsfaktoren, psychische Erkrankungen und Zukunftsperspektiven in Erfahrung zu bringen. Abschließend ist es wichtig, abzuklären, inwiefern ein Patient die Bereitschaft zeigt, konkrete Suizidhandlungen auf später zu verschieben und therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Überblick Bestimmung der Suizidgefahr Zur Bestimmung der Suizidgefahr sind in jedem Fall die folgenden Punkte genau abzuklären. Ankündigung des Suizids Klarheit und Persistenz der Suizidgedanken Konkrete Planungen und Vorbereitungen Frühere Suizidversuche Familienanamnese von Suizidhandlungen Gefühle von Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit Kontaktreduktion und Interesselosigkeit Perspektiven und zukunftsbezogenes Denken Überblick Ende Die Feststellung des individuellen Suizidrisikos sollte in keinem Fall ausschließlich durch psychologische Testverfahren erfolgen. Standardisierte Beurteilungsinstrumente stellen lediglich eine Hilfestellung zur möglichst umfassenden Exploration Suizidaler Patienten dar. Selbstbeurteilungsinstrumente zur Unterscheidung zwischen suizidgefährdeten und nicht-suizidgefährdeten Personen sind zum Beispiel der Reasons for Living-Fragebogen sowie der Fragebogentest zur Beurteilung der Suizidgefahr. Auch die Hoffnungslosigkeitsskalen von Krampen eignen sich als unterstützendes Diagnoseinstrument, da nach Beck Hoffnungslosigkeit als einer der stärksten Prädiktoren für Suizidalität gilt. Darüber hinaus existieren zahlreiche Fragebögen, die Items zur Suizidalität beinhalten. Entklammern zum Beispiel das Beck-Depressionsinventar und als Indikator zur Bestimmung der Suizidgefährdung herangezogen werden können. Fremdbeurteilungsverfahren stellen zum Beispiel die SAD Persons Scale zur Einschätzung des aktuellen Suizidrisikos nach Patterson und der Fragenkatalog zur Abschätzung von Suizidalität dar. Teilabschnitt 4.3.3 Epidemiologie Jährlich sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO etwa eine Million Menschen weltweit durch Suizid. Dies entspricht einer globalen Suizidrate von 0,016%. Somit stirbt weltweit etwa alle 40 Minuten ein Mensch durch Suizid. Die Dunkelziffer ist vermutlich um ein Vielfaches höher, da viele Suizide nicht als solche erkannt werden. Über die gesamte Lebensspanne hinweg liegt die Suizidprävalenz für Männer bei 1,5% und für Frauen bei 0,7%. In Deutschland lag nach Angaben der WHO die Suizidrate im Jahr 2006 für Männer bei 0,0179% und für Frauen bei 0,006%. Dies entspricht etwa 10.000 Menschen pro Jahr. Die Suizidraten in Deutschland liegen damit sowohl Europa als auch weltweit im mittleren Bereich und weisen insbesondere in den letzten Jahren einen stetig rückläufigen Trend auf. Zudem wird ein gravierender Geschlechtsunterschied deutlich. Männer begehen etwa dreimal so häufig wie Frauen Suizid. Bei Suizidversuchsraten zeigt sich dagegen ein umgekehrtes Muster. Auch wenn die Zahlen der erfolglosen Suizidversuche aufgrund fehlender statistischer Erfassung nur geschätzt werden können, zeigt sich, dass Frauen etwa dreimal so häufig wie Männer versuchen, sich selbst zu töten. Zusammengenommen wird die Anzahl der Suizidversuche auf bis zu 10 bis 20 Mal höher eingeschätzt als die der Suizide. Die höchsten Suizidversuchsraten finden sich bei weiblichen, jugendlichen und jungen Frauen zwischen 15 und 30 Jahren. Insgesamt erfolgen 76% aller Suizide durch Erhängen, Sturz aus Höhe, Erschießen, Überrollen lassen oder Ertrinken. Dagegen wurden etwa 80% der Suizidversuche durch Vergiftung mit Medikamenten oder durch Stiche und Schnitte verübt. Die unterschiedlichen Raten bei Männern und Frauen für Suizid und für Suizidversuche hängen unter anderem vermutlich mit den gewählten Methoden zusammen. Männer benutzen häufiger, in Anführungszeichen, harte Methoden wie Erhängen oder Erschießen, wohingegen Frauen eher, in Anführungszeichen, weiche Methoden wie Tabletten, Schlafmittel oder Gas verwenden und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, rechtzeitig entdeckt und gerettet zu werden. Fallbeispiel Der 71-jährige Herr S. wird von seiner Tochter zum Erstgespräch in die psychiatrische Klinik gebracht. Der ehemalige Richter leidet seit seiner Berentung unter chronischen Depressionen, Rückenschmerzen und Bluthochdruck. Nach dem Tod seiner Frau Anfang des Jahres hat er alle Anrufe von Freunden und Bekannten ignoriert, Besuche verweigert und sich so sozial nach und nach völlig isoliert. Aktuell hat er keine Hoffnung mehr, dass es ihm jemals wieder besser gehen wird. Die Tochter berichtet, mehrere angefangene Abschiedsbriefe in der Nachttischschublade entdeckt zu haben. Auf Nachfrage räumt Herr S. ein, nicht mehr leben zu wollen, um bereits konkrete Pläne und Vorstellungen zu entwickeln, wie er sich das Leben nehmen könne. So gehe er beispielsweise in letzter Zeit häufiger an der ICE-Bahnstrecke im Nachbarort entlang spazieren und halte nach geeigneten Stellen Ausschau, an denen er sich vor den Zug werfen könne. Die Frage, was ihn aktuell noch am Leben hält, kann er nicht beantworten. Er sehe keinen Sinn mehr in seinem Leben und nach dem Tod seiner Frau sei ihm nun eh alles egal. Im Anschluss an das Gespräch wird Herr S. mit seiner Zustimmung aufgrund von akuter Suizidalität vorübergehend in die geschlossene Psychiatrie aufgenommen. Fallstudie Ende. Teilabschnitt 4.3.4 Verlauf Studien der WHO zeigen, dass etwa 40% der Betroffenen mehr als einen Suizidversuch unternehmen. Bei etwa der Hälfte der Personen befinden sich weniger als 12 Monate zwischen den aufeinander folgenden Suizidversuchen. Früheres suizidales Verhalten ist damit ein starker Prädiktor für weiteres suizidales Verhalten und sollte in diagnostischen Gesprächen in jedem Fall abgeklärt werden. In Klammern siehe Abschnitt 4.3.2 Bei den meisten Suizidversuchen handelt es sich um Kurzschlussreaktionen. Etwa 80% der Überlebenden zeigen sich im Nachhinein froh über ihre Rettung. Weiterhin gilt es zu beachten, dass die Suizidgefährdung sowohl für Frauen als auch für Männer mit zunehmendem Lebensalter ansteigt. Teilabschnitt 4.3.5 Ethologie und Störungsmodell Unterabschnitt 4.3.5.1 Risikofaktoren Psychische Erkrankungen stellen einen hohen Risikofaktor für Suizidalität dar. So nehmen sich bis zu 15% der Menschen, bei denen eine schwere Depression diagnostiziert wurde, das Leben. Auch bei vielen anderen Störungen findet sich eine deutlich erhöhte Suizidrate, etwa bei Schizophrenie in Klammern 10%, Borderline-Persönlichkeitsstörung in Klammern 3 bis 10%, narzisstischer Persönlichkeitsstörungen in Klammern 8% oder Alkohol- und Substanzabhängigkeit in Klammern 15%. Auch bei bipolaren affektiven Störungen, Angst- und Anpassungsstörungen, Essstörungen und organischen psychischen Störungen werden erhöhte Suizidraten berichtet. Die Komorbidität mehrerer psychischer Erkrankungen stellt zudem einen weiteren Risikofaktor für Suizidalität dar. So weisen Menschen mit einer Komorbidität von Depression und substanzbezogenen Störungen das höchste Suizidrisiko auf. Weitere Risikofaktoren für suizidales Verhalten sind chronische körperliche Erkrankungen und ungünstige soziale Bedingungen wie etwa Einsamkeit und soziale Isolation, z.B. durch mangelnde familiäre Beziehungen, Arbeitslosigkeit oder Migrationshintergrund. Auch negative Lebensereignisse und Umstände sowie frühere Suizidversuche gehen mit einem erhöhten Suizidrisiko einher. Zuersteren zählen der Verlust von Bezugspersonen, das Auftreten von Erkrankungen, Arbeitsplatzverlust, finanzielle Schwierigkeiten, Gefängnisaufenthalte und traumatische Erlebnisse. Als weitere Risikofaktoren gelten männliches Geschlecht, höheres Alter, in Klammern besonders in Verbindung mit Krankheit und Einsamkeit, suizidales Verhalten in der Familie und im Freundeskreis Berichte über Suizide in den Medien, in Klammern Werte-Effekt, Entwicklungskrisen bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sowie Impulsivität. Für die Praxis Erhöhte Wachsamkeit bei Verhaltensänderungen Bei vielen Personen, die Suizid begehen, ist die Stimmung zunächst durch eine verstärkte Traurigkeit, Angst oder auch Wut geprägt. Das Denken dreht sich nur noch um das wahrgenommene Problem, für das keine andere Lösung als Suizid gesehen wird, in Klammern Tunnelblick. Es entwickelt sich ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und die Überzeugung, dass an den bestehenden Umständen und Problemen nichts mehr geändert werden kann. Gerade nach dem Fassen des Suizidentschlusses kann es daher im Sinne einer wahrgenommenen Entlastung zu einer plötzlichen Verbesserung der Stimmung kommen, die von Behandelnden fatalerweise als Therapiefortschritt und damit als verringerte Suizidalität fehlinterpretiert werden kann. Daher gilt es zu beachten, bei suizidalen Patienten ist auf jede Verhaltensveränderung mit erhöhter Wachsamkeit zu reagieren. Bei stationären Aufenthalten besteht das höchste Suizidrisiko in der Woche nach Aufnahme und in der Woche nach Entlassung. Praxisteil Ende Unterabschnitt 4.3.5.2 Psychodynamische Theorien der Suizidalität Nach Freuds psychodynamischer Theorie wird Suizidalität als nach innen gerichtete Wut verstanden, die aus Angst vor einem Kontaktabbruch nicht gegen die anderen, zugleich geliebten und gehassten, menschengerichtet werden kann, während Freud die Aggression somit nicht als angeboren, sondern als Konsequenz einer ambivalenten Einstellung annimmt, geht Menninger in seiner Theorie der Selbstdestruktivität von einem angeborenen selbstdestruktiven Potenzial im Sinne eines Todestriebs aus, welches beim gesunden Menschen normalerweise durch das Ich begrenzt wird und nur bei einer Schwächung des Ichs in Erscheinung tritt. Unterabschnitt 4.3.5.3 Suizidalität als Problemlösestrategie Schneidman nimmt an, dass der Suizid als eine Lösungsmöglichkeit für ein Problem angesehen wird, das starkes Leid verursacht. Durch die eingeengte Wahrnehmung von Handlungsalternativen werden alternative konstruktive Lösungen nicht mehr wahrgenommen und der Suizid wird als einzige Möglichkeit gesehen, das Leid zu beenden. Auch Leinhann erklärt suizidale Verhaltensmuster im Rahmen eines biopsychosozialen Modells als mangelhafte Problemlösestrategien auf überschießende, unangenehme, negative und intensive Emotionen. Unterabschnitt 4.3.5.4 Die soziologische Theorie des Suizids Nach der aus zahlreichen Suizidstatistiken hervorgegangenen soziologischen Theorie von Durkheim wird die Wahrscheinlichkeit eines Suizids davon bestimmt, in welchem Ausmaß ein Individuum an die Gesellschaft angepasst ist. Je stärker eine Person in die soziale Gemeinschaft integriert ist, desto geringer ist ihr Suizidrisiko. Hierbei werden der egoistische, altruistische, fatalistische und anomische Suizid unterschieden. Es wird angenommen, dass eine geglückte Anpassung des Individuums an die Gesellschaft sowohl eine im mittleren Bereich ausgeprägte Individuation als auch in mittlerer Ausprägung festgelegte soziale Normen voraussetzt. Ist die Anpassung des Individuums an die Gesellschaft zu schwach ausgeprägt, kann durch Isolation ein egoistischer Suizid resultieren. Ist das Individuum dagegen zu stark mit der Gesellschaft identifiziert, ist ein altruistischer Suizid zu erwarten. Sehr enge Normen begünstigen fatalistische Suizide, zum Beispiel in Form von Märtyrer-Toden, während sehr weite und unbestimmte Normen durch die resultierende Desorientierung zum anomischen Suizid führen können. Die Theorie wurde aufgrund ihrer unpräzisen Festlegung der Bezugsgruppe, in Klammern zum Beispiel Familiensystem, religiöse Gemeinschaften, Staat und mangelnder empirischer Grundlage vielfach kritisiert. Unterabschnitt 4.3.5.5 Die interpersonelle Theorie des versuchten und vollendeten Suizids Die interpersonelle Theorie des versuchten und vollendeten Suizids von Joyner setzt drei notwendige Bedingungen für den Suizid eines Individuums voraus. Die erworbene Fähigkeit zur Ausführung letaler Selbstverletzung, zum Beispiel durch eine Vorgeschichte von wiederholten Selbstverletzungen, Gewalt und Missbrauch oder Habituation an Intoxikation durch Alkohol und Drogen. Die Annahme, für andere eine Belastung darzustellen, zum Beispiel durch Erkrankung oder Armut. Die Annahme zu keiner wertvollen sozialen Gruppe zu gehören, zum Beispiel aufgrund unbeständiger Familienverhältnisse oder verlassen werden. Die Erfüllung aller drei Bedingungen geht mit einem stark erhöhten Suizidrisiko einher. Unterabschnitt 4.3.5.6 Biologische Faktoren Bei durch Suizid verstorbenen Menschen konnten postmortem im präfrontalen Kortex präsynaptisch verminderte Konzentrationen von Serotonin-Metaboliten sowie hierdurch hervorgerufen eine kompensatorisch erhöhte Rate an postsynaptischen Serotonin-Rezeptoren nachgewiesen werden. Bei der Serotonin-Hypothese der Suizidalität wird daher angenommen, dass die verminderte serotonerge Aktivität im präfrontalen Kortex eine mangelnde Inhibition impulsiven und aggressiven Verhaltens hervorruft und hierdurch eine ausbleibende Hemmung suizidaler Verhaltensweisen bewirkt. Die Entstehung dieser verminderten serotonergen Aktivität wird auch mit einer chronischen Überaktivität des stressassoziierten Hypothalamus-Hypophysen- Nebennierenrinnensystems in Verbindung gebracht. Die Hypothesen zum Zusammenhang zwischen niedriger serotonerger Aktivität und erhöhter Impulsivität und Autoaggressivität sind jedoch bislang noch nicht hinreichend belegt. Für die Praxis Falsche Annahmen über Suizidalität Wer von Suizid spricht, tut es nicht. Suizid wird ohne Vorwarnung begangen. Suizid begehen nur Angehörige einer bestimmten Klasse. Die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft verringert das Suizidrisiko. Die Gründe für einen Suizid sind leicht zu ermitteln. Wer sich umbringt, ist depressiv. Wer unheilbar krank ist, begeht keinen Suizid. Wenn sich die Gefühlslage bessert, verringert sich die Suizidgefahr. Suizidale Menschen wollen eindeutig sterben. Praxisteil Ende Teilabschnitt 4.3.6 Behandlung Unterabschnitt 4.3.6.1 Suizidprävention Suizidprävention hat zum Ziel, die Umsetzung von Suizidgedanken in Suizidhandlungen zu verhindern und stellt damit einen Zeitgewinn für die Durchführung von therapeutischen Interventionen dar. In den letzten Jahren wurde der Prävention von Suiziden zunehmend mehr Bedeutung beigemessen, was zum Beispiel zur Entstehung zahlreicher Suizidpräventionszentren und Notruftelefondiensten wie der Telefonseelsorge führte. Zur Suizidprävention zählen weiterhin strukturelle Maßnahmen zur Beeinflussung ungünstiger gesellschaftlicher Bedingungen, wie sich am Beispiel strengerer gesetzlicher Kontrollen von Handfeuerwaffen in den USA erfolgreich zeigte. Auch die Aufklärung der Bevölkerung und von Fachleuten, zum Beispiel über Kommunikationsnetzwerke, stellt einen wichtigen Ansatz zur Suizidprävention dar. Unterabschnitt 4.3.6.2 Behandlung von Suizidalität Der Übergang von Prävention zur Therapie von Suizidalität ist oftmals fließend. Die Behandlung von Suizidalität umfasst in der Regel zunächst eine Phase der Krisenintervention, innerhalb derer akute suizidale Krisen durch unterschiedliche Interventionen behandelt werden können, zum Beispiel durch Medikation oder Reduktion auslösender Stressoren. In dieser Phase sind die Schaffung einer sicheren Umgebung und die Herstellung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung von hoher Relevanz. Auf dieser Grundlage können eine Diagnosestellung und die Exploration der aktuell vorliegenden Problematik erfolgen. Die Suizidpläne oder Handlungen müssen in jedem Fall offen angesprochen und diskutiert werden. Das oberste Ziel der psychotherapeutischen Behandlung ist zunächst, den Patienten am Leben zu halten und ihn in einer nicht-suizidalen Verfassung zu stabilisieren. Wichtige erste Maßnahmen zur Suizidbehandlung bestehen in der Einleitung eines Klärungs- und Entscheidungsprozesses hinsichtlich der vorliegenden Problematik und Suizidalität, im Perspektivenaufbau sowie in der Erarbeitung und Umsetzung von Lösungsmöglichkeiten. Dabei ist es wichtig, als Therapeut nicht ausschließlich gegen die Suizidalität zu argumentieren, sondern das emotionale Erleben zu validieren und Vor- und Nachteile eines Suizids kritisch zu diskutieren und abzuwägen. Ist der Patient nicht in der Lage, sich von konkreten suizidalen Verhaltensweisen zu distanzieren, sind Psychologen und Ärzte verpflichtet, den Suizid durch die Veranlassung einer Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik, in Klammern, gegebenenfalls auch gegen den Willen des Patienten mithilfe einer richterlichen Verfügung zu verhindern. Der wesentliche Ansatzpunkt der Therapie liegt nach Stabilisierung des Patienten immer in der Behandlung der zugrunde liegenden psychischen Störung bzw. Problematik. Aufgrund eines Mangels an randomisiert kontrollierten Studien besteht aktuell weder für die Psychotherapie noch für die Pharmakotherapie eine ausreichende Evidenzbasierung in Bezug auf die Effekte dieser Interventionen auf die Suizidrate. Für die Praxis Richtlinien für die Behandlung suizidgefährdeter Patienten Sprechen Sie offen und objektiv über den Suizid. Vermeiden Sie abwertende Erklärungen von suizidalem Verhalten oder Motiven. Bieten Sie eine problemlöse Theorie für das suizidale Verhalten an und machen Sie deutlich, dass der Suizid eine unangemessene und Schrägstrich oder ineffektive Lösung darstellt. Beziehen Sie wichtige Bezugspersonen und andere Therapeuten mit ein. Planen Sie ausreichend häufig Sitzungen und berücksichtigen Sie auch die längerfristigen Ziele in der Therapie. Seien Sie sich der Vielzahl der Einflüsse, die auf den Patienten einwirken, bewusst und vermeiden Sie eine omnipotente Einstellung oder die Übernahme der Verantwortung für das suizidale Verhalten des Patienten. Konsultieren Sie Kollegen. Halten Sie gelegentlich Kontakt zu Personen, die eine Therapie ablehnen. Treffen Sie Vorkehrungen für Krisensituationen, in Klammern zum Beispiel Todestage von Angehörigen. Überprüfen Sie ständig das Risiko für Suizid und suizidales Verhalten. Seien Sie erreichbar. Setzen Sie sich mit lokalen Notfall-, Krisen- und Suizidzentren in Verbindung. Geben Sie dem Patienten eine Krisenkarte, Telefonnummer des Therapeuten, der Polizei, von Krisenzentren, Kliniken und Bezugspersonen. Behalten Sie die Telefonnummern und Adressen der Patienten und ihrer Bezugspersonen bei sich. Schließen Sie einen kurzfristigen Antisuizidvertrag ab und aktualisieren Sie ihn ständig. Nehmen Sie Kontakt zum Arzt des Patienten im Hinblick auf die Gefahr der Überdosierung von Medikamenten auf. Zwingen Sie den Patienten nicht dazu, sich durch Gespräche über Suizid oder entsprechende Vorstellungen ihre Zuwendung zu verschaffen. Zwingen Sie den Patienten nicht dazu, sich durch Gespräche über Suizid oder entsprechende Vorstellungen ihre Zuwendung zu verschaffen. Drücken Sie Ihre Sorge offen aus und bringen Sie dem Patienten bedingungslose Wärme und Zuwendung entgegen. Klären Sie den Patienten über die wahrscheinliche Reaktion des Therapeuten auf das suizidale Verhalten auf und klammern zum Beispiel, wenn der Patient stirbt, wird der Therapeut traurig sein, aber sein Leben weiterführen. Sorgen Sie dafür, dass der Patient realistische Erwartungen an die Reaktionen anderer auf zukünftiges suizidales Verhalten hat. Schalten Sie den Arzt oder die Polizei ein bzw. bringen Sie einen wenig kooperativen, suizidgefährdeten Patienten selbst in eine Klinik bzw. psychiatrische Klinik. Praxisteil Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 5 Angststörungen Abschnitt 5.1 Spezifische Phobien Von Judith Kowalski und Matthias Berking Teilabschnitt 5.1.1 Störungsbild und Klassifikation Spezifische Phobien zeichnen sich durch eine dauerhafte, extreme und kulturell unangepasste Angst vor bestimmten Objekten oder Situationen aus, die objektiv keine Gefahr darstellen. In der Folge vermeiden die Betroffenen die angstauslösenden Situationen bzw. Objekte Die Bezeichnung spezifisch bezieht sich auf die Tatsache, dass die gefürchteten Objekte bzw. Situationen vom Patienten in der Regel klar benannt und eingegrenzt werden können. Definition Spezifische Phobien sind Angsterkrankungen, bei denen die Betroffenen unter extremer Furcht vor bestimmten Objekten oder Situationen leiden. Definition Ende Fallbeispiel Spezifische Phobie Frau C. ist 31 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Ihr Mann arbeitet als Fernfahrer und ist daher beruflich viel unterwegs, sodass Frau C. häufig alleine mit den Kindern zu Hause ist. Seit sie sich erinnern kann, leidet sie unter extremer Angst, wenn sie mit Spinnen konfrontiert wird. Schon als Teenager bekam Frau C. regelrechte Angst Anfälle mit Übelkeit, Herzrasen und Schweißausbrüchen, wenn sie auch nur eine winzige Spinne an der Decke sah. Deshalb ist es ihr heute kaum möglich, in Räume zu gehen, in denen sich Spinnen befinden oder theoretisch befinden könnten. Unter anderem hat das zur Folge, dass Frau C. ihre Wäsche nicht mehr im Keller waschen oder aufhängen kann, weil dort das Risiko, einer Spinne zu begegnen, deutlich erhöht ist. Außerdem öffnet sie in der Wohnung nur noch Fenster, an denen Insektengitter angebracht sind, achtet ständig darauf, dass die Haustür geschlossen ist und kontrolliert die Wohnung täglich mehrmals nach Spinnen. Vor allem unter der Woche, wenn Frau C. alleine zu Hause ist und ihr niemand helfen könnte, die Tiere zu beseitigen, breitet ihr die Angst, große Schwierigkeiten alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Fallbeispiel Ende Die früher benutzte Bezeichnung einfache Phobie wurde durch spezifische Phobie ersetzt, um dem Eindruck entgegenzuwirken, es handelte sich um eine in Anführungszeichen leichte Form der phobischen Erkrankung. Die Lebenszeitprävalenz spezifischer Phobien ist insgesamt zwar relativ hoch, dennoch suchen die Betroffenen vergleichsweise selten therapeutische Behandlung. Die spezifischen Phobien zählen zu den Angsterkrankungen, welche in Tabelle 5.1 im gedruckten Buch dargestellt sind. Im ICD-10 sind die spezifischen Phobien der Kategorie F4, neurotische, belastungs- und somatoforme Störungen, zugeordnet. Für die Diagnose einer spezifischen Phobie müssen die in Tabelle 5.2 im gedruckten Buch aufgeführten Kriterien erfüllt sein. Sowohl im ICD-10 als auch im DSM Römisch 4 wird zwischen 5 Typen spezifischer Phobien unterschieden. Tiertypus Beispielsweise Angst vor Spinnen, Schlangen oder Insekten. Oftmals werden besonders die abrupten Bewegungen der Tiere gefürchtet. Phobien dieser Art beginnen in der Regel bereits vor dem 10. Lebensjahr. Umwelttypus Hier besteht die Angst vor Naturereignissen wie Gewitter, Sturm oder Wasser im Vordergrund. Der Beginn liegt auch hier in der Regel in der Kindheit. Situationstypus Es werden bestimmte Situationen wie Fahrstühle, Tunnel, Züge, aber auch Menschenmengen oder enge Räume gefürchtet, sodass zum Teil eine Überlappung mit der Panikstörung mit Agoraphobie bestehen kann. Blutspritzen und Verletzungstypus Die Betroffenen zeigen eine ausgeprägte Angst vor Arztbesuchen oder Spritzen. Besonders relevant ist bei diesem Typus, dass zum Teil wichtige Untersuchungen oder Behandlungen nicht wahrgenommen werden. Eine Besonderheit ist, dass bis zu 75% der Betroffenen in einer entsprechenden Situation in Ohnmacht fallen, was eine für Angsterkrankungen untypische physiologische Reaktion ist. Anderer Typus Sonstige Kategorien wie zum Beispiel die Angst vor Ersticken, vor kostümierten Personen oder vor Situationen, in denen es zum Erwerb einer Krankheit kommen kann, etwa bei Insektenstichen oder Infektionen durch Milben oder Zecken. Da ein phasenweises Auftreten von Ängsten vor bestimmten Gegenständen, Tieren oder Situationen bei Kindern weit verbreitet ist und diese Ängste oft von selbst wieder abklingen, wird bei Kindern und Jugendlichen eine entsprechende Diagnose, in Klammern F93.1, erst nach dem Fortbestehen der Symptomatik über mindestens vier Wochen vergeben, in Klammern Siehe Kapitel 14. Das Erkennen von Phobien im Kindesalter ist unter anderem auch aufgrund des Sachverhaltes von Bedeutung, dass Angststörungen im Kindesalter als wichtige Prädiktoren für verschiedenste psychische Störungen im Erwachsenenalter identifiziert wurden. Teilabschnitt 5.1.2 Diagnostik Ängste im Rahmen spezifischer Phobien sind in der Regel eng auf bestimmte Situationen bzw. Objekte umgrenzt. Problematisch kann jedoch die Unterscheidung zwischen einem noch in Anführungszeichen normalen Ausmaß an Angst und einer pathologischen Angstreaktion im Sinne einer Phobie sein. Vor diesem Hintergrund spielt für die kategorisierende Diagnostik eines letztlich als Kontinuum zu sehenden Phänomens die emotionale Belastung bzw. die konkrete Beeinträchtigung der Patienten eine zentrale Rolle. Zur Diagnostik spezifischer Phobien stehen sowohl störungsübergreifende als auch zahlreiche spezielle diagnostische Instrumente zur Verfügung. Die üblichen strukturierten, z.B. DIPS oder SCID bzw. standardisierten, in Klammern z.B. CD, Interviewverfahren, erlauben über die eigentliche Diagnose hinaus auch eine genaue Abklärung eventueller Komorbiditäten. Der schwere Grad der spezifischen Phobie kann anhand entsprechender Selbstbeurteilungsfragebögen erfasst werden. Diese liegen zu nahezu allen Typen spezifischer Phobien vor. In Klammern siehe Tabelle 5.3 im gedruckten Buch. Teilabschnitt 5.1.3 Epidemiologie und Verlauf Prävalenz Die 12-Monats-Prävalenz spezifischer Phobien in der Erwachsenen-Allgemeinbevölkerung liegt nach Wittchen und Heuer zwischen 4,5% für Männer und 10,8% für Frauen, in Klammern gesamt 7,6%. Die Lebenszeitprävalenz wird nach Hamm mit bis zu 15% angegeben. Frauen sind in etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer, wobei die Geschlechterverteilung sich zwischen den verschiedenen Typen nochmals unterscheidet. Generell variiert auch die Auftretenshäufigkeit der verschiedenen Subtypen. Nach Frederikson et al.i. wird der situative Typus am häufigsten diagnostiziert, danach folgen der Tiertypus und der Blutspritzen- und Verletzungstypus. Komorbidität Nur etwa 12-30% der Phobiker suchen eine Behandlungseinrichtung auf, und dies in der Mehrzahl der Fälle aufgrund komorbid auftretender Störungen, in Klammern, vor allem anderer Angststörungen. In diesem Sinne berichten Wittchen und Vossen beispielsweise Komorbiditätsraten von 44% für Sozialphobie und 15% für Panikstörung. Aber auch posttraumatische Belastungsstörungen, Zwangsstörungen, affektive und somatoforme Störungen treten häufig gemeinsam mit spezifischen Phobien auf. Verlauf Die ersten Symptome spezifischer Phobien zeigen sich üblicherweise bereits in der Kindheit oder dem frühen Erwachsenenalter, wobei das Ersterkrankungsalter zwischen den verschiedenen Formen variiert. Tier- sowie Blut- und Spritzenphobien beginnen oftmals bereits zwischen dem 5. und 9. Lebensjahr. Auch der Umwelttypus hat seinen Ursprung in der Regel in der Kindheit und ist verhältnismäßig selten erst ab dem Erwachsenenalter zu finden. Im Gegensatz zum Umwelttypus nehmen situative Phobien mit dem Alter tendenziell zu und zeigen eine zweigipflige Verteilung mit einem zweiten Höhepunkt um das 20. Lebensjahr. Teilabschnitt 5.1.4 Äthiologie und Störungsmodell Zwei-Faktoren-Theorie Die wohl am weitesten verbreitete und einflussreichste Theorie zur Äthiologie spezifischer Phobien ist die von Mora veröffentlichte Zwei-Faktoren-Theorie. Danach erwerben ursprünglich neutrale Reize durch die Kopplung mit traumatischen Ereignissen deren angstauslösende Wirkung, in Klammern erster Faktor, klassische Konditionierung. Die in der Folge einsetzende Vermeidung der angstauslösenden Stimuli wird durch negative Verstärkung, in Klammern Abnahme der Angst, selektiv verstärkt, in Klammern zweiter Faktor, operante Konditionierung und führt letztlich dazu, dass keine Löschung stattfinden kann und die Angst langfristig aufrechterhalten bleibt. Nach folgenden Forschungen haben allerdings gezeigt, dass sich bei vielen Patienten keinerlei traumatische Erlebnisse identifizieren lassen. Unter anderem mit Blick auf diese Befunde stellte Seligmann die Hypothese auf, dass sich Reize unterscheiden in Bezug auf ihr Potential als konditionierter Angststimulus zu fungieren. Im Sinne eines sogenannten Preparedness-Ansatzes geht er dabei von reizspezifischen biologischen Prädispositionen aus, welche sich im Laufe der Evolution herausgebildet haben. Aufgrund des damit verbundenen Reproduktionsvorteils sind beispielsweise Angstreaktionen auf Spinnen, Engen oder Höhen leichter, schneller und stabiler zu konditionieren, als auf Kuscheltiere oder Blumen. 3-Pathway-Modell und seine Erweiterungen Das 3-Pathway-Modell nach Rachman schlägt generell drei Wege des Angsterwerbs vor. Klassische bzw. Operante Konditionierung, Imitations- bzw. Modelllernen sowie Instruktionslernen in Klammern z.B. Ängste oder Warnungen der Eltern. Auch diese Theorie wurde in der Vergangenheit kritisiert, da ebenfalls nicht für jede Phobie eine entsprechende Erklärung gefunden werden konnte. Poten und Menzies ergänzen das Rachman-Modell schließlich um einen vierten Aspekt. Ihre Auffassung nach entstehen Phobien durch mangelnde Erfahrung in der Bewältigung von potenziell angstauslösenden Situationen. Sie konnten nachweisen, dass beispielsweise Kinder, die öfter hingefallen waren und mehr Erfahrungen mit Höhe gemacht hatten, in der Folge seltener an Höhenangst litten. Nach Meinung der Autoren sind sie durch ihre entsprechenden Erlebnisse besser in der Lage, ihre angeborene Furchtdisposition zu überwinden und mit positiven Lernerfahrungen zu bewältigen. Vulnerabilitätsstressmodelle In den gängigen Vulnerabilitätsstressmodellen wird von einer angeborenen Prädisposition bezüglich der Entwicklung von Angsterkrankungen ausgegangen. Hinweise auf die Bedeutung einer solchen angeborenen Anfälligkeit finden sich beispielsweise in Familienstudien. Diese zeigen, dass innerhalb von Familien bestimmte Typen von Phobien besonders häufig auftreten, in Klammern vor allem der Blutspritzen- und Verletzungstypus. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass eine frühkindliche Neigung zur Verhaltensgehemmtheit, in Klammern siehe Behavioral Inhibition System, einen Risikofaktor für die Ausbildung einer Angststörung darstellt. Aus neurophysiologischer Perspektive sind Befunde relevant, denen zufolge Läsionen der Amygdala, in Klammern welche weithin als das Angst- und Furchtzentrum des zentralen Nervensystems gesehen wird, konditionierte Furchtreaktionen verhindern, während elektrische Stimulationen der Amygdala diese Reaktionen induzieren. Bei PET-Untersuchungen in Klammern Positronen-Emissionstomographie zeigte sich, dass die Konfrontation mit aversiven Reizen bei Patienten mit spezifischer Phobie zu einer verstärkten Aktivität der Amygdala führt. Teilabschnitt 5.1.5 Behandlung Bei kaum einer Störung ist die Behandlungsempfehlung so eindeutig wie bei spezifischen Phobien. In diesem Bereich gelten Konfrontationsverfahren eindeutig als der vielversprechendste Ansatz, in Klammern Evidenzklasse 1a, siehe Kapitel 15, Band 2. Die konkreten Vorgehensweisen unterscheiden sich zum einen in Bezug darauf, ob sie eher massiert oder eher graduiert und ob sie in vivo, in Klammern in der Realität, oder in Sensu, in Klammern in der Vorstellung, durchgeführt werden. Graduierte Exposition Bei der systematischen Desensibilisierung führt die in Sensu-Konfrontation mit ansteigend angstauslösenden Reizen im entspannten Zustand zu einer konditionierten Hemmung der Angstreaktion, in Klammern, reziproke Inhibition. Beim Habituationstraining hingegen wird davon ausgegangen, dass die Reaktionsstärke nach wiederholter realer in vivo Präsentation des angstauslösenden Reizes abnimmt, in Klammern, siehe Beispiel. Massierte Exposition Bei massierten Vorgehensweisen wird der Patient direkt mit maximal angstauslösenden Reizen konfrontiert. Die Konfrontation kann auch hierbei sowohl in Sensu, in Klammern Implosion, als auch in vivo, in Klammern Flooding, geschehen. Für eine detaillierte Darstellung der Verfahren sei auf Kapitel 3, Band 2 verwiesen. Beispiele einer gestuften Konfrontation in vivo Therapie einer Schlangenphobie in Klammern Ophiophobie Schlangenbilder in Enzyklopädie ansehen Schlangenbilder in Enzyklopädie berühren Plastikschlange kaufen Plastikschlange berühren, damit spielen Zoobesuch Terrarium ansehen, Verhalten der Schlange erklären lassen Mit einer lebendigen Schlange in einem Raum aufhalten Therapeut nimmt Schlange um den Hals Patient nimmt Schlange um den Hals Beispielende Effektivität Die Effektstärke der Konfrontationsbehandlung in vivo wird in einer Meta-Analyse von Wolicki-Taylor et al.i. mit D gleich 1,05 angegeben Dies kann als starker Effekt bezeichnet werden welcher mit keiner anderen Therapiemethode bei der Behandlung spezifischer Phobien vergleichbar ist Applied Tension Ein Sonderfall stellt die Behandlung der Blutspritzen- und Verletzungsphobie dar Bei dieser Phobie zeigen Patienten eine spezifische physiologische Reaktion in Klammern biphasisch auf Blut-Spritzenreize Durch ein plötzliches Absenken des Blutdrucks kommt es zu Ohnmachtsanfällen in Klammern Synkopen anstatt in Klammern wie bei Angsterkrankungen üblich zu einer Sympathikusaktivierung in Klammern unter anderem Steigerung des Blutdrucks Erhöhung der Herzrate als Reaktion auf den Angstreiz Daher ist hier das Verfahren der Applied Tension indiziert Mit dem Ziel einer kurzfristigen Blutdrucksteigerung wird das gezielte Anspannen der Skelettmuskulatur erlernt in Klammern z.B. progressive Muskelrelaxation ohne Entspannungselemente um eine situationsgebundene Ohnmacht zu vermeiden In der ursprünglichen Version des Entwicklers beinhaltet die Behandlung fünf Sitzungen Sitzung 1 Verhaltensanalyse Lernen der Anspannungstechnik Sitzungen 2 und 3 Darbietung von angstauslösendem Bildmaterial Wahrnehmen erste Anzeichen einer Ohnmacht in Klammern z.B. kalter Schweiß Ohrensausen Anwenden der Anspannungstechnik Sitzung 4 Besuch bei einer Blutspendeeinrichtung Beobachtung anderer Patienten sowie eigene Blutspende Anwenden der Anspannungstechnik Sitzung 5 Beobachtung einer Operation in Klammern z.B. am offenen Herzen Anwenden der Anspannungstechnik Effektivität Ziel einer Studie von Oest, Felenius und Sterner war es herauszufinden welche der Komponenten der Applied Tension Behandlung die eigentlich wirksame darstellt Verglichen wurde das Applied Tension Verfahren mit einer Konfrontation in vivo in Klammern ohne Coping Technik sowie der reinen Anspannungstechnik in Klammern ohne Konfrontation Im Gegensatz zu der klaren Indikation von Konfrontationsverfahren bei anderen phobischen Ängsten erwiesen sich sowohl angewandte Anspannung als auch Anspannung allein als effektiver als die reine Konfrontation in vivo Dieses Ergebnis ließ sich darüber hinaus auch im Einjahr Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Abschnitt 5.2 Soziale Phobie Von Silke Rusch, Michael Ziegler und Tanja M. Lincoln Teilabschnitt 5.2.1 Störungsbild Menschen mit einer sozialen Phobie leiden unter starke Angst und Unsicherheit in interaktions- oder leistungsbezogenen Situationen Zentral ist hierbei in der Regel die Befürchtung vor negativen Bewertungen durch andere Typische angstauslösende Situationen sind Vorträge oder Referate vor einem größeren Auditorium oder wichtige Gespräche mit Vorgesetzten aber auch alltägliche Situationen wie Unterschreiben an einer stark frequentierten Supermarktkasse Essen in der Öffentlichkeit oder Telefonieren Grundsätzlich kann es in nahezu jeder öffentlichen sozialen Situation zu störungswertigen Ängsten kommen Die ängstigenden Situationen können interindividuell sehr unterschiedlich sein Bleiben die sozialen Ängste begrenzt auf eine oder wenige sehr ähnliche Situationen so spricht man von der spezifischen Form der sozialen Phobie Sind zahlreiche verschiedene Situationen mit beeinträchtigenden Ängsten verbunden so liegt eine generalisierte Ausprägung der Störung vor Art und Stärke der Angstsymptome können sehr unterschiedlich sein Während manche Menschen vor allem unter subjektiv erlebte Angst leiden die äußerlich kaum wahrnehmbar ist kann sich die Angst bis hin zu Panik attacken mit auffälligen körperlichen Manifestationen in Klammern zum Beispiel Zittern starkes Erröten steigern Patienten mit sozialer Phobie haben in der Regel Angst davor Fehler zu begehen oder Angstsymptome zu zeigen in Klammern zum Beispiel Stottern Erröten beim Vortrag Zittern beim Schreiben oder Essen Sie befürchten, dass diese von anderen Personen wahrgenommen werden und zu negativen Bewertungen führen Daher werden angstauslösende Situationen oft vermieden oder nur unter dem Einsatz sogenannten Sicherheitsverhaltens in Klammern siehe Definition durchstanden Diese Strategien bewirken kurzfristig meist eine gewisse Angstreduktion sind jedoch langfristig oft kontraproduktiv da sie zu einer Aufrechterhaltung oder Verstärkung der Problematik beitragen in Klammern siehe Abschnitt 5.2.4 Häufig werden von Patienten vor einer sozialen Situation detaillierte Bilder von sich selbst in Klammern Self-Images generiert die eine Art visuelle Ausgestaltung der gehegten Befürchtungen darstellen Katastrophisierende Vorstellungen dieser Art führen oft zu Erwartungsängsten weit im Vorfeld der eigentlichen Konfrontation mit der befürchteten Situation in Klammern siehe Fallbeispiel Ist das Ereignis vorbei, grübeln viele Betroffene über ihr Verhalten während der Situation in Klammern Post-Event-Raminading Dabei werden belastende Erlebnisse und vermeintliche eigene Fehler oft selektiv wahrgenommen und erinnert was zu einer Abwertung der Situation oder des Selbst führen kann Definition Durch Sicherheitsverhalten versucht der Betroffene Angst oder Angstsymptome in der sozialen Situation zu minimieren oder zu verbergen Die Situation erscheint dadurch kurzfristig erträglicher oder kontrollierbarer Langfristig sind diese Verhaltensweisen jedoch dysfunktional Sie lenken die Aufmerksamkeit noch stärker auf die Angstsymptome und verhindern korrektive Erfahrungen Damit tragen sie zu einer Aufrechterhaltung der Angst bei Beispiele für Sicherheitsverhalten Auswendig lernen eines antizipierten Gesprächsbeitrags Tragen bestimmter Kleidung um Schweißflecken oder Rotwerden zu verbergen Auswahl eines versteckten Platzes im Restaurant Alkohol trinken, um in Anführungszeichen locker zu werden Festhalten einer Zigarette, um die Hände unter Kontrolle zu halten Definition Ende Bei einem Teil der betroffenen Personen liegen Defizite in der sozialen Kompetenz in Klammernvergleiche Kapitel 9, Band 2 vor welche jedoch nicht mit sozialer Phobie gleichzusetzen sind Viele Patienten mit sozialer Phobie verfügen über eine angemessene soziale Kompetenz auf die sie im akuten Angstzustand aber nicht zurückgreifen können Liegen soziale Kompetenzdefizite vor so sollte diesen in der Psychotherapie gegebenenfalls ergänzend durch geeignete Interventionen Fallbeispiel Herr F. ist 25 Jahre alt und leidet seit etwa 10 Jahren unter massiven Ängsten in fast allen sozialen Situationen Sobald er im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe oder Gespräche außerhalb seiner Familie führen müsse lebe er starke Furcht die sich bis hin zu Panikattacken steigern könne Der Patient wuchs in einer wohlhabenden Familie auf in der viel Wert auf gute schulische Leistungen gelegt worden sei Während der Pubertät sei Herr F. sehr übergewichtig gewesen Daher sei er von Mitschülern häufig gehänselt später sogar massiv gemobbt worden Überhaupt sei er zu Schulzeiten stets der Außenseiter gewesen Nach einem durchschnittlichen Abitur begann Herr F. ein Studium der Betriebswirtschaft Aus Angst vor Missbilligung habe er sich nie getraut seinen Eltern zu sagen dass er eigentlich Automobilkaufmann werden wollte Seit Beginn des Studiums kommen zahlreiche Referate und mündliche Prüfungen auf den Patienten zu Er beschreibt, dass er bereits einen Tag vor solchen Ereignissen das Publikum oder dem Prüfer imaginiere und sich vorstelle dass sein Gesicht knallrot werde und seine Stimme versage Sicherlich würde man ihn dann als dumm und inkompetent abstempeln Während der Referate würde Herr F. kaum etwas um sich herum wahrnehmen da er sich vor allem darauf konzentriere seine Stimme und seine Gesichtsfarbe unter Kontrolle zu halten Die Angst sei dann meist extrem hoch Um ein mögliches Erröten ein wenig zu verbergen trage Herr F. meist ein Halstuch bis dicht an das Kinn Im Sommer sei ihm dadurch häufig so heiß dass ihm der Schweiß bis ins Gesicht stehe Zudem habe er begonnen vor den Referaten Wein zu trinken um so die Angst etwas zu reduzieren Bei seinem letzten Referat sei er deutlich angetrunken gewesen sodass er kaum noch einen sinnvollen Gedanken habe formulieren können Zuletzt sei Herr F. den Seminaren zunehmend fern geblieben Auch seine Noten seien immer schlechter geworden Eigentlich studiere er derzeit nur noch zum Schein Er leide seit einigen Wochen unter niedergeschlagener Stimmung Im Erstgespräch gibt er an dass er sich für seinen Versagen verurteile und überzeugt davon sei dass andere dies ebenfalls tun würden Fallbeispiel Ende Teilabschnitt 5.2.2 Diagnostik Die Diagnosekriterien der sozialen Phobie nach ICD-10 in Klammern F401 werden in Tabelle 5.4 im gedruckten Buch dargestellt Sie unterscheiden sich nur geringfügig von denen des DSM-Römisch 4TR In letzterem wird jedoch ein eindeutiges Zeitkriterium in Klammern größer 6 Monate genannt und es wird explizit auch auf Leistungssituationen in Klammern zum Beispiel Prüfungssituationen als mögliche Angstauslöser hingewiesen Das Vorliegen der Diagnosekriterien kann im deutschen Sprachraum mittels verschiedener strukturierter Interviews geklärt werden Neben dem strukturierten klinischen Interview für DSM-Römisch 4 sei hier auch auf das diagnostische Interview bei psychischen Störungen hingewiesen Einen wichtigen Bestandteil der Diagnostik bilden zudem Selbstrating-Verfahren Die Kombination aus Social Phobia Scale und Social Interaction Anxiety Scale wird häufig eingesetzt um Ängste in Leistungs- und Interaktionssituationen individuell zu erfassen Der Fragebogen zur sozialen Angst erfasst neben dem Schweregrad auch kognitive, somatische und behaviorale Aspekte der Angstsymptomatik Aus den Selbstrating-Verfahren können wichtige Informationen zur Therapieplanung hervorgehen und sie können eingesetzt werden um den Erfolg einer Behandlung zu evaluieren Differenzialdiagnose Manche Störungsbilder können dem der sozialen Phobie sehr ähneln Es gibt jedoch einige zentrale Unterscheidungsmerkmale welche die differenzialdiagnostische Abklärung erleichtern Viele Personen mit einer Agoraphobie und Schrägstrich oder einer Panikstörung erleben an Orten mit zahlreichen Menschen ebenfalls starke Angst oder sie vermeiden diese Dabei fürchten sie jedoch primär im Falle einer Panikattacke den Raum nicht schnell genug verlassen zu können oder keine Hilfe zu erhalten Bei Personen mit sozialer Phobie steht dagegen eindeutig die Angst vor negativen Bewertungen im Vordergrund Gelegentlich können soziale Ängste und die damit verbundenen Kognitionen überwertig bzw. paranoid anmuten sodass das Vorliegen einer Störung aus dem schizophrenen Spektrum in Betracht gezogen werden könnte Im Gegensatz zu Warnideen werden sozialphobische Ängste jedoch von den Betroffenen als übertrieben erkannt in Klammern siehe ICD-10 F40-1 Kriterium C Auch das Vorliegen einer Depression kann dazu führen, dass interaktive und gesellige Anlässe vermieden werden Die Angst vor negativer Bewertung oder Ablehnung tritt aber lediglich während depressiver Phasen in den Vordergrund Ferner sind Antriebslosigkeit negative Stimmung und Interessenverlust in der Regel die vorherrschenden Gründe für die Vermeidung Teilabschnitt 5.2.3 Epidemiologie Die soziale Phobie zählt zu den häufigsten Angststörungen und tritt bei 7-12% aller Personen im Laufe des Lebens auf Etwa 2-8% aller Menschen leiden im Laufe eines Jahres unter störungswertigen Symptomen Im Gegensatz zu vielen anderen Störungen sind Männer und Frauen nahezu gleich häufig betroffen Soziale Phobien treten meist im Jugendalter in Klammern 10. bis 16. Lebensjahr zum ersten Mal auf Vereinzelt kommt es jedoch bereits vorher zur ersten Manifestation der Störung Über den Verlauf der sozialen Phobie existieren nur wenige empirische Befunde Bei etwa 50-80% der Betroffenen treten komorbide Störungen auf etwa in Form von Depressionen in Klammern bei ca. 40% der Betroffenen oder Suchterkrankungen Spontanremissionen treten selten und dann meist erst im höheren Erwachsenenalter auf Patienten, die psychologische oder psychiatrische Hilfe suchen sind im Durchschnitt etwa 30 Jahre alt Somit vergeht häufig mehr als ein Jahrzehnt in dem die betroffenen Personen keine adäquate Behandlung erhalten Diese Latenzzeit bis zum Behandlungsbeginn ist nicht zuletzt deshalb problematisch weil eine Chronifizierung der Störung auch prognostisch ungünstig ist Die Beeinträchtigung und das Vermeidungsverhalten nehmen mit höherem Lebensalter immer mehr zu Teilabschnitt 5.2.4 Äthiologische Befunde Bislang gibt es nur wenige konsistente Befunde zur Äthiologie der sozialen Phobie Diskutiert werden unter anderem Konflikte im Elternhaus Schülerbrüche Sitzenbleiben und psychische Störungen der Eltern Vermutlich nehmen frühe Lernerfahrungen einen starken Einfluss darauf wie soziale Situationen bewertet und verarbeitet werden Falls zum Beispiel ängstliche Eltern die Kontaktfreudigkeit ihrer Kinder zu wenig verstärken oder sie sogar von fremden Personen fernhalten können den Kindern wichtige Lernerfahrungen vorenthalten bleiben Dies kann zur Folge haben dass hinderliche Einstellungen über soziale Interaktionen entstehen In Klammern zum Beispiel Gespräche mit Fremden stellen ein Risiko dar Ferner schildern Patienten mit sozialer Phobie häufig als traumatisch erlebte Situationen in denen sie beschämt oder vorgeführt wurden Aber auch angeborene Temperamentsmerkmale können den Umgang mit sozialen Interaktionen beeinflussen Unterabschnitt 5.2.4.1 Das kognitive Modell der sozialen Phobie Clark und Wells formulierten ein kognitives Modell das zentrale Mechanismen der Aufrechterhaltung der Störung beschreibt In Klammern Siehe Abbildung 5.1 im gedruckten Buch Es ist wissenschaftlich fundiert und eignet sich um den Patienten zu Beginn einer Psychotherapie wichtige Störungswissen zu vermitteln Dem Modell zufolge werden bereits im Vorfeld einer sozialen Situation bestimmte in Klammern meist dysfunktionale Grundannahmen aktiviert In Klammern zum Beispiel Ich bin eine Außenseiter Andere wollen mir nichts Gutes Daraufhin wird die Situation als bedrohlich wahrgenommen wodurch es zu einer Zunahme körperlicher Angstsymptome kommen kann Diese beeinträchtigen die Personen in der Situation und werden häufig als Bestätigung des Vorliegens einer Bedrohung interpretiert Personen mit sozialen Ängsten neigen zu einer Reihe dysfunktionaler Aufmerksamkeits bzw. Selbstaufmerksamkeits und Verarbeitungsprozesse die sich ebenfalls hinderlich auswirken Zudem ist während der Situation die Aufmerksamkeit häufig stark auf das Selbst und damit auf die Angstsymptome und mögliche Fehler gerichtet Der Einsatz von Sicherheitsverhalten wird wahrscheinlicher was zur Folge haben kann dass das Verhalten in der Situation tatsächlich auffälliger erscheint Ferner werden mögliche Erfolge durch den Einsatz von Sicherheitsverhalten geschmellert da die Personen resümieren die Situation nur durch deren Einsatz gemeistert zu haben in Klammern zum Beispiel ich habe den Vortrag nur geschafft weil ich alles auswendig gelernt hatte Die subjektiv erlebte Angst steigt dadurch weiter an und dysfunktionale Schemata werden gestärkt Wird eine soziale Situation aufgrund der dargestellten Mechanismen nur unter starker Angst gemeistert und anschließend als Misserfolg bewertet so werden die dysfunktionalen Grundannahmen der Personen bestätigt und zukünftige Situationen wiederum bedrohlich wahrgenommen Somit wird die Störung aufrechterhalten oder sogar weiter verstärkt Allen Störungsmodellen liegt zudem die Annahme zugrunde dass wir Menschen bestrebt sind gemocht, sozial unterstützt und wertgeschätzt zu werden Evolutionspsychologen begründen diese universellen Motive damit dass wir in unserer evolutionären Vergangenheit darauf angewiesen waren gut in eine Gruppe integriert zu sein Ein sozialer Fauxpas könnte demnach fatale Folgen haben und den eigenen Status gefährden Teilabschnitt 5.2.5 Therapie Unterabschnitt 5.2.5.1 Medikamentöse Therapie Die soziale Phobie scheint mit Dysfunktionen im Serotonergen- und oder Noradrenergen-Transmittersystem einherzugehen Daher werden zur medikamentösen Behandlung Antidepressiva in Form von selektiven Serotonin Wiederaufnahme hämmern in Klammern SSRI selektiven Noradrenalin-Wiederaufnahme hämmern in Klammern SNRI und Monoamin-Oxidase-Hämmern in Klammern MAOI eingesetzt Diese Substanzen erhöhen die Verfügbarkeit der entsprechenden Neurotransmitter im synaptischen Spalt was bei vielen Patienten angstlindernd und stimmungsaufhellend wirkt Wenngleich die antidepressive Medikation im Prä-Post-Vergleich von MAOI und SSRI befriedigende Effektstärken erzielt in Klammern D gleich 0,66 bis 1,02 fehlen noch langzeitliche Wirksamkeitsbelege Beim Absetzen der Medikation ist die Wahrscheinlichkeit von Rückfällen erhöht damit einer medikamentösen Behandlung nicht die notwendigen Kompetenzen vermittelt werden die für eine erfolgreiche Bewältigung zukünftig auftretender Angstsymptome notwendig sind Anxiolytika aus der Stoffgruppe der Benzodiazepine können in Einzelfällen zur akuten Krisenintervention verordnet werden Neben der raschen angstlösenden Wirkung merken sie jedoch ein enormes Abhängigkeitspotenzial Die medikamentöse Behandlung begleitend zu einer kognitiven Verhaltenstherapie kann zu Schwierigkeiten führen Stellt etwa die Medikamenteneinnahme während verhaltenstherapeutischer Übungen ein Sicherheitsverhalten dar In Klammern zum Beispiel Ich habe die Situation nur gemeistert weil ich diese Pille eingenommen habe sollte die Medikation abgesetzt werden um mein optimales Therapieergebnis nicht zu gefährden In Klammern siehe Exkurs Exkurs Besonderheiten und mögliche Probleme bei der Behandlung von Patienten mit sozialer Phobie Manche Patienten mit sozialer Phobie nehmen aus Scham oder Angst nicht selbst Kontakt zum Therapeuten auf sondern werden von Angehörigen angemeldet und zu den ersten Sitzungen begleitet Im ersten Kontakt können Patienten mit sozialer Phobie einsilbig oder effektarm wirken Manchmal verhindern Ängste vor und während der Therapie ein freundliches und sozial kompetentes Auftreten Falls Patienten neben der sozialen Phobie auch soziale Kompetenzdefizite aufweisen kann dies die Behandlung erschweren bzw. verlängern In der Regel ist es dann nötig zunächst Bereiche der sozialen Kompetenz zu trainieren ehe mit der eigentlichen Behandlung der sozialen Phobie begonnen werden kann Führt ein Patient die Erfolge der Exposition oder Verhaltensexperimente wesentlich auf die Wirkung der Medikamente zurück sollte ein Absetzen der Medikation erwogen werden Exkurs Ende Unterabschnitt 5.2.5.2 Kognitive Verhaltenstherapie Bei der psychotherapeutischen Behandlung der sozialen Phobie kommen sowohl kognitive als auch verhaltenstherapeutische Interventionen zum Einsatz die je nach Setting und individueller Problematik unterschiedlich stark gewichtet werden können Die wichtigsten Behandlungsbausteine werden im Folgenden skizziert Kognitive Vorbereitung Zu Beginn der Therapie wird dem Patienten in der Regel Störungswissen vermittelt Gemeinsam mit dem Therapeuten wird ein individuelles Modell erarbeitet das die wichtigsten Entstehungsfaktoren und aufrechterhaltenen Mechanismen der Störung des Patienten beinhaltet Dies erfolgt meist in Anlehnung an das Störungsmodell von Clark & Wells in Klammern siehe Abschnitt 5.2.4.1 Auf der Grundlage dieser Informationen kann das Therapierational der weiteren Interventionen erklärt werden Ziel ist es, dem Patienten die ungünstige Wirkung von Sicherheitsverhalten und Vermeidung zu verdeutlichen sowie ihn zu Expositionen zu motivieren Expositionsbehandlung Das Ziel der Expositionsbehandlung besteht darin, dass der Patient mögliches Vermeidungs- und Sicherheitsverhalten ablegt und sich den ängstigenden Situationen stellt In therapeutischer Begleitung sucht der Patient eine entsprechende Situation auf und verweilt so lange darin, bis die aufkommende Angst ohne den Einsatz von Sicherheitsstrategien spürbar abnimmt In Klammern Habituation Zur Kontrolle und Veranschaulichung des Verlaufs erfragt und dokumentiert der Therapeut während der Übung regelmäßig die Stärke von Angst und Anspannung Während dieser möglichst intensiven Expositionstherapie kann dieselbe Situation mehrmals wiederholt werden und es werden nach und nach weitere ängstigende Situationen bearbeitet Bei einem positiven Verlauf lernt der Patient, dass die Angst auch ohne den Einsatz von Sicherheitsstrategien abnimmt Er gewinnt Sicherheit zurück und erfährt wichtige Erfolgserlebnisse, welche die Angst vor zukünftigen Situationen bewältigbar erscheinen lassen Zur Auswahl geeigneter Übungen erstellt der Patient im Vorfeld eine individuelle Angst-Hierarchie Alle sozial ängstigen Situationen werden dabei vom Patienten nach subjektiver Schwierigkeit sortiert Es empfiehlt sich meist, die Übungen mit relevanten Situationen mittlerer bis hoher Schwierigkeit zu beginnen Die Expositionsübungen werden in den Therapiesitzungen vor und hinsichtlich ihres Verlaufs nachbesprochen So können Erfolge unterstrichen werden, um mögliche Schwierigkeiten oder Fehler geklärt und vor der jeweils nächsten Übung ausgeräumt werden Zur Stärkung der Selbstkontrolle und der Generalisierung in den Alltag wird der Patient zunehmend ermutigt in Eigenregie in Form von Hausaufgaben entsprechende Übungen durchzuführen und klammern Sie Ihr Beispiel Beispiele für Expositionsübungen Ein Patient liest vor einer kleinen Gruppe von Zuhörern einen ihm unbekannten wissenschaftlichen Text bis seine Angst, in Klammern in der Regel nach etwa 15 Minuten auf ein erträgliches Maß gesunken ist Eine Studentin mit starker Angst vor großen Auditorien ruft die Studenten zu Beginn von Vorlesungen zur Blutspende auf und verteilt ihnen entsprechendes Informationsmaterial Dies wiederholt sie während eines Tages so oft, dass sie kaum noch Angst vor dem Aufruf hat Ein Patient, der in der Therapie bereits fortgeschritten ist, erhält folgende Hausaufgabe Er soll an einem Nachmittag verschiedene Schuhgeschäfte aufsuchen, sich beraten lassen und schließlich äußern, dass er sich für keines der Modelle entscheiden könne Damit soll er fortfahren, bis ihm die Übung kaum noch Schwierigkeiten bereitet Beispiel Ende Im Rahmen der kognitiven Interventionen geht es zunächst darum, automatische Gedanken zu identifizieren, die den Patienten in sozialen Situationen behindern In Klammern zum Beispiel Ich darf jetzt nicht stottern In einem zweiten Schritt lassen sich dann meist dahinterstehende dysfunktionale Konzepte aufdecken In Klammern zum Beispiel Wenn ich einen Fehler mache, halten mich die anderen für einen Versager Bei nicht wenigen Patienten werden im Rahmen einer solchen Exploration auch negative Grundüberzeugungen über das Selbst oder andere In Klammern zum Beispiel Ich bin unfähig, niemand mag mich, deutlich Ziel der kognitiven Interventionen ist es, solche hinderlichen Gedanken, Konzepte und Grundüberzeugungen aufzudecken und abzuschwächen beziehungsweise sie durch hilfreiche Annahmen zu ergänzen Hierzu steht eine Reihe von Interventionen zur Verfügung, die sich im Folgenden nur beispielhaft skizzieren lässt Im Rahmen eines sokratischen Dialogs können etwa logische Fehler und Verzerrungen im Denken des Patienten herausgearbeitet werden Bei einigen dysfunktionalen Konzepten In Klammern zum Beispiel Ich muss immer perfekt sein, sonst Und so weiter Kann es hilfreich sein, die Konsequenzen zu Ende zu denken, die ein andauerndes Handeln nach dieser Maxime zur Folge hätte So kann die Bereitschaft des Patienten steigen, diesem Konzept weniger Bedeutung beizumessen Liegen grundlegend negative Überzeugungen über die eigene Person vor, sollten geeignete Methoden zum Aufbau des Selbstwertgefühls ausgewählt werden Zudem können Verhaltensexperimente zum Einsatz kommen So kann ein Patient mit der Angst, sich vor anderen zu verlesen, ermutigt werden, in einer bestimmten Situation bewusst Fehler zu machen Dadurch wird es ihm möglich, seine Befürchtung, wenn ich einen Lesefehler mache, lachen mich alle aus, gezielt zu überprüfen Außerdem kann mithilfe der Verhaltensexperimente auch am Abbau des Sicherheitsverhaltens gearbeitet werden Sollte ein Patient in der Situation tatsächlich negative Erfahrungen machen, so wird dies in der Therapie aufgegriffen Es kann zum Beispiel gefragt werden, ob dem Patienten Menschen, die andere wegen kleiner Fehler auslachen, wirklich wichtig sind Heutzutage liegen verschiedene manualisierte Therapieprogramme zur kognitiven Verhaltenstherapie der sozialen Phobie vor Die mit unterschiedlichen Schwerpunkten die meisten der eben skizzierten Interventionen beinhalten Weit verbreitet ist etwa das Therapieprogramm von Clark et alii, welches ein einzeltherapeutisches Vorgehen beschreibt Das sowohl die Identifikation und Modifikation automatischer Gedanken als auch Expositionsübungen und Verhaltensexperimente vorsieht Darüber hinaus existieren Gruppenprogramme zur Behandlung der sozialen Phobie In Klammern zum Beispiel die kognitiv-behaviorale Gruppentherapie nach Heimberg Die Gruppen bestehen üblicherweise aus vier bis sechs Teilnehmern und werden von zwei Therapeuten geleitet Der Vorteil von Gruppenverfahren liegt darin, dass manche Expositionen direkt in der Gruppe durchgeführt werden können Außerdem wird das Lernen am Modell ermöglicht Ferner eignen sich Gruppentherapien, um Interventionen zur Steigerung der sozialen Kompetenz in die Behandlung zu integrieren Empirische Studien belegen, dass die genannten Einzel- und Gruppenverfahren reinen Wartegruppen- oder Placebobedingungen überlegen sind Die Effektstärken von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlungen liegen durchweg im hohen Bereich Zudem gibt es Hinweise, dass diese Effekte bis zu einem Follow-up-Zeitpunkt sechs Monate nach der Therapie weiter ansteigen Die kognitive Verhaltenstherapie scheint damit hinsichtlich ihrer Langzeiteffekte der klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor Band 1 Grundlagen und Störungswissen Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Abschnitt 5.3 Panikstörung und Agoraphobie Von Wiebke Hannig und Martha Filipec Teilabschnitt 5.3.1 Störungsbild und Klassifikation Unterabschnitt 5.3.1.1 Panikattacken Als Panikattacken, in Klammern Synonyme, Panikanfälle, Angstanfälle, werden zeitlich begrenzte Zustände intensiver Angst und Unbehagens bezeichnet, die von starken somatischen und kognitiven Reaktionen begleitet werden, in Klammern Siehe-Tabelle 5.5 im gedruckten Buch. Häufige körperliche Empfindungen sind Herzklopfen und Rasen, Schwindel und Benommenheit sowie Atemnot. Zu den zentralen Kognitionen, die sich üblicherweise auf die Bedeutung der körperlichen Empfindungen beziehen, gehören die Angst vor Kontrollverlust, die Angst verrückt zu werden oder die Angst zu sterben. Charakteristisch für Panikattacken ist das plötzliche und häufig spontane Auftreten. Als in Anführungszeichen spontan werden sie von den Betroffenen erlebt, weil ihnen kein eindeutig identifizierbarer externer Auslöser, in Klammern zum Beispiel ein phobisches Objekt, zugeordnet werden kann. Eine Panikattacke erreicht üblicherweise innerhalb weniger Minuten ihren Höhepunkt und lässt nach durchschnittlich 20 bis 30 Minuten wieder nach. Definition Panikattacken sind plötzlich und unvorhersehbar auftretende, zeitlich begrenzte Zustände starker Furcht, die von intensiven physiologischen Reaktionen, in Klammern zum Beispiel Herzklopfen, Schwindel, Atemnot und kognitiven Symptomen, in Klammern zum Beispiel Angst, die Kontrolle zu verlieren oder zu sterben, begleitet werden. Definition Ende Panikattacken sind keine kodierbare Störung, sondern treten im DSM-Römisch 4TR und ICD-10 als psychopathologisches Syndrom innerhalb anderer psychischer Störungen auf. Sie spielen insbesondere im Kontext von Angsterkrankungen eine Rolle und können hier ein Indiz für den schwere Grad der jeweiligen Störung sein. Praxisteil Erste Hilfeleitlinien für Panikattacken Das australische Mental Health First Aid Training and Research Program hat Erste Hilfeleitlinien für das Miterleben einer Panikattacke herausgegeben. Folgende zentrale Empfehlungen werden formuliert. Erstversorgungsmaßnahmen bei vitaler Bedrohung leisten, wenn a. Die betroffene Person noch nie eine Panikattacke erlebt hat und nicht glaubt, gerade eine Panikattacke zu erleben, und schräg schlicht oder b. Bewusstlos wird. Im Falle einer Panikattacke der Person rückversichern a. Dass sie gerade eine Panikattacke erlebt, b. Dass dies beängstigend, aber nicht lebensgefährlich ist und c. Dass sie sicher ist und die Symptome vorübergehen werden. 1. Die Ängste der Person als echt anerkennen 2. Die Panikattacke nicht verharmlosen 3. Ruhige, langsame Sprache in kurzen, klaren Sätzen 4. Geduldig bleiben 5. Direkt erfragen, was die Person benötigt 5. Ist die Panikattacke beendet, auf professionelle Anlaufstellen und Informationsquellen hinweisen und rückversichern, dass Panikattacken und Panikstörungen behandelbar sind Praxisteil Ende Unterabschnitt 5.3.1.2 Panikstörung Treten Panikattacken wiederholt und nicht als Reaktion auf eine spezifische Situation, ein spezifisches Objekt, auf eine besondere Anstrengung oder auf eine objektive Gefahr auf, ist gemäß der ICD-10-Kriterien in Klammern F41.0 die Diagnose einer Panikstörung zu stellen In Klammern siehe Tabelle 5.5 im gedruckten Buch Im DSM-Römisch 4-TR wird eine Panikstörung, in Klammern ohne Agoraphobie, 300.01 dazu später mehr, dann diagnostiziert, wenn im Anschluss an mindestens eine der Panikattacken, für einen Zeitraum von mindestens einem Monat, eine anhaltende Besorgnis über das Auftreten weiterer Attacken besteht, in Klammern Angst vor der Angst, wenn Sorgen über ihre Bedeutung oder Konsequenzen vorhanden sind, in Klammern zum Beispiel Herzinfarkt, Angst, verrückt zu werden, oder wenn die Attacken zu deutlichen Verhaltensänderungen führen, in Klammern zum Beispiel verstärkt hilfesuchendes Verhalten wie das Aufsuchen medizinischer Hilfe, Mitführen eines Handys oder beruhigender Medikamente. Definition Eine Panikstörung liegt dann vor, wenn Panikattacken wiederholt und ohne erkennbaren externen Auslöser auftreten, sie zu deutlichen Verhaltensänderungen führen und anhaltende Sorgen bezüglich der Attacken bestehen. Definition Ende Unterabschnitt 5.3.1.3 Agoraphobie Beim Störungsbild der Agoraphobie, in Klammern von griechisch Agora, Marktplatz, Versammlungsplatz, fürchten und vermeiden die Betroffenen Orte und Situationen, an denen man nur schwer fliehen kann. Dies können zum Beispiel öffentliche Plätze, Verkehrsmittel, Menschenmengen, Warteschlangen, Brücken, Fahrstühle, Tunnel, Einkaufszentren und Sportstadien sein. Betroffenen erscheint die Flucht von solchen agoraphobischen Situationen als schwierig, weil sie nur schwer an einen sicheren Ort gelangen, das Verlassen mit Schamgefühlen verbunden ist oder keine schnelle Hilfe zur Verfügung steht. Weiterhin kennzeichnend für die Agoraphobie ist, dass Angst und Vermeidung mit einer deutlichen emotionalen Belastung verbunden sind. In Klammern, siehe Tabelle 5.6 im gedruckten Buch. Es wird oft angenommen, dass agoraphobische Ängste das Resultat früherer Panikattacken sind. Aus Furcht vor einer erneuten Attacke werden von den Betroffenen zukünftig solche Situationen gemieden, in denen sie bereits eine Panikattacke erlebten, in Klammern siehe Exkurs. Das Vermeidungsverhalten agoraphobischer Personen kann auf spezifische Situationen begrenzt sein, es kann aber auch so stark ausgeprägt sein, dass die Betroffenen ihr Haus nicht mehr verlassen. Andere setzen sich der angstbesetzten Situation nur in Begleitung einer Vertrauensperson oder beim Vorhandensein von Sicherheitssignalen aus, in Klammern zum Beispiel Mitsichtragen von Medikamenten oder der Telefonnummer des Therapeuten. Weil bei der Agoraphobie neben spezifischen Situationen auch körperinterne Reize als panikauslösendes Moment eine Rolle spielen, werden von den Betroffenen auch Aktivitäten vermieden, die mit körperlicher Anstrengung oder Erregung verbunden sind, in Klammern zum Beispiel Sport, Koffeinkonsum, sexuelle Aktivitäten. Dadurch schränken Agoraphobiker jedoch ihren Lebensraum immer weiter ein. Fallbeispiel Patientin mit Agoraphobie mit Panikstörung Frau T., in Klammern 750 Jahre, hat vor fünf Monaten plötzlich Herzrasen, Beklemmungsgefühle in Brust und Rücken, kaltes Kribbeln, Luftnot und Sausen im Kopf bekommen. Außerdem hatte sie große Angst, dass es jetzt aus ist und sie einen Herzinfarkt erleidet. Ein Krankenhausaufenthalt blieb ohne medizinischen Befund. In den darauffolgenden Wochen hat Frau T. fünf weitere Panikanfälle mit ähnlichen Beschwerden gehabt, meist als sie alleine war. Mittlerweile hat sie fast täglich das Gefühl, dass es wieder losgehen könnte. Sie spürt dann vor allem ihr Herz schneller schlagen und hat Beklemmungsgefühle in Brust und Rücken. Am häufigsten kommt dies vor, nachdem der Ehemann am Morgen das Haus verlassen hat. Beim Auftreten der Beschwerden nimmt Frau T. Schmerztabletten ein. Sie würden helfen. Frau T. ist nicht mehr gerne allein. Sie hat Angst, dass dann niemand zur Hilfe kommen könnte, wenn mit ihr etwas ist. Oft holt sie sich Gesellschaft dazu oder versucht sich mit Fernsehen und Hausarbeit abzulenken. Das Handy hat sie immer griffbereit neben sich liegen. Aufgrund der Beschwerden sucht Frau T. derzeit mindestens einmal wöchentlich einen Arzt auf. Fallstudie Ende Definition Bei einer Agoraphobie fürchten und oder vermeiden die betroffenen Orte und Situationen, von denen eine Flucht schwierig erscheint und schränken so ihren Lebensraum stark ein. Definition Stopp Der zentrale Unterschied bei der Diagnosestellung der Agoraphobie mit ICD-10 oder DSM-Römisch 4TR liegt in der hierarchischen Ordnung von Agoraphobie und Panikstörung. Im ICD-10 ist die Agoraphobie eine eigenständige Diagnose und wird der Panikstörung übergeordnet. Unterschieden wird dabei zwischen einer Agoraphobie ohne Panikstörung, in Klammern F4000, und einer Agoraphobie mit Panikstörung, in Klammern F4001. Im DSM-Römisch 4TR wird der Annahmerechnung getragen, dass eine Agoraphobie meist aus einer Panikstörung heraus entsteht und ihr deshalb nachgeordnet ist. Treten Panikstörung und Agoraphobie gemeinsam auf, wird hier deshalb eine Panikstörung mit Agoraphobie, in Klammern 300.21, diagnostiziert. Sind die Kriterien einer Panikstörung nicht erfüllt, kann im DSM-Römisch 4TR zudem die Diagnose einer Agoraphobie ohne Panikstörung in der Vorgeschichte in Klammern 300.22 gestellt werden. Exkurs Agoraphobie im DSM-Römisch 5 Entgegen der häufigen Annahme, dass agoraphobische Ängste meist das Resultat früherer Panikattacken sind, zeigen epidemiologische Daten, dass etwa die Hälfte der Betroffenen eine Agoraphobie nie Symptome einer Panikattacke erlebte. In Klammern vergleiche Wittchen et alii 2010. Agoraphobien scheinen sich also auch ohne vorausgehende Panikattacken zu entwickeln. Epidemiologische Daten verweisen zudem darauf, dass eine Agoraphobie nicht immer sekundär zur Panikstörung auftritt. In Klammern aus Panikattacken und Panikstörungen entwickelt sich nicht zwangsweise eine Agoraphobie. Und dass die agoraphobische Vermeidung einen besonderen Einfluss auf schwere Verlauf und Ausgang einer Panikstörung hat. In Klammern mit agoraphobischer Vermeidung gravierendere Beeinträchtigungen und persistenter Verlauf mit geringer Spontanremission. Im Zuge der Entwicklung des DSM Römisch 5 empfehlen Wittchen et alii in Klammern 2010 deshalb, die Agoraphobie unabhängig von der Panikstörung als eine eigenständige diagnostische Kategorie aufzunehmen. Die Autoren erkennen aber auch an, dass die empirische Evidenz für eine Trennung von Panikstörung und Agoraphobie stellenweise unvollständig oder inkonsistent ist, in Klammern zum Beispiel die genetische Evidenz und betonen explizit, dass es zum Zeitpunkt offen bleibt, wie Agoraphobie und Panikstörung im DSM Römisch 5 konzeptualisiert werden. Teilabschnitt 5.3.2 Diagnostik Zur Erhebung der für die Diagnosestellung einer Panikstörung oder Agoraphobie relevanten Informationen können strukturierte klinische Interviews, in Klammern zum Beispiel der DIPS oder SKID, und störungsspezifische und störungsübergreifende Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren eingesetzt werden. Ein vielfach verwendetes Selbstbeurteilungsinstrument ist der Fragebogen zu körperbezogenen Ängsten, Kognitionen und Vermeidung. Der AKV setzt sich aus drei verschiedenen Komponenten zusammen und ermöglicht eine umfangreiche Erfassung der Symptomatik von Panikattacken und Agoraphobie. Er basiert auf drei verschiedenen Fragebögen. Der Anxiety Cognition Questionnaire erfasst die Häufigkeit angstbezogener Kognitionen zu Kontrollverlust und körperlichen Krisen, in Klammern zum Beispiel ich muss mich gleich übergeben, ich werde einen Herzanfall bekommen. Der Body Symptom Questionnaire gibt Auskunft über die Stärke der Angst vor körperlichen Symptomen, in Klammern zum Beispiel Taubheit in den Armen und Beinen, sich desorientiert oder verwirrt fühlen. Das Mobilitätsinventar erfasst die Schwere und Komplexität des phobischen Vermeidungsverhaltens, in Klammern zum Beispiel Parkhäuser oder Garagen, Museen oder Brücken überqueren. Die Einschätzungen werden getrennt nach Vermeidungsverhalten allein oder in Begleitung vorgenommen. Um Panikstörung oder Agoraphobie umfassend einschätzen zu können, müssen auch Informationen zu Angstauslösern, spezifischen Verhaltensmustern sowie zu Körperempfindungen und Kognitionen während einer typischen Panikattacke erfasst werden. Durchgeführt werden sollte in jedem Falle eine Problemanalyse. Zu empfehlen sind auch die Verwendung von Verhaltensexperimenten, in Klammern sie Abschnitt 5.3.5 oder das Führen von Symptomtagebüchern. Diese Maßnahmen sind häufig Teil der Therapie, können aber auch im Rahmen der Diagnostik und Verlaufsbeurteilung helfen. Da viele der typischen Angstsymptome auch durch eine organische Erkrankung, in Klammern zum Beispiel Herzrhythmusstörung oder Asthma, verursacht sein können, sollte im Rahmen der Differenzialdiagnostik eine sorgfältige organmedizinische Absicherung erfolgen. Differenzialdiagnostik von Bedeutung ist darüber hinaus das Vorliegen einer anderen Angsterkrankung, einer substanzinduzierten Angststörung, einer psychotischen, schrägstrich wahnhaften Störung, einer Depression und einer Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit. Auch hier können Panikattacken oder phobische Symptome auftreten. Zu berücksichtigen ist zudem, dass einige Betroffene der Agoraphobie aufgrund ihrer sehr guten Vermeidungsstrategien der Angst aus dem Weg gehen und diese somit im Alltag verhältnismäßig selten erleben. Die Abgrenzung einer Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie von anderen Angststörungen erfolgt über die zentralen Befürchtungen während der Panikattacken. Betrifft ihr Inhalt nicht wie bei Panikstörung und Agoraphobie vordergründig die Angst vor den möglichen katastrophalen körperlichen und geistigen Konsequenzen, sondern eher eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Objekt ist zum Beispiel eine soziale Phobie, in Klammern Vermeidung sozialer Situationen aus Angst vor Bewertung und Scham, oder eine spezifische Phobie, in Klammern Vermeidung spezifischer Situationen oder Objekte aus Angst vor diesen zu diagnostizieren. Teilabschnitt 5.3.3 Epidemiologie und Verlauf Epidemiologische Studien zeigen, dass mindestens 20% der Allgemeinbevölkerung mindestens einmal im Leben eine Panikattacke erleidet. Die Lebenszeitprävalenz für eine Panikstörung bewegt sich zwischen 3 und 5%. In 35-65% der Fälle tritt dabei eine Panikstörung mit Agoraphobie, in den übrigen Fällen eine Panikstörung ohne Agoraphobie auf. In Abhängigkeit vom methodischen Vorgehen finden sich für die Agoraphobie ohne Panikstörung Lebenszeitprävalenzen zwischen 1 und 22%. Median bei neueren Studien 3,8%. Frauen sind doppelt so häufig von einer Panikstörung betroffen wie Männer, die Agoraphobie tritt bei ihnen sogar dreimal häufiger auf. Der Beginn von Panikstörung und Agoraphobie liegt zumeist im späten Jugend- bzw. frühen Erwachsenenalter. Unterschiedliche Zeitpunkte des Auftretens bei der Erkrankung lassen sich dabei nicht eindeutig empirisch belegen. Männer scheinen für das Auftreten einer Panikattacke einen zweiten Erkrankungsgipfel jenseits des 40. Lebensjahres zu haben. Häufig gehen der ersten Panikattacke ein oder mehrere schwerwiegende Lebensereignisse voraus, in Klammern zum Beispiel Scheidung, Tod eines Angehörigen, Erkrankung oder Gefahr für eigenes Leben. Die erste Panikattacke tritt üblicherweise an einem öffentlichen Ort bei normaler Betätigung auf. Infolge der Attacken entwickelt etwa die Hälfte der Betroffenen eine Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie. Beschwerdefreie Phasen innerhalb einer Panikstörung oder Agoraphobie sind zwar möglich, generell ist der Verlauf beider Störungen aber chronisch und ungünstig. Eine Spontanremission ist selten. Wittchen zeigte, dass es nur bei 14% der Patienten mit einer Panikstörung und bei 19% der Patienten mit einer Agoraphobie nach sieben Jahren zu einer vollständigen Symptomremission gekommen war. Die lebenszeitbezogenen Komorbiditätsraten für Panikstörung und Agoraphobie sind mit über 70% ausgesprochen hoch. Häufige Komorbiditäten bestehen insbesondere mit anderen Angststörungen, affektiven Störungen und Substanzabhängigkeiten, aber auch mit somatoformen Störungen und Störungen der Impulskontrolle. Dabei können Panikstörung und Agoraphobie anderen psychischen Störungen vorausgehen oder aus ihnen folgen. So stellt zum Beispiel Alkohol und Medikamentenmissbrauch häufig einen fehlgeschlagenen Versuch der Selbstbehandlung dar. Die Panikstörung gehört zu einer der kostenintensivsten psychischen Störungen. Aufgrund der starken körperlichen Symptomatik während einer Panikattacke wird sie oft jahrelang nicht richtig diagnostiziert und behandelt und eine Chronifizierung wird verstärkt. Insbesondere beim gemeinsamen Auftreten mit einer Agoraphobie können starke psychosoziale berufliche und gesundheitliche Einschränkungen entstehen. Zusätzliche Kosten entstehen, weil die Betroffenen relativ häufig Einrichtungen der Gesundheitsversorgung aufsuchen. In Klammern zum Beispiel Notfalleinrichtungen mit dem Glauben, eine Herzattacke zu erleiden. Teilabschnitt 5.3.4 Äthiologie und Störungsmodell Genetische Befunde verweisen auf eine familiäre Häufung von Panikstörungen und Agoraphobie. Auf der Grundlage mehrerer Familienstudien, in Klammern Familienmitglied der ersten Grades einschließlich die zygotische Zwillinge, schätzen Hetema, Neil und Kendall an die Beteiligung genetischer Faktoren an der Auftretensvarianz der Panikstörung auf 48%. Liegt bei einem Familienmitglied der ersten Grades, in Klammern ausschließlich Zwillinge, eine Panikstörung vor, ist die Wahrscheinlichkeit, selbst eine Panikstörung zu entwickeln, um das Fünffache erhöht. Zwillingsstudien zur Agoraphobie deuten darauf hin, dass 67% ihrer Auftretensvarianz durch genetische Faktoren erklärt wird. Neurobiologische Erklärungsansätze vermuten eine Funktionsstörung bestimmter Neurotransmittersysteme als Ursache der Panikstörung. Eine besondere Rolle scheinen dabei das Serotonerge- und Noradrenergesystem zu spielen, denn Antidepressiva, die auf diese beiden Neurotransmittersysteme wirken, haben sich als effektiv in der Behandlung von Panikpatienten erwiesen. Ebenso wird eine Funktionsstörung des GABA-Systems in Betracht gezogen. Gorman et al. Verweisen auf die Beteiligung bestimmter im limbischen System liegender Hirnareale an der Entstehung von Panik und Agoraphobie. Eine Überaktivität in der Amygdala, die zentral für die emotionale Bewertung von Informationen ist, scheint dabei zur Auslösung von Panikattacken zu führen. Die Erwartungsangst bezüglich einer erneuten Panikattacke sowie agoraphobisches Vermeidungsverhalten wird demgegenüber im Hippocampus verortet, der bedeutsam für das Erlernen emotionaler Reaktionen ist. Innerhalb der psychophysiologischen und kognitiven Modelle wird die Entstehung einer Panikattacke mit einem Aufschaukelungsprozess zwischen körperlichen kognitiven, affektiven und perzeptiven Vorgängen begründet. In Klammern siehe Abbildung 5.2. Physiologische Veränderungen und kognitive Symptome, die sehr unterschiedliche Ursachen haben können, in Klammern z.B. körperliche Anstrengung, Hitze, Koffeinkonsum, werden von den Betroffenen wahrgenommen und als Anzeichen einer Gefahr interpretiert. Die dadurch ausgelöste Angst verstärkt die physiologischen Veränderungen und führt dazu, dass sie noch intensiver wahrgenommen und als noch bedrohlicher bewertet werden. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang außerdem, dass Panikpatienten häufig eine kognitiv verzerrte Informationsverarbeitung und erhöhte Angstsensitivität aufweisen. Einerseits neigen sie dazu, angstrelevante Reize in verzerrter Weise als bedrohlich zu interpretieren, selektiv wahrzunehmen und besser zu erinnern. Andererseits schreiben sie körperlichen Symptomen schädigende psychosoziale und körperliche Auswirkungen zu. Lernteoretische Ansätze heben die Bedeutung von Konditionierungsprozessen bei der Entstehung von Panikstörung und Agoraphobie hervor. Über die bewusste oder unbewusste Assoziation einer initialen Panikattacke mit ursprünglich neutralen, internen oder externen Reizen wird Angst zu einer klassisch konditionierten Reaktion. Die Vulnerabilität für die Konditionierung einer Panikstörung wird dabei durch bestimmte biologische, in Klammern genetisch vermittelte Traitangst und psychologische Faktoren, in Klammern früher Erfahrungen von Unvorhersagbarkeit und Unkontrollierbarkeit, infolge von Modelllernen werden körperliche Symptome als gefährlich bewertet, erhöht. In der Zwei-Faktoren-Theorie von Moira werden auch Mechanismen der Operantenkonditionierung berücksichtigt und zur Erklärung agoraphobischer Vermeidung herangezogen. Bei der Agoraphobie wird Angst zunächst über die Assoziation ursprünglich neutraler Reize mit einem traumatischen Ereignis zu einer konditionierten Reaktion, in Klammern klassische Konditionierung. Durch die daraus resultierende Vermeidung dieser Reize werden die unangenehmen Angstzustände reduziert und das agoraphobische Vermeidungsverhalten so verstärkt, in Klammern operante Konditionierung. Teilabschnitt 5.3.5 Behandlung In der deutschen S1-Leitlinie zur Behandlung von Angsterkrankungen besteht Konsens darüber, dass jede Behandlung einer Agoraphobie und oder Panikstörung konfrontativer Elemente bedarf. Weiter heißt es, dass kein Konsens besteht bezüglich eines Verfahrens der ersten Wahl, ob kognitive Verhaltenstherapie, in Klammern KVT, psychodynamische Psychotherapie, Gesprächspsychotherapie oder Psychopharmakotherapie. Gestützt auf die Güte der Effektivitätsnachweise ist eine erste spezifische Behandlung in Form einer KVT oder einer Psychopharmakotherapie, in Klammern Benzodiazepine, antidepressiver gerechtfertigt. Pharmakotherapie Benzodiazepine eignen sich aufgrund der raschen angstiolytischen, in Klammern angstlösenden Wirkung, vor allem in akuten Situationen intensiver Panik. Besondere Nachteile der Benzodiazepinbehandlung bestehen allerdings in unerwünschten Nebenwirkungen, in Klammern zum Beispiel Benommenheit, Sedierung, einem hohen Abhängigkeitspotenzial, sowie Effektremission und Entzugssymptomen beim Absetzen der Medikamente. Unter den Antidepressiva sind selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer in Klammern SSRIs das Medikament der Wahl. Im Vergleich zu anderen Antidepressiva sind die unerwünschten Nebenwirkungen bei ähnlicher Wirkung hier am geringsten. Dass die Pharmakotherapie einer Placebo-Behandlung überlegen ist, wird durch meta-analytische Ergebnisse von Mitte bestätigt. Zudem scheint die Kombination von Pharmakotherapie und KVT im Vergleich zur alleinigen Psychotherapie zumindest nicht effektiver zu sein. Allerdings zeichnen sich pharmakologische Therapien nach Absetzen der Medikamente durch hohe Rückfallraten aus. Die Ursachen hierfür werden im Fehlen einer aktiven Angstbewältigung und der Attribution von Behandlungserfolgen auf die Psychopharmaka gesehen. Angesichts der unzureichenden Langzeiteffektivität und des Abhängigkeitspotenzials kann das englische National Institute for Health and Clinical Excellence in seinen Leitlinien zur Behandlung der Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie die pharmakotherapeutische Behandlung mit Benzodiazepinen nicht empfehlen. Mit Bezug auf die Langfristigkeit der Therapieerfolge wird zudem die Bevorzugung der KVT gegenüber der antidepressiven Pharmakotherapie empfohlen. Psychotherapie Die kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapie von Panikstörung und Agoraphobie integriert Psychoedukation, kognitive Intervention, Exposition und Rückfallprophylaxe. Eine ausführliche Psychoedukation stellt die Grundlage der Behandlung dar. Mit der Methode des geleiteten Entdeckens wird der individuelle Teufelskreis aus körperlichen Empfindungen, Kognitionen und Verhaltensweisen erarbeitet, in Klammern sie Abbildung 5.2 im gedruckten Buch. Durch die Vermittlung eines glaubwürdigen Störungsmodells soll der Betroffene ein Verständnis für Entstehung und Aufrechterhaltung der Symptomatik entwickeln, eine Krankheitsentlastung erreicht und die Therapieakzeptanz und Motivation gestärkt werden. Welche spezifischen Schwerpunkte im weiteren Behandlungsverlauf gesetzt werden, wird durch die vordergründigen Beschwerden bestimmt. Für die Behandlung der Panikstörung haben sich kognitive Reattributionsverfahren und die interne Reizkonfrontation als wirksam erwiesen. Techniken der kognitiven Reattribuierung sind zum Beispiel die Erarbeitung und Veränderung von Fehlinterpretationen der körperlichen Symptome, in Klammern ich habe Brustschmerzen interpretiert als ich bekomme einen Herzinfarkt, das Aufdecken logischer Fehler, in Klammern zum Beispiel es muss mir immer gut gehen oder das Entkatastrophisieren, in Klammern was wäre denn, wenn sie ohnmächtig werden. Diese kognitiven Techniken werden auch bei der internen Reizkonfrontation angewendet, die zentral für die Behandlung der Panikstörung ist. Mit den zugrunde liegenden Behandlungsrationalen, Habituation, Hypothesenprüfung und Bewältigungstraining, in Klammern siehe Exkurs, exponiert sich der Patient bei der internen Reizkonfrontation systematisch den internalen, angstauslösenden Reizen. Eingesetzte Übungen bzw. Tests sind beispielsweise Hyperventilationstest Atemnot, Schwindel Herzklopfen, Benommenheit, in Klammern siehe Praxisteil Körperliche Belastung, in Klammern zum Beispiel Treppensteigen, auf der Stelle laufen Atemnot, Herzklopfen, Hitzegefühl, Schwitzen Schnelle Drehbewegungen von Kopf oder Körper, in Klammern zum Beispiel auf Drehstuhl Schwindel, Benommenheit Muskelanspannung Muskelanspannung, Zittern Atmen durch Strohhalm Atemnot Praxisteil Hyperventilationstest Panikattacken werden häufig durch Hyperventilation ausgelöst oder verstärkt, ohne dass die Betroffenen dies bewusst wahrnehmen. Hyperventilation ist durch ein zu schnelles und oder tiefes Atmen gekennzeichnet und führt, in Klammern unter anderem durch die Abnahme des Kohlenstoffdioxidpartialdrucks, zu Empfindungen, die Paniksymptomen ähneln. Gezielte Hyperventilationstests können zum einen im Rahmen der Diagnostik eingesetzt werden, hier wird geprüft, inwieweit Hyperventilation bei den Panikattacken des Patienten eine Rolle spielt. Zum anderen kann bewusst eingesetzte Hyperventilation in der Therapie als Verhaltensexperiment genutzt werden. Dabei wird in folgenden Schritten vorgegangen. Erläuterung des Hyperventilationstests als Mittel dafür, angstauslösende Hypothesen zu testen und funktionale Annahmen durch Erfahrung zu stärken. Explizites Herausarbeiten der Hypothesen des Patienten bezüglich der Folgen der Hyperventilation und Einschätzung der Überzeugung, mit der der Patient von der Gültigkeit der Hypothese überzeugt ist, in Klammern zum Beispiel Hypothese, ich werde ohnmächtig, Überzeugung 80%. Durchführung des Hyperventilationstests Der Betroffene wird gebeten, eine aufrechte Sitzposition einzunehmen, um mit den Händen auf dem Brustkasten für zwei Minuten so schnell und tief wie möglich zu atmen. Dabei gibt der Therapeut durch eigenes schnelles und tiefes Atmen und die Instruktion ein und aus den Takt vor und motiviert den Patienten, die Hyperventilation möglichst bis zum Ablauf der vereinbarten Zeit auszuüben. In Klammern Uzo. Weiter. Noch 30 Sekunden. Nach unmittelbar Nachbeendigung der Hyperventilation lenkt der Therapeut die Aufmerksamkeit des Patienten auf die durch die Hyperventilation ausgelösten Veränderungen. Er hält den Patienten an, diese möglichst objektiv zu beschreiben und ihr langsames Abklingen bewusst wahrzunehmen. In Klammern Was nehmen Sie wahr? Von 0 bis 10. Wie stark ist das Herzklopfen gerade? Was spüren Sie noch? Und so weiter. Auswertung des Experiments, in dem systematisch geprüft wird, inwieweit die Hypothesen des Patienten eingetroffen und die subjektiven Wahrscheinlichkeiten neu bewertet werden. In Klammern zum Beispiel Therapeut T. Sind Sie ohnmächtig geworden? Patient? In Klammern P. Nein. T? Gut, dann mache ich hier mal ein N hinter diese Hypothese. Inwieweit glauben Sie denn, jetzt, dass Sie ohnmächtig werden, wenn Sie hyperventilieren? P? Na sagen wir zu 15 Prozent. Herausarbeiten der Implikationen für die erfolgreiche Bewältigung der nächsten Panikattacke. In Klammern T? Wie können Sie die Erfahrung von heute nutzen, um zukünftig besser mit den Panikattacken umzugehen? P? Naja, wenn es wieder losgeht, kann ich mir klar machen, dass ich auch massive Angst haben kann, ohne dass ich daran sterbe. Ich könnte mir sagen, da kommt sie wieder, die Angst, ich weiß, sie ist nicht gefährlich. Ich lasse sie einfach kommen und beobachte sie, bis sie wieder abklingt. Praxisteil Ende. Für die Agoraphobie mit, Schrägstich ohne, Panikstörung gilt die Reizkonfrontation in vivo, in Klammern Siehe Kapitel 5.1, als das Behandlungsverfahren der ersten Wahl. Der Patient begibt sich, zunächst unter therapeutischer Hilfe und später alleine, in die angstauslösende Situation, in Klammern z.B. in einem Kaufhaus Fahrstuhl fahren. Die massierte Exposition Konfrontation stellte aber meist das optimale Vorgehen dar. Auch der Reizkonfrontation in vivo liegen die behandlungsrationale Habituation, Hypothesenprüfung und Bewältigungstraining zugrunde, in Klammern Siehe Exkurs. Exkurs. Behandlungsrationale von Expositionsübungen. Habituation. Durch prolongierte Konfrontation mit dem phobischen Stimulus, in Klammern z.B. freier Platz, Empfindung von Schwindel, wird eine Habituation ermöglicht, die bei ausreichendem Üben letztlich dazu führt, dass der Stimulus die Angst nicht mehr oder nur noch in aushaltbarem Maße auslöst. Hypothesenprüfung. Expositionsübungen werden eingesetzt, um angstauslösende Kognitionen in Frage zu stellen. Dazu werden die Kognitionen als Hypothesen formuliert und in der Konfrontation mittels kognitiver Techniken wird getestet, ob die Hypothesen stimmen. In Klammern z.B. Test der Hypothese. Die Angst wird schlimmer und schlimmer, bis ich es nicht mehr aushalte und ohnmächtig werde oder sogar sterbe. Ergibt, die Angst geht nach einer Weile von alleine wieder zurück. Ich werde nicht ohnmächtig und sterbe auch nicht daran. Bewältigungstraining. In der Exposition wird die erfolgreiche Anwendung von Angstbewältigungsstrategien trainiert. Dazu zählt vor allem die Kompetenz, Ängste, ohne sie zu bewerten oder zu vermeiden, bewusst wahrzunehmen und auszuhalten, bis sie von alleine wieder zurückgehen. Exkurs Ende Wirksamkeit Rumlan und Magra fassten in einer Meta-Analyse störungsbezogen die Prä-Post-Behandlungserfolge verschiedener psychologischer Behandlungsarten von Panikstörung und Agoraphobie, in Klammern KVT, Konfrontation in Vivo, Kognitive Therapie, Nondirektive Therapie, Entspannung, KVT und Psychodynamische Therapie, Psychodynamische Therapie zusammen. Im Hinblick auf die Hauptsymptomatik der Panikstörung ohne Agoraphobie zeigten sich unmittelbar nach Therapieende die KVT und die angewandte Entspannung am effektivsten, in Klammern D gleich 1,32 bzw. D gleich 1,12. Beide Behandlungsarten führten außerdem zu einer deutlichen Reduktion der Panikanfälle, in Klammern D gleich 1,24 bzw. D gleich 0,97. Bezüglich der angewandten Entspannung ist anzumerken, dass für einen erfolgreichen Einsatz von Entspannungsverfahren in der Behandlung von Angsterkrankungen sichergestellt werden muss, dass Entspannung vom Patienten nicht als dysfunktionales Vermeidungsverhalten, sondern als aktive Regulationstechnik eingesetzt wird. In Klammern Siehe Kapitel 10, Band 2. Bei der Therapie der Panikstörung mit Agoraphobie sind die Konfrontation in Vivo und die KVT im Hinblick auf die Hauptsymptomatik, in Klammern D gleich 1,64 bzw. D gleich 1,19. Die Reduktion der Panikanfälle, in Klammern D gleich 1,32 bzw. D gleich 1,19. Andere Ängste, Schrägstrich Ängstlichkeit, in Klammern D gleich 1,02 bzw. D gleich 0,98. Und die Beeinträchtigung des Lebensalltags, in Klammern D gleich 2,11 bzw. D gleich 0,89. Die wirksamsten Behandlungsarten. Alle Behandlungserfolge, klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 5.4. Generalisierte Angststörung. Von Martha Filipek, Julia Matz und Matthias Berking. Teilabschnitt 5.4.1. Störungsbild und Klassifikation. Personen, die unter generalisierter Angststörung in Klammern GAS bzw. oft auch GAD gleich Generalized Anxiety Disorder leiden, klagen über ausgeprägte und anhaltende Sorgen und Ängste oder deren körperliche Manifestationen. Im Gegensatz zur spezifischen Phobie beziehen sich diese Ängste und Sorgen nicht auf spezifische Objekte oder Situationen. Stattdessen stehen ängstliche Erwartungen und Sorgen im Vordergrund, die sich auf eine Vielzahl von Lebensbereichen beziehen können. Die Sorgen werden dabei als übertrieben und unkontrollierbar erlebt. Sie können hochautomatisiert und schnell aufeinanderfolgen und dabei regelrechte Sorgenketten bilden. Die Betroffenen vermeiden in der Regel Situationen, die diese Sorgen auslösen, in Klammern z.B. Berichte über Verkehrsunfälle im Fernsehen. Zuweilen zeigen sie auch ein ausgeprägtes Rückversicherungsverhalten, in dem sie sich z.B. mit an Penetranz grenzender Hartnäckigkeit nach dem Befinden nahestehender Personen erkunden, wenn sie sich Sorgen um deren Wohlergehen machen. Definition. Unter Rückversicherungsverhalten werden Verhaltensweisen verstanden, die von Betroffenen zur Angstreduktion und Beruhigung eingesetzt werden. Das Vertrauen in die erlangten Informationen sinkt jedoch schnell wieder ab, wodurch es häufig zu einer Wiederholung des Verhaltens kommt. Da somit jegliche Habituationen oder Realitätsprüfungen vermieden werden, trägt es zur aufrechte Haltung der Störung bei. Definition Ende. Fallbeispiel. Frau K., 43 Jahre alt, verheiratet, Mutter von zwei Kindern, in Klammern 8 und 11 Jahre, berichtet. Ich bin die ganze Zeit über nervös und angespannt. Mein Mann und meine Kinder sagen, dass ich mir zu viele Gedanken mache. Heute Morgen war ich so zappelig, alles fiel mir aus der Hand. Ich fürchtete zu spät zum Therapietermin zu kommen, wegen Glatteis. Es sind zwar Plusgrade draußen, aber man weiß ja nie mit Bodenfrost. Mein Mann ist die Strecke für mich vorgefahren, um mir Bescheid zu geben, ob es Glatteis gibt. Als er dann los ist, hatte ich plötzlich Angst, ihm würde etwas passieren und es wäre meine Schuld, da er ja den Umweg durch den Wald fahren musste und dort in der Kurve viele Unfälle passieren. Von der Sorge um ihn war ich ganz eingenommen, habe gezittert und hätte fast schon geheult. Ich habe es kaum ausgehalten. Sein Anruf war eine Erlösung. Das hat mich beruhigt, bis ich daran denken musste, dass ja die Kinder noch nicht auf dem Weg zur Schule sind. Bis vor kurzem habe ich die beiden selber zur Schule gefahren, da ich Angst habe, ihnen könnte auf dem Schulweg etwas zustoßen. Jetzt hat der Ältere mich davon überzeugt, dass er auf den Kleinen aufpassen kann und dass sie mit dem Bus fahren können. Aber wissen Sie, es fällt mir doch noch sehr schwer. Erst gestern hatten die Kinder Verspätungen und sind so wild losgerannt. Er hatte fürchterliche Angst, sie könnten über die Straße rennen, um in den Bus noch zu bekommen und angefahren werden. Durch die vielen Sorgen kann Frau K. abends oft nicht einschlafen und leidet häufig an Kopfschmerzen und Muskelverspannung. Dies löst wiederum Sorgen aus, dass sie krank oder nicht mehr ausreichend Energie haben werde, um ihren Alltag erfolgreich zu bewältigen. Fallbeispiel Ende In Bezug auf die Kernsymptomatik der GAS lassen sich nach Wels zwei Arten von Sorgen unterscheiden. Einerseits die sogenannten Typ 1 Sorgen, die sich auf in Anführungszeichen alltägliche Ereignisse wie Unfälle oder Krankheiten beziehen. Davon abzugrenzen sind die sogenannten Typ 2 Sorgen, die Sorgen über die Sorgen in Klammern Metasorgen darstellen. Im Rahmen dieser Metasorgen können Typ 1 Sorgen sowohl positiv als auch negativ bewertet werden. Beispiel Typische Sorgen von Typ 1 und Typ 2 Typische Sorgen vom Typ 1 Wo bleibt Klaus in Klammern Ehemann nur so lange? Er hätte schon vor 10 Minuten zu Hause sein müssen, was wenn er einen Unfall hatte und schwer verletzt im Graben liegt oder gar tödlich verunglückt ist. Schaffe ich das mit der Arbeit? Das ist so wenig Zeit, das wird nicht ordentlich, das wird der Geschäftsführung nicht gefallen. Ich sollte nicht alleine im Meer schwimmen und schon gar nicht so weit hinausschwimmen, wie ich das gerade mache. Was, wenn ich unterkühle und dann einen Herzinfarkt bekomme? Meine Schwester ist nicht über das Handy erreichbar, hoffentlich ist ihr nichts Schlimmes zugestoßen. Sie wurde vielleicht überfallen und verletzt, leidet fürchterlich und ich kann ihr nicht helfen. Ich muss unbedingt schnell an der Kasse sein, ich darf die Leute nicht aufhalten, aber mein Beutel schon bereit, hoffentlich geht alles gut. Typische Sorgen vom Typ 2. Wenn ich mir keine Sorgen mache, werde ich vielleicht böse überrascht. Vor lauter Sorgen kann ich nicht mehr schlafen, finde keine Ruhe mehr, bin nicht mehr leistungsfähig, werde meinen Job verlieren. Sich so viele Sorgen zu machen, ist nicht mehr normal. Beispiel Ende. Neben den übermäßigen Sorgen klagen die Betroffenen auch oft, in Klammern beziehungsweise zuweilen ausschließlich, über Schlafstörungen, Ruhelosigkeit, Muskelverspannungen, Konzentrationsstörungen, erhöhte Reizbarkeit, Schrägstrich Nervosität und oder leichte Ermüdbarkeit. Laut DSM Römisch 4 TR müssen für eine Diagnosestellung zuzüglich zur übermäßigen und schwer zu kontrollierenden Angst und Sorge bezüglich mehrerer Ereignisse oder Tätigkeiten mindestens drei dieser sechs genannten Beschwerden an der Mehrzahl der Tage über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten vorliegen. In der ICD-10 liegt der Fokus weniger stark auf den Sorgen und stärker auf der generalisierten, in Klammern frei flottierenden Angst und den damit verbundenen motorischen und vegetativen Beschwerden. Die Symptome, in Klammern siehe Tabelle 5.7 im gedruckten Buch, müssen hier ebenfalls an der Mehrzahl der Tage, allerdings nur über einen Zeitraum von mindestens mehreren Wochen auftreten. Ähnlich wie bei spezifischen Phobien führt die GRS verhältnismäßig selten zum Aufsuchen einer Behandlungseinrichtung. Die Symptomatik bleibt oft über Jahrzehnte bestehen und wird von den Betroffenen nicht selten als Teil ihrer Persönlichkeit erlebt. Zudem, in Anführungszeichen stranden, diese Patienten dann oftmals bei ihren Hausärzten, die die GRS nur in einem Drittel der Fälle korrekt diagnostizieren und in der Folge oft fälschlicherweise eine ausschließlich auf die somatischen Symptome abzielende Behandlung einleiten. Die Diagnostik der GRS sollte aufgrund hoher Komorbiditätsraten mit strukturierten Interviews bzw. Checklisten wie dem strukturierten klinischen Interview für DSM Römisch 4, dem Composite International Diagnostic Interview, dem diagnostischen Interview für psychische Störungen oder den internationalen diagnostischen Checklisten durchgeführt werden, die neben der GRS-Symptomatik auch weitere psychopathologische Symptome erfassen. Zusätzlich existieren einige störungsspezifische, in Klammern Selbstbeurteilungsfragebögen, die jedoch bislang nicht ausreichend normiert sind und von daher eher als Screening- oder Explorationshilfe eingesetzt werden sollten. Nennenswert sind hier vor allem der Anxiety Screening Questionnaire sowie der Penn State Worry Questionnaire. Während der ASQ in erster Linie die diagnostischen Kriterien der GRS abfragt, geht es im PSWQ vor allem um das Ausmaß bzw. die charakteristischen Aspekte pathologischer Sorgen. Dabei stehen Intensität, Exzessivität und Unkontrollierbarkeit im Fokus. Weitere Fragebögen sind beispielsweise der Worried Domains Questionnaire oder der Metakognitionsfragebogen, der Sorgen vom Typ 2 abfragt. In Klammern siehe Exkurs. Exkurs. Metakognitionsfragebogen. Der Metakognitionsfragebogen erfasst die Überzeugungen einer Person zum sich Sorgen machen. Dabei werden die folgenden fünf Dimensionen in Klammern Skalen unterschieden. Positive Überzeugungen über Sorgen, in Klammern zum Beispiel mich zu sorgen, hilft mir künftige Probleme zu vermeiden. Negative Vorstellungen über die Unkontrollierbarkeit von Gedanken und daraus resultierende Gefahren, in Klammern zum Beispiel meine Sorgen halten an, egal wie ich mich bemühe sie zu stoppen. Zweifel an den eigenen kognitiven Fähigkeiten, in Klammern zum Beispiel ich habe wenig Vertrauen in mein Gedächtnis für Worte und Namen. Negative Vorstellungen über Gedanken im Allgemeinen, einschließlich Gedanken wie Aberglaube, Bestrafung, Verpflichtung, in Klammern zum Beispiel ich könnte dafür bestraft werden, bestimmte Gedanken nicht zu kontrollieren. Kognitionsbezogene Selbstaufmerksamkeit, in Klammern zum Beispiel ich denke viel über meine Gedanken nach. Exkursende. Als therapiebegleitende Diagnostik kommen oftmals sogenannte Sorgentagebücher zum Einsatz. Das detaillierte tägliche Protokollieren des Problemverhaltens soll helfen, ein Bewusstsein für konkrete Auslöser, Sorgeninhalte, Vermeidungsverhalten sowie für kurz- und langfristige Konsequenzen des Sich-Sorgens und Vermeidens angstbezogener Reize zu entwickeln. Differenzialdiagnostisch ist die GAS vor allem von anderen Angststörungen wie Panikstörung oder Phobien sowie Zwangserkrankungen, Depressionen und Hypochondrie abzugrenzen. Relevante Differenzialdiagnostische Merkmale sind vor allem das Auftreten von Panikanfällen, in Klammern für die Abgrenzung zur Panikstörung, die Eingrenzung der Angst auf spezifische Reize oder Situationen, in Klammern spezifische Phobie, sowie Stereotypie und Inhalt der belastenden Gedanken, in Klammern Zwangserkrankungen. Bei Depressionen kreisen die Gedanken mindestens so häufig um die Vergangenheit wie um die Zukunft und bei Hypochondrie beziehen sich die Sorgen auf die eigene Gesundheit. Teilabschnitt 5.4.2 Epidemiologie Die Lebenszeitprävalenz der GAS liegt nach Wittchen und Heuer bei 5 bis 6,5%. Die Jahresprävalenz wird auf 2 bis 4%, die Punktprävalenz auf etwa 1 bis 3% geschätzt. In Hausarztpraxen finden sich Punktprävalenzen von 5,3%, was die GAS zur häufigsten Angsterkrankung in der Primärversorgung macht. Frauen sind von einer GAS etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Während sich die meisten Angststörungen bereits in der Jugend oder dem frühen Erwachsenenalter entwickeln, wird GAS bei Personen unter 25 Jahren eher selten diagnostiziert. Ersterkrankungen finden sich gehäuft zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr. Bei Personen, die älter als 55 Jahre sind, stellt die GAS die häufigste psychische Störung dar. Die meisten Personen, die an GAS leiden, erfüllen auch die Kriterien für mindestens eine weitere psychische Störung in Klammern Lebenszeitkomorbidität 91,3%. Besonders häufige Komorbiditäten sind affektive Störungen, andere Angststörungen und somatoforme Störungen. Ohne eine adäquate Behandlung bleibt die GAS in der Regel lange bestehen, wobei durchaus Schwankungen in der Symptomschwere auftreten können, sodass die diagnostischen Kriterien unter Umständen nicht zu jeder Zeit vollständig erfüllt sind. Eine Studie von Bruce et Ali zeigte, dass zwar 58% der Patienten innerhalb von 12 Jahren für mindestens 8 Wochen symptomfrei waren, davon jedoch 45% später erneut Symptome zeigten. Das Vorliegen von komorbiden Erkrankungen gilt dabei als bedeutsamer Prädiktor eines chronischen Verlaufs. Teilabschnitt 5.4.3 Äthiologie Unterabschnitt 5.4.3.1 Biologische Erklärungsansätze Eine Reihe von Familien- und Zwillingsstudien zeigen, dass genetische Faktoren einen bedeutsamen Risikofaktor für die Entwicklung einer GAS darstellen. Der genetisch bedingte Anteil der Störungsvarianz wird auf Grundlage von Zwillingsstudien auf gut 30% geschätzt. Dabei ist allerdings noch unklar, inwieweit es sich hier um eine allgemeine dispositionale Ängstlichkeit handelt oder um eine spezifische Vulnerabilität für GAS. Eine Reihe von Studien legen nahe, dass GAS und Major Depression gegebenenfalls eine gemeinsame genetische Vulnerabilität teilen und es von den individuellen Lernerfahrungen abhängt, welches Störungsbild sich letztlich manifestiert. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass GAS-Patienten im Vergleich mit Kontrollpersonen eine tonische Einschränkung der Herzratenvariabilität, in Klammern eingeschränkte Anpassungsfähigkeit des Herzens an innere und äußere Reize, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann, aufweisen. Dieser Befund wird als Hinweis auf Funktionsdefizite in Regionen gedeutet, die für die Steuerung des Zusammenspiels von sympathischer und parasympathischer Erregung und damit für die Anpassung des Aktivierungsniveaus an aktuelle Herausforderungen verantwortlich sind, in Klammern zentrales autonomes Netzwerk beziehungsweise Anterior Executive Region. Neuere Studien zeigen, dass GAS-Patienten in bestimmten Gehirnarealen wie im lateralen Frontalkortex, in den Basalganglien oder in dem Thalamus eine erhöhte Aktivität aufweisen, während der hemmende Einfluss prägenualer Regionen des anterioren singulären Kortex in Klammern ACC auf die Amygdala beeinträchtigt zu sein scheint. Die in der Hyperaktivierung des präfrontalen Kortex zum Ausdruck kommende Sorgenaktivität könnte eine kompensatorische Maßnahme darstellen, mit der das Gehirn versucht, Aktivierungsdefizite in basaleren Emotionsregulationsregionen, in Klammern ACC, auszugleichen. Darüber hinaus konnten bei GAS-Patienten Störungen im GABA-Ergen-Neurotransmittersystem, welches eine anxiolytische und relaxierende Wirkung hat, nachgewiesen werden. Unterabschnitt 5.4.3.2 Kognitiv-Verhaltenstherapeutische Erklärungsansätze In einer Vielzahl von Studien konnte nachgewiesen werden, dass Patienten mit GAS Informationen selektiv und verzerrt wahrnehmen. Die Betroffenen zeigen eine Hypervigilanz, in Klammern erhöhte Wachsamkeit, gegenüber Reizen, die mit potenziellen Gefahren assoziiert sind und interpretieren mehrdeutige Reize eher als bedrohlich. Die selektive Reizwahrnehmung kann sich auch auf die Typ-1-Sorgen in Klammern siehe oben beziehen und so maßgeblich zur Entwicklung von spezifischen Metasorgen in Klammern Typ 2 beitragen. Sowohl positiven als auch negativen Metasorgen wird eine aufrechterhaltene Wirkung in Bezug auf die Gesamtsymptomatik zugeschrieben. Positive Metasorgen aktivieren Typ-1-Sorgen und werden verstärkt, wenn eine befürchtete Katastrophe nach intensiven Grübeln nicht eintritt. Die im Laufe der Zeit zunehmenden Sorgen über die Sorgen führen zunehmend zu versuchen, Typ-1-Sorgen zu unterdrücken. Dies resultiert paradoxerweise jedoch oft in einer Zunahme von Intensität und Häufigkeit dieser Sorgen, was wiederum die Metasorgen verstärkt. Verschiedene Erklärungsansätze für GAS gehen davon aus, dass die Betroffenen unter Defiziten der Emotionsregulation leiden und der Sorgenprozess als dysfunktionale Bewältigungsstrategie für den Umgang mit belastenden Gefühlen bzw. zur Vermeidung von noch aversiveren Bewusstseinsinhalten konzeptualisiert werden kann. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass GAS-Patienten sich zwar überzufällig häufig mit möglichen Katastrophen auseinandersetzen, jedoch den damit verbundenen Angstanstieg ab einem gewissen Punkt systematisch unterbinden, indem sie zu einem anderen Sorgenthema springen. Mit jedem Springen vergeben sie jedoch die Chance, an die befürchtete Katastrophe zu habituieren bzw. ein erfolgreiches Bewältigungsszenario zu entwickeln. Außerdem wird der Themenwechsel durch den unmittelbar folgenden Angstabfall systematisch negativ verstärkt. Auf diese Weise trägt der Wechsel zwischen verschiedenen Sorgenbereichen wesentlich zur Aufrechterhaltung der Systematik bei. Um diese störungsinherenten Prozesse hinaus den Funktionalitäten zu beachten, die sich durch die Reaktionen relevanter Interaktionspartner auf die Sorgen ergeben. In diesem Sinne ist beispielsweise häufig zu beobachten, dass Sorgen und sich anschließendes Rückversicherungsverhalten dysfunktionale Wege darstellen, Zuwendung zu erlangen und Schrägstrich oder wichtige und gefährdete Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ein in diesem Sinne nicht untypischer Fall wäre eine 50-jährige Frau, deren Lebenssinn fast ausschließlich im sich-Kümmern um ihre Kinderbestand. Diese sind jedoch mittlerweile ausgezogen, reagieren zunehmend genervt auf die Kontaktaufnahme-Bemühungen der Mutter. In dieser Situation können antizipierte Katastrophen eine vermeintliche Rechtfertigung dafür liefern, dass sich das Leben wie bislang auch um das Wohlbefinden der Kinder dreht und die Mutter trotz zunehmender Unmutssignale der Kinder weiterhin täglich bei diesen anrufen kann. Viele Patienten mit GRS werden pharmakologisch behandelt. Dieses unter anderem auf die hohen Prävalenzraten in der Primärversorgung und die dort zu verzeichnenden Informationsdefizite bezüglich des Krankheitsbildes oder der Therapieoption zurückzuführen. Nach wie vor werden die Patienten dabei oft mit Benzodiazepinen behandelt, was aufgrund des Suchtpotenzials dieser Substanzklasse als hochproblematisch angesehen werden muss. Darüber hinaus werden oftmals Antidepressiva, in Klammern vor allem SSRIs, eingesetzt, was sowohl durch die zu verzeichnenden Effekte als auch durch die hohe Komorbidität mit affektiven Störungen erklärt und gerechtfertigt werden kann. Die medikamentöse Therapie zeigt insgesamt positive Effekte, welche jedoch mit Absetzen der Medikamente wieder abnehmen. Unterabschnitt 5.4.4.2 Angewandte Entspannung nach Öst, in Klammern im Vergleich 1987 Die angewandte Entspannung ist wohl die am weitesten verbreitete psychologische Therapiemethode zur Behandlung von GRS. Bei diesem Verfahren werden die Patienten in einem effektiven Entspannungsverfahren, in Klammern in der Regel PMR, siehe Kapitel 10, Band 2 geschult, sodass sie lernen, bei Bedarf gezielt eine möglichst intensive Entspannungsreaktion herbeizuführen. Außerdem lernen sie, in Klammern zum Beispiel mit Hilfe eines Sorgentagebuchs, kritische äußere und innere Auslöser von Sorgen zu identifizieren. Im nächsten Schritt trainieren sie, immer wenn sie typische Auslöser von Sorgen und Schrägstrich oder Besorgtheit wahrnehmen, die Entspannungsreaktion herbeizuführen und dadurch die Sorgen und die mit den Sorgen einhergehenden Symptome bzw. Angstsymptome zu reduzieren. Die Effektstärken für die angewandte Entspannung liegen nach Ruhmland und Magrav bei D gleich 1,65, wobei hier lediglich zwei Studien in die Berechnung eingingen. In einer gut kontrollierten Studie von Hoyer et Ali waren 56% der Patienten am Therapieende symptomfrei. Unterabschnitt 5.4.4.3 Kognitive Verhaltenstherapie Zu den Bestandteilen der kognitiven Verhaltenstherapie in Klammern KVT der GAS gehören vor allem Psychoedukation, kognitive Umstrukturierung, Konfrontation in Klammern Sorgenexposition sowie Rückfallprophylaxe. Ziel der Psychoedukation ist es, den Patienten zum einen Grundlagen der Angst, in Klammern was ist Angst, woher kommt sie, welchen Nutzen hat sie, wie wird Angst von den Betroffenen erlebt, wann spricht man von pathologischer Angst und zum anderen spezifische Informationen zum Störungsbild der GAS, in Klammern, wie kommt es zur GAS, wie kann man GAS behandeln, zu vermitteln. Ziel der kognitiven Umstrukturierung ist es, in Bezug auf die Typ 1 Sorgen über Bewertungen der Wahrscheinlichkeit der antizipierten Katastrophe zu korrigieren, in Klammern Realitätscheck, wie wahrscheinlich ist es, dass sie den Arbeitsplatz verlieren und Hartz-IV-Empfänger werden. Außerdem gilt es, die negativen Bewertungen antizipierter Katastrophen zu reduzieren und die Zuversicht zu stärken, mit Herausforderungen auch erfolgreich umgehen zu können. Und Klammern N katastrophisieren. Wie wäre denn das so als Hartz-IV-Empfänger? Was genau wäre daran so schlimm? Wie würden sie damit umgehen? Was glauben sie, wie gehen die Millionen Hartz-IV-Empfänger damit um? Kann es sein, dass sie ihre Möglichkeiten unterschätzen, einen positiven Umgang mit dieser Situation zu finden? Wenn ja, wie sähe ein erfolgreiches Bewältigungsszenario in ihrem Fall aus? In Bezug auf Typ 2 Sorgen gilt es, Vor- und Nachteile exzessiven Sorgens rational einzuschätzen und die Schwierigkeiten zu erkennen, die sich durch zwanghaftes Unterdrücken ergeben können. Im Sinne achtsamkeitsbasierter Ansätze sollen Patienten dabei lernen, Sorgen als mentale Phänomene wahrzunehmen, die kommen und gehen, die es erfahrungsoffen zu registrieren gilt, die auf mögliche Gefahren hinweisen können, denen man aber auch durch systematische, in Klammern und von Akzeptanz begleitete, Nichtbeachtung die Aufmerksamkeit entziehen kann. Bei der Sorgen-Exposition werden die Patienten dazu aufgefordert, die Sorgen, die sich auf ein spezifisches Szenario beziehen, gezielt bis zum Ende zu denken. Da die Betroffenen dazu neigen, sehr abstrakt zu denken, um Angstreaktionen zu reduzieren, werden sie zusätzlich aufgefordert, sich die entsprechenden Situationen möglichst konkret und bildhaft vorzustellen. In dem Maß, in dem sich eine habituationsbedingte Reduktion der Angst abzeichnet, kann mit dem Patienten auf kognitiver Ebene daran gearbeitet werden, wie er mit Worst-Case-Szenarien konstruktiv umgehen könnte. Ist diese Sorgenkonfrontation in Senso geglückt, kann eine Konfrontation in Vivo, in Klammern Siehe Kapitel 3, Band 2 folgen. Dabei sucht der Patient gezielt sorgenauslösende Situationen auf und stellt sich so seine Angst, in Klammern zum Beispiel durch das Betrachten von Schreckensnachrichten im Fernsehen. Ziel der Konfrontation in Vivo ist auch der Abbau von Rückversicherungsverhalten. Bei einem in diesem Sinne symptomfokussierten Vorgehen ist allerdings darauf zu achten, dass etwaige Funktionalitäten der Symptomatik nicht vernachlässigt werden. In dem Maß, in dem Hinweise für Funktionalitäten vorliegen, gilt es, vor oder parallel zur Durchführung der Konfrontationsübungen, die Möglichkeiten der Patienten zu stärken, wichtige Bedürfnisse auch anders als über das Sorgenverhalten befriedigen zu können. Im Hinblick auf die Wirksamkeit berichten Ruhmland und Magrav in einer Meta-Analyse von Effektstärken von D gleich 1,43 für die KVT in Bezug auf die Hauptsymptomatik der GRS, sowie von vergleichsweise niedrigen Therapieabbruchraten. Eine Meta-Analyse von Mitte berichtet von mittleren bis großen Effekten bezüglich der Überlegenheit von KVT gegenüber Wartekontroll- oder Common-Factor-Kontrollgruppen, in Klammern aktive Kontrollgruppen, eine Psychotherapie mit allgemein bekannten therapeutischen Wirkfaktoren erhalten. Außerdem liefert diese Studie Hinweise darauf, dass KVT auch in der Akuttherapie zumindest genauso effektiv wie die Behandlung mit Psychopharmaka ist. Eine weitere Meta-Analyse von Covin et al. belegt, dass diese Effekte sich nicht nur in Bezug auf die allgemeine Ängstlichkeit, sondern auch in Bezug auf das Kardinalsymptom der unangemessenen Sorgen zeigen und dass sie zeitlich stabil sind. In einer sorgfältig durchgeführten Studie von Hoyer et al. unterschied sich Sorgen-Exposition als alleinige Interventionsmethode weder in der Wirksamkeit noch in der Akzeptanz signifikant von angewandter Entspannung und führt über 48% der Patienten zur Remission. Die Effekte waren auch über einen Katarnese-Zeitraum von einem Jahr stabil. Diese zahlreichen Ergebnisse bestätigen die KVT als hochwirksame Behandlungsmethode mit effektiven Interventionskommunikation. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 5.5 Posttraumatische Belastungsstörung Die Posttraumatische Belastungsstörung PTBS ist eine mögliche Folgereaktion auf ein traumatisches Ereignis. Das traumatische Ereignis wurde hierbei von einer Person selbst erlebt oder an fremden Personen beobachtet. Definition Ende Traumatische Ereignisse stellen zum Beispiel das Erfahren körperlicher und sexueller Gewalt, gewalttätiger Angriffe auf die eigene Person, Krieg, Entführung, Naturkatastrophen oder Unfälle dar. Oftmals kommt es dabei zu einem übergreifenden Gefühl von Hilflosigkeit und zu einer Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses. Die vorher vermeintlich sichere Welt wird von den Betroffenen plötzlich als gefährlich und das Selbst als verletzlich und schutzlos wahrgenommen. Das charakteristische Symptom der PTBS ist ein ungewolltes und lebendiges Wiedererleben von Aspekten des Traumas. Betroffene leiden unter sich aufdrängenden, belastenden Gedanken und Erinnerungen an das Trauma in Klammern Intrusionen und Erinnerungslücken. Intrusive Erinnerungen sind dadurch gekennzeichnet, dass das Trauma so erlebt wird, als sei es gerade erst passiert. Es erscheint, als werde das Trauma nicht erinnert, sondern in Form von Bildern, Flashbacks oder Albträumen wiedererlebt. Die Betroffenen beginnen daher traumaassoziierte Reize zu vermeiden. Darüber hinaus zählen emotionale Taubheit und ein erhöhtes psychophysiologisches Erregungsniveau, in Klammern welches sich zum Beispiel in Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und Schreckhaftigkeit manifestieren kann, zu zentralen Symptomen der PTBS. Die diagnostischen Kriterien für die PTBS nach ICD-10 und DSMRömisch 4-TR sind in Tabelle 5.8 im gedruckten Buch dargestellt. Fallbeispiel Immer zwischen 3 und 4 Uhr Nacht sucht, in Anführungszeichen, es mich heim. Ich habe Albträume, in denen ich vergewaltigt und gefoltert werde. Dann wache ich auf. Ich habe das Gefühl, das wäre jemand anderem passiert. In meinen Unterlagen von damals vom Jugendamt steht, dass ich als 8-Jährige von unserem Nachbarn missbraucht wurde. Aber ich kann mich nicht richtig daran erinnern. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass alles ist jemand anderem passiert. Das war nicht ich. Und wenn ich in der Küche stehe beim Kochen und mein Mann sich von hinten nähert und mich am Rücken berührt, zucke ich zusammen, verkrampfe und schreie ihn an, er soll weggehen. Es fühlt sich dann an wie damals. Ich fühle mich dann total ausgeliefert, wie ein kleines Kind und würde am liebsten nur wegrennen. Fallbeispiel Ende Teilabschnitt 5.5.2 Diagnostik Im Rahmen der Diagnostik gilt es, neben einer ausführlichen Erfassung der erlebten Symptome zu klären und wie weit diese durch ein traumatisches Ereignis ausgelöst wurden. Differenzialdiagnostisch ist die PTBS von Anpassungsstörungen, andauernder Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastungen, Angststörungen, affektiven Störungen sowie von der akuten Belastungsreaktion abzugrenzen. Die akute Belastungsreaktion in Klammern F43.0 wird im ICD-10 als vorübergehende Reaktion eines psychisch gesunden Menschen auf außergewöhnliche körperliche oder psychische Belastungen bezeichnet. Die Symptome treten unmittelbar infolge des belastenden Ereignisses auf und gehen innerhalb von Stunden oder Tagen zurück. Für die Diagnosestellung bieten sich semistrukturierte Interviews wie das strukturierte klinische Interview oder das diagnostische Interview bei psychischen Störungen an. Die deutsche Version der Clinical Administered PTSD Scale erfasst neben relevanten diagnostischen Informationen wie Häufigkeit und Intensität von PTBS-Symptomen auch deren Schweregrad. Zur Status- und Verlaufsmessung bieten sich Selbstbeurteilungsverfahren an. Beispiele hierfür sind die Impact of Events Scale Revised, der Fragebogen zu Gedanken nach traumatischen Erlebnissen oder die Post Traumatic Diagnostic Scale. Praxisteil Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung Voraussetzung für eine genaue Diagnosestellung ist der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Patienten mit Traumatisierung leiden unter einem erschütterten Vertrauen und haben im Erstkontakt deswegen oft erhebliche Schwierigkeiten, sich mitzuteilen. Außerdem sind posttraumatische Symptome häufig schambesetzt. Bei der Exploration der Symptomatik sollte daher dem erhöhten Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestimmtheit traumatisierter Patienten Rechnung getragen werden. Praxisteil Ende Teilabschnitt 5.5.3 Epidemiologie Die Lebenszeitprävalenz der PTBS in der Allgemeinbevölkerung liegt zwischen 1 und 7%. In Deutschland wird die Prävalenz bei erwachsenen Männern auf 5%, bei Frauen doppelt so hoch auf 10,4% geschätzt. Die Prävalenzrate ist abhängig von der Art des Traumas. Physische Angriffe, vor allem auch sexueller Art, gehören mit Prävalenzraten von bis zu 50% zu den häufigsten Auslösern einer PTBS, wohingegen die Prävalenzrate bei Verkehrsunfallopfern oder bei schweren Organerkrankungen deutlich niedriger bei 10% liegt. Im Mittel entwickeln ungefähr 25% aller mit einem traumatischen Ereignis konfrontierten Personen eine PTBS. Es sollte beachtet werden, dass komorbide Störungen im Rahmen der PTBS eher die Regel als die Ausnahme darstellen. Die Lebenszeitprävalenz für komorbide Achse 1 Störungen, wie zum Beispiel affektive Störungen, Angststörungen, somatoforme Störungen und Substanzmissbrauch, beträgt zwischen 62 und 92%. Bei etwa einem Drittel der Personen mit PTBS besteht eine Risikokonstellation durch eine vorbestehende psychische Störung, was die Vulnerabilität für traumatische Ereignisse erhöht. Bei zwei Drittel der Fälle entstehen komorbide Störungen, jedoch sekundär als Reaktion auf die PTBS, in Klammern, wie zum Beispiel Alkohol und Substanzgebrauch zur Symptomlinderung. Überdies besteht ein Zusammenhang zwischen frühkindlicher Traumatisierung, in Klammern insbesondere sexualisierter Gewalt, und der Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Teilabschnitt 5.5.4 Verlauf Nach dem Erleben eines traumatischen Stressors kann sich eine PTBS in jedem Alter entwickeln. Die Symptome entstehen meist sofort nach dem traumatischen Erlebnis, in 3-10% der Fälle treten sie jedoch erst nach 6 Monaten oder später auf. Bei mehr als einem Drittel der Befragten des National Community Survey gab es auch noch 10 Jahre nach der Traumatisierung PTBS-Symptome. Prospektiven Studien zufolge ist der Chronifizierungsprozess bereits innerhalb des ersten Jahres nach der Traumatisierung abgeschlossen. Ohne Behandlung liegt die Erkrankungsdauer bei durchschnittlich 5 Jahren, mit einer Behandlung dagegen bei 3 Jahren. Teilabschnitt 5.5.5 Äthiologie und Störungsmodelle Die Konfrontation mit einem traumatischen Stressor muss nicht zwangsläufig zu einer Ausbildung einer PTBS führen. Es existiert vielmehr eine Reihe von Faktoren, die als Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTBS diskutiert werden. In einer Meta-Analyse von Bruin, Andrews und Valentine wurden weibliches Geschlecht, niedriger Bildungsstand, früher Beginn der Traumatisierung, Schwere des Traumas, Fehlen von sozialer Unterstützung und eigene oder familiäre psychiatrische Vorgeschichte als Risikofaktoren für die Entstehung einer PTBS identifiziert. In den theoretischen Modellen zur Entstehung und Aufrechterhaltung der PTBS spielt über das Gedächtnis für das traumatische Erlebnis hinaus auch die Art und Weise der Bewertung des Ereignisses eine entscheidende Rolle. Zusätzlich ist die Tendenz zur Vermeidung mit dem Ziel eines verbesserten Umgangs mit PTBS-Symptomen ein wichtiger Faktor. Unterabschnitt 5.5.5.1 Die behaviorale Perspektive Das Furchtstrukturmodell nach Vor- und Kosak Dem Ansatz von Vor- und Kosak liegt die Hypothese zugrunde, dass ein Trauma eine hohe aversive Bedeutung aufweist und Sicherheitsüberzeugungen tief erschüttert. Das traumatische Ereignis wird hierbei in einer anderen Form im Gedächtnis abgespeichert als andere Lebenserfahrungen. Die posttraumatischen Reaktionen werden als sogenannte Furchtstruktur im Gedächtnis repräsentiert. Die Furchtstruktur enthält und verbindet alle emotionalen, kognitiven und physiologischen Informationen über das erlebte Trauma, die Reaktion der betroffenen Person und die Bedeutung der bedrohlichen Reize und der eigenen Reaktion. Alle Elemente, die mit dem traumatischen Erlebnis assoziiert sind, werden miteinander verknüpft und gemeinsam abgespeichert. Die Aktivierung eines einzelnen enthaltenen Elements führt so zur Aktivierung der gesamten Struktur. Je mehr Elemente die Furchtstruktur enthält, desto häufiger wird sie durch Hinweisreize aktiviert und desto stärker erscheint die posttraumatische Symptomatik. Durch das Ausführen von Vermeidungsverhalten kommt es kurzfristig infolge einer nicht erfolgten Aktivierung der Furchtstruktur zwar zu einem Ausbleiben der Angstreaktion, langfristig werden hierdurch jedoch korrigierende Erfahrungen verhindert und die Furchtstruktur wird weiter aufrechterhalten. Unterabschnitt 5.5.5.2 Die kognitive Perspektive Kognitiv-behaviorales Modell von Ehlers und Clark In Ausgangspunkt des kognitiven Modells von Ehlers und Clark in Klammern Sie Abbildung 5.3 im gedruckten Buch stellt die Beobachtung dar, dass Personen mit PTBS von der Wahrnehmung einer aktuellen Bedrohung berichten, obwohl die Traumatisierung bereits beendet ist und in der Vergangenheit liegt. Bei der Erklärung dieses Phänomens spielen drei Komponenten eine entscheidende Rolle. Das Traumagedächtnis, die dysfunktionale Interpretation des Traumas und seiner Konsequenzen sowie das Sicherheits- und Vermeidungsverhalten. Die Besonderheit der PTBS besteht darin, dass eine Störung des Gedächtnisses in Klammern Traumagedächtnis vorliegt. Der willentliche Abruf vollständiger Erinnerungen ist erschwert und Betroffene werden gleichzeitig immer wieder ungewollt an das Trauma erinnert, in Klammern Intrusionen. Neben dem Traumagedächtnis lösen negative Interpretationen des Traumas, in Klammern, ich bin ja selbst schuld daran, und seiner Konsequenzen, in Klammern, ich komme nie darüber hinweg, das Gefühl einer weiter bestehenden Bedrohung aus. Dabei kommt es zu intrusiven Wiedererinnerungen, Symptomen der Übererregung und starken emotionalen und sensorischen Reaktionen. In der Folge werden behaviorale und kognitive Strategien zur Reduktion des Bedrohungsgefühls aktiviert. Diese Vermeidungsstrategien führen in der Regel zu einer kurzfristigen Entlastung, jedoch die Vermeidungstendenz verstärkt und dafür sorgt, dass keine korrektiven Erfahrungen mit Trauma-assoziierten Stimuli erlebt werden können. Hierdurch tragen Vermeidungsstrategien wiederum zur Aufrechterhaltung der negativen Interpretationen Trauma-assoziierter Stimuli bei. Teilabschnitt 5.5.6 Behandlung Unterabschnitt 5.5.6.1 Grundlagen psychotherapeutischer Behandlung Traumatisierte Patienten fühlen sich existenziell verunsichert, da sie erlebt haben, dass äußere Einflüsse Kontrolle über sie gewonnen haben. Die Grundlage einer psychotherapeutischen Behandlung muss deshalb die Schaffung einer sicheren und geschützten Umgebung darstellen. Weiterhin muss berücksichtigt werden, inwiefern der Patient über die für die Therapie notwendigen Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit und emotionale Regulationsfähigkeit verfügt. Ist dies nicht der Fall, müssen die entsprechenden Fertigkeiten zunächst aufgebaut werden. Unterabschnitt 5.5.6.2 Psycho-Education Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie stellt die Plausibilität des Erklärungsmodells der Erkrankung für die Patienten dar. Um den Betroffenen Sicherheit zu vermitteln, sollten diese darüber aufgeklärt werden, dass die erlebten Symptome natürliche Konsequenzen der erlebten Ereignisse darstellen und somit eine völlig normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis. Es ist hilfreich, eine Edukation zu günstigen Umgangsweisen mit den Symptomen sowie eine Informationsvermittlung über verfügbare Hilfsangebote durchzuführen. In Abhängigkeit vom Zustand der traumatisierten Patienten ist zu Beginn der Behandlung eine kürzere oder längere Stabilisierungsphase durchzuführen. In dieser Phase ist es hilfreich, den Patienten Techniken zur Entspannung, in Klammern zum Beispiel progressive Muskelrelaxation nach Jakobsson, Atemtechniken, in Klammern zum Beispiel Zählen von Atemzügen oder Imaginationsübungen, in Klammern zum Beispiel der sichere Ort, an die Hand zu geben. Unterabschnitt 5.5.6.3 Expositionsverfahren Das Vermeidungsverhalten, das aufgrund der dauerhaft vorhandenen Angstsymptomatik besteht, kann sich sowohl auf externe Reize, in Klammern zum Beispiel Tatort oder mit dem Trauma assoziierte Aktivitäten und Situationen, als auch auf interne Reize, in Klammern zum Beispiel Gedanken, emotionale Reaktionen beziehen. Mithilfe der Konfrontation in Sensu soll die Erinnerung an das Trauma zeitlich als in der Vergangenheit liegend ins Gedächtnis eingeordnet werden, um damit die Wahrnehmung der gegenwärtigen Bedrohung und die posttraumatische Symptomatik zu reduzieren. Dies geschieht durch kontrolliertes Wiedererinnern des traumatischen Ereignisses in der Vorstellung oder durch schriftliches Abfassen eines detaillierten Ablaufprotokolls der Ereignisse. Der Therapeut achtet hierbei darauf, dass alle Ebenen des Erlebens, in Klammern Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle und körperliche Reaktionen, mit einbezogen werden. Der Patient soll sich das Trauma mit allen Einzelheiten und Sinnen so intensiv wie möglich vorstellen, bis sich die konditionierte Angstreaktion verringert, in Klammern Habituation. Gleichzeitig schützt der Therapeut den Patienten vor zu starken und überfordernden Reaktionen. Hierbei ist es auch notwendig, problematische Überzeugungen und Bewertungen bezüglich der Schlüsselmomente des Traumas, in Klammern zum Beispiel mein Körper ist zerstört, zu identifizieren und zu diskutieren, um alternative Interpretationen in nachfolgende Konfrontationen einfließen zu lassen. Bei der Konfrontation in vivo werden die vermiedenen Situationen in Begleitung des Therapeuten aufgesucht, um einen natürlichen Rückgang der Angstreaktion durch Habituation zu erleben. Die Habituation funktioniert dabei umso besser, je wirklichkeitsnäher die Übungssituationen sind. Die Konfrontation fördert den Rückgang der Symptome, da die Patienten erfahren können, dass eine objektiv sichere Situation, wie sie an das Trauma erinnert, aktuell keine Gefahr mehr darstellt. Bei dem von Shapiro speziell für die PTBS-Behandlung entwickelten Ansatz der Augenbewegungs-, Desensibilisierungs- und Verarbeitungstherapie sollen sich Patienten zur bilateralen Stimulation der Traumaverarbeitung im Gehirn an ihr traumatisches Ereignis erinnern, während sie mit den Augen dem sich rhythmisch hin- und herbewegenden Finger des Therapeuten folgen. Dieses Verfahren hat sich in einer Reihe von Studien als wirksam erwiesen. Wie diese Wirkung zustande kommt und ob nicht letztlich der Habituationseffekt allein für die Effekte verantwortlich ist, ist bislang jedoch nicht geklärt. So konnten zum Beispiel Lohr, Tholin und Lilienfeld zeigen, dass die durchgeführten Augenbewegungen keinen zusätzlichen Effekt zu der durchgeführten Exposition in Sensu aufweisen. Unterabschnitt 5.5.6.5 Kognitive Verfahren Kognitive Umstrukturierung Ziel kognitiver Verfahren wie der kognitiven Umstrukturierung ist die Modifikation von Informationsverarbeitungsprozessen, die für die Aufrechterhaltung der Symptomatik von Relevanz sind. Gedanken und Bewertungen, welche die Bewältigung eines Traumas erschweren, in Klammern zum Beispiel Das Erlebnis zeigt mir, dass der Teufel die Welt regiert und nichts ihm widerstehen kann, werden zunächst identifiziert und anschließend anhand kognitiver Techniken, in Klammern siehe Kapitel 3, Band 2, wie dem sokratischen Dialog hinterfragt. In einem zweiten Schritt werden hilfreichere alternative Gedanken erarbeitet, in Klammern zum Beispiel Was passiert ist, ist zwar unglaublich furchtbar, aber es gibt in dieser Welt auch das Schöne und das Gute und die dysfunktionalen Bewertungen zunehmend durch funktionalere Denkweisen ersetzt. Übergeneralisierung von Gefahr Betroffenen erscheint häufig die Auftretenswahrscheinlichkeit für ein erneutes Unglück seit dem traumatischen Erlebnis erhöht. Dabei spielen Denkfehler, in Klammern Übergeneralisierung, emotionale Schlussfolgerung, selektive Aufmerksamkeit eine entscheidende Rolle in der Therapie gemeinsam identifiziert werden. Es kann hierbei zum Beispiel hilfreich sein, die konkreten Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten eines bestimmten Ereignisses zu berechnen und auf diesem Wege die fehlerhaften Schätzungen der Patienten zu modifizieren. Schuld- und Schamgefühle Viele Betroffene weisen Schuldgefühle auf, da sie sich nicht in der Lage sahen, das Trauma zu verhindern. Zudem können häufig Schamgefühle vorhanden sein, da die Betroffenen in der traumatischen Situation unter massiven Druck ein in ihren Augen inakzeptables Verhalten ausgeführt haben. Eine hilfreiche Methode zur Bearbeitung von Schuld- und Schamgefühlen stellen zum Beispiel Tortendiagramme dar. Die Betroffenen werden hierbei um eine Einschätzung der Höhe des eigenen Anteils am Ausgang des Ereignisses gebeten, die häufig in hohen prozentualen Angaben resultiert. Anschließend werden andere beteiligte Ursachen gesammelt und prozentual eingeschätzt, wobei insgesamt schnell über 100% erreicht werden können, sodass das Tortendiagramm entsprechend verändert und der Einfluss anderer Ursachen integriert und diskutiert werden muss. Hierdurch erfolgt in der Regel eine deutliche Reduktion der Einschätzung der Höhe des eigenen Anteils am Ausgang des Ereignisses, sodass eine neue Perspektive im Bezug auf Schuld- und Gefühle auf Seite des Patienten erreicht werden kann. Unterabschnitt 5.5.6.6 Wirksamkeit psychotherapeutischer Behandlungen Eine Meta-Analyse von Bradley et Ali Eats zur Wirksamkeit psychotherapeutischer Behandlungen bei PTBS konnte zeigen, dass 67% der Patienten, die eine Behandlung bis zum Ende durchführen, im Anschluss daran die Kriterien einer PTBS nicht mehr erfüllen. Expositionsverfahren mit einer Effektstärke von D gleich 1,57 und kognitive Verhaltenstherapien mit einer Effektstärke von D gleich 1,65 erzielen hierbei die höchsten Effekte. Auch EMDR zeigte mit einer Effektstärke von D gleich 1,43 eine gute Wirksamkeit. Unterabschnitt Pharmakotherapie Laut Empfehlung der S3-Leitlinie zur Behandlung der PTBS soll die Psychopharmakotherapie nicht als alleinige Therapie der PTBS eingesetzt werden. Verschiedene Psychopharmaka haben sich aber als zusätzliche Therapie bei PTBS als wirksam erwiesen und können zur Unterstützung der Symptomkontrolle in Klammern Übererregung, Intrusionen, Flashbacks indiziert sein. Insbesondere die Wirksamkeit der Gruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer in Klammern SSRIs, die sowohl zur Verbesserung der PTBS-Symptome als auch zur Verminderung der depressiven Symptomatik beitragen, konnte mehrfach belegt werden. Die Meta-Analyse von Van Etten und Taylor zeigte hierzu mittlere Effektstärken von D gleich 1,38. Das Committee on Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder kommt dagegen in einer Analyse von 37 randomisiert kontrollierten Pharmakotherapie-Studien zum Ergebnis, dass die Evidenz für eine Wirksamkeit einer Pharmakotherapie für Benzodiazepine, Mao-Hemmer, SSRIs und anderer Antidepressiva aufgrund nur geringer Effektstärken insgesamt unzureichend ist. Frommberger und Ali konnten auch langfristig kein positives Bild der Pharmakotherapie bei PTBS aufzeigen. Im direkten Vergleich zur kognitiven Verhaltenstherapie konnte zwar während der Behandlung in beiden Gruppen zunächst eine Verbesserung der PTBS und der depressiven Symptomatik verzeichnet werden, zum 6-Monats-Follow-up hatten sich allerdings die Werte der Psychotherapie-Gruppe weiter verbessert, während sie sich in der Antidepressiva-Gruppe wieder verschlechtert hatten. Eine zusätzliche Psychopharmakotherapie kann helfen, Symptome zu reduzieren, ist jedoch als alleinige Behandlung nicht empfehlenswert. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogol. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 5.6 Zwangsstörungen von Ulrike Zetsche und Cornelia Exner. Teilabschnitt 5.6.1 Erscheinungsbild von Zwangsstörungen Die meisten von uns kennen spontan auftretende, angstauslösende Gedanken oder den Drang, bestimmte Dinge nochmals zu überprüfen, um zu der beruhigenden Sicherheit zu gelangen, dass alles in Ordnung ist. In Klammern zum Beispiel, dass das Bügeleisen tatsächlich ausgeschaltet ist. Neben solcher angstauslösenden Gedanken und neutralisierenden Handlungen ein unkontrollierbares Zeitraum des Ausmaßes an, spricht man von einer Zwangsstörung. Die Mehrheit, in Klammern 80% aller Menschen mit einer Zwangsstörung, leiden dabei sowohl unter Zwangsgedanken als auch unter Zwangshandlungen. Zwangsgedanken Definition Zwangsgedanken sind spontan auftretende Gedanken oder Vorstellungen, die starke Angst oder Unwohlsein auslösen. Definition Stopp Zwangsgedanken können in Form von Gedanken, Vorstellungen oder inneren Impulsen auftreten. Charakteristisch für alle Zwangsgedanken ist, dass sie sich den Betroffenen gegen ihren Willen aufdrängen und starke Angst oder Unwohlsein verursachen. Die Inhalte von Zwangsgedanken sind dabei individuell sehr verschieden und beziehen sich oft auf etwas, das auf keinen Fall passieren sollte. In Klammern zum Beispiel Partner verunglückt tödlich oder das in einem extremen Gegensatz zu persönlichen Werten der Betroffenen steht. In Klammern zum Beispiel ein Kind überfahren, siehe Tabelle 5.9 im gedruckten Buch. Hieraus wird verständlich, dass Zwangspatienten alles daran legen, diesen Gedanken entgegenzuwirken, indem sie versuchen, sie zu ignorieren oder zu unterdrücken oder ihnen durch andere Gedanken oder Handlungen ihre bedrohliche Wirkung zu nehmen. Zwangshandlungen Definition Zwangshandlungen sind willentliche Handlungen oder Gedanken, zu deren Ausführungen sich die Betroffenen gedrängt fühlen. Definition Stopp Oft dienen Zwangshandlungen dem Ziel, vorangegangene Zwangsgedanken zu neutralisieren, d.h. die durch die Gedanken ausgelöste Anspannung zu reduzieren oder die bedrohlichen Szenarien aus den Gedanken zu verhindern. Objektiv gesehen stehen Zwangshandlungen jedoch in keinem sinnvollen Bezug zu dem, was sie zu verhindern suchen. Denn sie sind entweder nicht geeignet, die imaginäre Bedrohung abzuwenden, in Klammern zum Beispiel ritualisiertes Händewaschen, um eine Infektion mit HIV zu verhindern, oder stark übertrieben, in Klammern zum Beispiel 15 Mal hintereinander den Herd kontrollieren, um einen Wohnungsbrand zu verhindern, siehe Tabelle 5.9 im gedruckten Buch. Den meisten Patienten ist die Unangemessenheit ihrer Zwangshandlungen bewusst. Die Unterlassung einer Zwangshandlung geht jedoch meist mit solch großer Angst einher, dass sie schließlich dennoch ausgeführt wird. Therapeutisch gesehen ist es wichtig, zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen zu unterscheiden. Der Unterschied zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen lässt sich am einfachsten an ihrer Wirkung erkennen. Zwangsgedanken lösen bei den Betroffenen Angst, in Klammern, oder andere negative Gefühle aus, während Zwangshandlungen kurzfristig zu einer Beruhigung führen. Obwohl die Inhalte von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen individuell sehr unterschiedlich sein können, lassen sich dennoch einige häufig auftretende Kategorien unterscheiden, die im Folgenden dargestellt werden. Fallbeispiel, Herr P. Herr P, in Klammern 22 Jahre, Student, berichtet, dass er immer schon ordentlich und etwas perfektionistisch gewesen sei. Kurz nach Beginn seines Studiums vor ca. zwei Jahren habe er jedoch plötzlich Ängste entwickelt, dass ihm ein entscheidender Fehler unterlaufen und er dadurch sein Studium nicht oder nur mangelhaft abschließen könne. Dies sei eine schreckliche Vorstellung für ihn, da er auf keinen Fall arbeitslos sein oder der Gesellschaft zulast fallen wolle. Um dies zu verhindern, lese er jede E-Mail an Seminarleiter oder Professoren fünf bis siebenmal durch, bevor er diese abschicken könne. Nach dem Abschicken sei er meist so nervös, dass er seine Freundin mehrfach fragen müsse, ob es richtig war, die E-Mail einfach abzusenden. Erst danach könne er langsam wieder zur Ruhe kommen. Darüber hinaus sei er beim Erstellen von Referatsfolien so angespannt, dass er nach Fertigstellung der Folien noch ca. drei Stunden damit beschäftigt sei, die Folien auf mögliche unentdeckte Rechtschreibfehler oder unsinnige Sätze hin zu überprüfen. Oft ginge er zudem vor dem Einschlafen den vorzutragenden Text mehrere Male im Kopf durch, um zu prüfen, ob sich irgendetwas Peinliches oder Doppeldeutiges in seinem Vortrag befinde. Seit einem Brand in einem benachbarten Wohnheim vor eineinhalb Jahren plage ihn zudem der Gedanke, er könne durch ein Versehen seine Wohnung in Brand setzen und dadurch seine Mitbewohner lebensbedrohlich gefährden. Da er sich nicht vorstellen könne, wie er weiterleben solle, wenn er einen Menschen getötet habe, versetze ihn dieser Gedanke in massive Angstzustände. Beim Verlassen der Wohnung gehe er daher zwei bis dreimal alle Räume durch und kontrolliere, ob alle Stecker gezogen seien oder ob der Herd sowie die Lüftung im Badezimmer ausgeschaltet seien. Dies koste ihn ca. 15 Minuten, manchmal jedoch auch länger, sodass er dann seinen Bus verpasse oder zu spät zur Uni käme. In letzter Zeit sei es sogar öfter vorgekommen, dass er nach dem Verlassen der Wohnung nochmal zurückgegangen sei und nochmals alles überprüft habe. Dennoch sei er im Bus manchmal nicht sicher, ob er nicht doch etwas vergessen habe. Dann gehe er im Geiste nochmals die Wohnung durch, bis er etwas ruhiger werde oder einfach aussteigen müsse. Obwohl er wisse, dass seine Handlungen an sich übertrieben seien, könne er dem Drang zu kontrollieren nicht widerstehen. Sein Verhalten sei ihm jedoch gegenüber anderen sehr unangenehm. Oft sei er in letzter Zeit so erschöpft und fühle sich selbst so schlecht, dass er abends nicht mehr mit seinen Kommilitonen ausgehe. Da er nicht wisse, wie er die Ängste und sein Alltagsleben weiter bewältigen solle, habe er jetzt entschlossen, sich professionelle Hilfe zu holen. Fallbeispiel Ende. Teilabschnitt 5.6.2 Epidemiologie und Verlauf Während die Zwangsstörung noch vor 30 Jahren als schwerwiegende, aber sehr seltene Erkrankung angesehen wurde, gehen heutige Schätzungen von einer Lebenszeitprävalenz von 2-3% aus. Interessanterweise ist die Häufigkeit von Zwangsstörungen in verschiedenen Kulturen relativ ähnlich. Anders als bei anderen Angststörungen sind Frauen und Männer in etwa gleich häufig von Zwangsstörungen betroffen, allerdings berichten Frauen häufiger über Waschzwänge, während Männer öfter unter Kontrollzwängen leiden. Zwangsstörungen treten bei den meisten Patienten bereits in der Pubertät auf und bei 65% der Betroffenen liegt der Erkrankungsbeginn vor dem 25. Lebensjahr. Unbehandelt nehmen Zwangsstörungen in den meisten Fällen einen chronischen Verlauf, Spontanremissionen sind eher selten. Die Beeinträchtigung der selbstständigen Lebensführung ist meist erheblich. Teilabschnitt 5.6.3 Zwangsstörungen werden im DSM-4-TR unter Angststörungen aufgeführt, während sie im ICD-10 eine eigene Untergruppe bilden. Die Diagnosekriterien nach ICD-10 sind in Tabelle 5.10 im gedruckten Buch dargestellt. Teilabschnitt 5.6.4 Diagnostik Zur Diagnosestellung eignen sich strukturierte klinische Interviews wie das strukturierte klinische Interview für DSM-Römisch 4 oder das diagnostische Interview bei psychischen Störungen. Ein häufig verwendetes Fremdbeurteilungsmaß zur Einschätzung der Art und der Schweregrads der Zwangsstörung ist die Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. Die YBOCS besteht aus einer Symptom-Checkliste, die das Vorhandensein von verschiedenen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen erfragt, sowie einem Schweregradindex, der die Ausprägung der jeweils vorliegenden Zwänge erfasst. Häufig eingesetzte Selbstbeurteilungsfragebögen zur Erfassung der Symptombelastung sind der Padua-Zwangsfragebogen in Klammern 41 Items, 5 Skalen und das Hamburger Zwangsinventar in der Kurzform in Klammern 72 Items, 6 Skalen. Teilabschnitt 5.6.5 Differenzialdiagnostik Manche Symptome anderer Störungsbilder zeigen große Ähnlichkeit mit Zwangssymptomen, sollten differenzialdiagnostisch jedoch von diesen unterschieden werden. Ritualisierte Verhaltensweisen oder zwanghaft wiederkehrende Gedanken treten zum Beispiel auch bei Essstörungen in Klammern ritualisiertes Essverhalten, Hypochondrie in Klammern Kontaminationsängste, Depression in Klammern zwanghaftes Grübeln oder wahnhaften Störungen in Klammern religiöse Wahngedanken auf. In diesen Fällen ist es wichtig zu prüfen, ob die Zwangssymptome lediglich im Kontext dieser anderen Störungen auftreten, zum Beispiel nur im Zusammenhang mit Essen oder ob sie auch unabhängig davon erlebt werden. Teilabschnitt 5.6.6 Komorbidität Menschen mit einer Zwangsstörung leiden in 60 bis 80 Prozent der Fälle unter mindestens einer weiteren psychischen Erkrankung. Depressionen bilden dabei mit rund 60 Prozent die häufigste komorbide Störung. Sie entwickeln sich meist als Folge der mit der Zwangsstörung verbundenen sozialen und beruflichen Beeinträchtigungen. Hohe Komorbiditätsraten bestehen darüber hinaus mit anderen Angststörungen, vor allem mit sozialer Phobie und Panikstörung. In ca. 12 Prozent der Fälle leiden Menschen mit einer Zwangsstörung unter einer komorbiden Alkohol- oder Substanzabhängigkeit. Diese entstehen oft aus dem verzweifelten Versuch, die durch die Zwangsstörung ausgelöste Anspannung mithilfe von Alkohol oder Beruhigungsmitteln zu reduzieren. Teilabschnitt 5.6.7 Erklärungsmodelle für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Zwängen Es existieren verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Zwangsstörung. Diese basieren zum einen auf lerntheoretischen Erkenntnissen und zum anderen auf neurobiologischen Befunden. Die verschiedenen Modelle stehen somit nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich zu einem umfassenderen Verständnis der Störung. Im Folgenden sollen die beiden einflussreichsten Theorien vorgestellt werden. Unterabschnitt 5.6.7.1 Kognitiv-behaviorales Modell Wie der Name bereits verrät, erklärt das kognitiv-behaviorale Modell die Aufrechterhaltung von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen anhand von zwei unterschiedlichen Mechanismen, einem kognitiven und einem behavioralen Mechanismus. Entstehung von Zwangsgedanken Das kognitiv-behaviorale Modell geht davon aus, dass sich Menschen mit einer Zwangsstörung nicht durch das Auftreten von Zwangsgedanken, sondern durch die Bewertung dieser Gedanken von gesunden Menschen unterscheiden, in Klammern kognitiver Mechanismus. Dem liegt die Beobachtung zugrunde, dass 90% aller Menschen gelegentlich aufdringliche Gedanken erleben. Gesunde Menschen messen diesen Gedanken jedoch keine weitere Bedeutung zu. Im Gegensatz dazu verfügen Zwangspatienten über eine Reihe von Überzeugungen, in Klammern siehe Tabelle 5.11 im gedruckten Buch, die dazu führen, dass sie sporadisch auftretende unsinnige Gedanken auf eine katastrophisierende Art bewerten. Zwangspatienten gehen häufig davon aus, dass Gedanken und Handlungen in direkten Zusammenhang stehen, in Klammern Thought-Action-Fusion. Wenn ihnen zum Beispiel der Gedanke in den Sinn kommt, sie könnten ihrem Kind etwas antun, nehmen sie das als Hinweis darauf, dass sie dies tatsächlich tun könnten. Aufgrund dieser katastrophisierenden Interpretation gewinnt der an sich normale Gedanke plötzlich an Wichtigkeit, in Klammern Hinweis auf eine bevorstehende Katastrophe, die verhindert werden muss. In Folge schenken die Betroffenen dem vermeintlich bedeutungsvollen Gedanken vermehrt Aufmerksamkeit, wodurch sich der Gedanke immer häufiger in den Gedankenstrom drängt, in Klammern siehe Abbildung 5.4 im gedruckten Buch. Auf der anderen Seite löst die katastrophisierende Interpretation von spontan auftretenden Gedanken verständlicherweise starke Angst aus. Um diese Angst zu verringern und um die vermeintlich bevorstehende Katastrophe zu verhindern, werden in der Folge ritualisierte Zwangshandlungen ausgeführt. Entstehung und Aufrechterhaltung von Zwangshandlungen Die Aufrechterhaltung von Zwangshandlungen wird im Rahmen des kognitiv-behavioralen Modells durch operante Konditionierungsmechanismen erklärt, in Klammern behavioraler Teil des Modells. Das Ausführen von Zwangshandlungen führt bei den Betroffenen kurzfristig zu einer Reduktion der, in Klammern durch die Zwangsgedanken ausgelösten, Angst bzw. Anspannung. Durch den Wegfall der Angst wird die Zwangshandlung negativ verstärkt, in Klammern belohnt. Langfristig hat dies zwei Konsequenzen. Zum einen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem erneuten Angstanstieg wieder Zwangshandlungen ausgeführt werden, um die Angst zu reduzieren. Zum anderen lernt die betroffene Person nicht, dass die Katastrophe auch dann nicht eingetroffen wäre, wenn sie die Zwangshandlung nicht ausgeführt hätte. Dies führt dazu, dass sie auch weitere Zwangsgedanken als fälschlicherweise bedrohlich interpretieren wird und in dem Irrglauben bleibt, dass die Zwangshandlungen ein effektives Mittel darstellen, um vermeintliche Katastrophen zu verhindern. Unterabschnitt 5.6.7.2 Modell gestörter Cortico-Striato-Thalamocorticaler Regelkreise Im Mittelpunkt neurobiologischer Erklärungsmodelle der Zwangserkrankung stehen sogenannte Cortico-Striato-Thalamocorticale in Klammern CSTC-Regelkreise. Dies sind parallel organisierte neuronale Projektionsbahnen, die von verschiedenen Arealen im frontalen und präfrontalen Cortex ausgehen und über korrespondierende Teile des Striatums und der Basalganglien zum Thalamus ziehen und von dort zurück zu den ausgehenden Cortex-Arealen. In Klammern Sie Abbildung 5.5 im gedruckten Buch. Je nach Ausgangs- und Projektionsareal im Cortex kommen den verschiedenen CSTC-Regelkreisen unterschiedliche Funktionen zu. Dies sind zum Beispiel die Abstimmung situationsadäquater Handlungen in Klammern Ventraler Regelkreis, die Steuerung willkürlicher motorischer Handlungsabläufe in Klammern Sensomotorischer Regelkreis oder die Steuerung kognitiver und affektiver Funktionen in Klammern Cortico-Striataler Regelkreis. Wichtig für das Verständnis des Störungsmodells ist die Unterteilung der CSTC-Regelkreise in direkte und indirekte Regelschleifen. Die direkten Schleifen ziehen vom Striatum direkt zum Globus Palidus Internus und wirken von dort aus excitatorisch in Klammern erregend auf den Thalamus. Die indirekten Schleifen ziehen vom Striatum zunächst über den Globus Palidus Externus und den Nucleus Subthalamicus zum Globus Palidus Internus und wirken hemmend auf den Thalamus. Die beiden Schleifen üben somit entgegengesetzte Wirkung auf den Thalamus aus. Das Modell gestörter CSTC geht davon aus, dass bei Zwangspatienten ein Ungleichgewicht der indirekten zugunsten der direkten Regelschleifen vorliegt, was zu einer Überaktivität des Thalamus führt. Es kommt zu einer Überlastung der Filterprozesse im Thalamus, wodurch Inhalte in die Bewusstseinsebene gelangen, die normalerweise ausgefiltert oder unbewusst verarbeitet und von den Betroffenen als Zwangsgedanken erlebt werden. Stereotype Zwangshandlungen werden innerhalb des neurobiologischen Modells als der Versuch betrachtet, durch eine kontrollierte Aktivierung intakter Regelkreise die unkontrolliert erregten Regelschleifen zu inhibieren. Zahlreiche Befunde aus bildgebenden Studien stützen die Annahme gestörter frontostreataler Regelkreise bei Patienten mit Zwangserkrankungen. So konnte bei Zwangspatienten im Vergleich zu gesunden Personen eine erhöhte Aktivität sowie Volumenminderungen im orbitofrontalen Kortex und im Nucleus Kaudatus nachgewiesen werden. Teilabschnitt 5.6.8 Behandlung Bis in die 1960er Jahre hinein galten Zwangsstörungen als nicht heilbar. Diese Sichtweise hat sich seither deutlich verändert. Heute gilt die kognitive Verhaltenstherapie als die Therapie der Wahl bei Zwangsstörungen. Ihre Wirkung wurde in zahlreichen Studien belegt und ist heute unumstritten. Unterabschnitt 5.6.8.1 Medikamentöse Behandlung Pharmakologisch werden Zwangsstörungen in der Regel mit der Gabe von selektiven Serotonin-Wiederaufnahme hämmern in Klammern SSRIs behandelt. Diese zählen zur Gruppe der Antidepressiva, werden bei Zwangsstörungen jedoch meist höher dosiert. In besonders persistierenden Fällen werden auch niedrig dosierte atypische Neuroleptika zur Behandlung der Zwangsstörung eingesetzt. Die Wirksamkeit der medikamentösen Behandlung mit SSRIs konnte mehrfach nachgewiesen werden. Problematisch ist jedoch, dass nach Absetzen der Medikamente oft ein erneuter Anstieg der Symptomatik zu beobachten ist. Im Vergleich zur medikamentösen Behandlung erzielt die verhaltenstherapeutische Behandlung daher stabilere Therapieerfolge. Unterabschnitt 5.6.8.2 Psychotherapeutische Behandlung Zentrales Element der kognitiven Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen ist die sogenannte Exposition mit Reaktionsverhinderung. Hier geht es darum, die Patienten mit den jeweils angstauslösenden Reizen bzw. Situationen zu konfrontieren, ohne dass sie die sonst folgenden neutralisierenden Zwangshandlungen ausführen. Ziel dieses Vorgehens ist die Habituation, in Klammern gleich Gewöhnung an den angstauslösenden Reiz. Patienten machen die Erfahrung, dass die Angst nach einiger Zeit von alleine zurückgeht, auch wenn keine Zwangshandlungen ausgeführt werden. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass Patienten keine verborgenen Rituale, in Klammern zum Beispiel gedankliche Rituale oder insgeheimes Aufschieben der Rituale auf einen späteren Zeitpunkt durchführen, da eine Habituation nur dann stattfinden kann, wenn sich die Patienten ihre Angst lange genug aussetzen. Teilweise können Expositionen auch als Verhaltensexperiment eingesetzt werden, um zu überprüfen, ob die befürchtete Katastrophe eintritt, wenn keine Zwangsrituale ausgeführt werden. Dies ermöglicht die schrittweise Veränderung der zugrunde liegenden irrationalen Überzeugungen. In Klammern zum Beispiel der Gedanke, dass der Partner sterben könnte, führt nicht automatisch dazu, dass dieser tatsächlich stirbt. Hier ist jedoch wichtig, mit dem Patienten zu erarbeiten, dass es die erwünschte absolute Sicherheit nie geben wird. Das heißt, dass man nicht ausschließen kann, dass der Partner tatsächlich stirbt, wenn man gerade an ihn denkt. Es geht also letzten Endes darum, die Ungewissheiten in unserem Leben zu akzeptieren. Da eine Exposition mit Reaktionsverhinderungen für Patienten bedeutet, sich einer ihrer Ansicht nach extrem bedrohlichen Situationen auszusetzen, ist es wichtig, dass das therapeutische Vorgehen gemeinsam hergeleitet wird. Hierzu wird zunächst eine detaillierte individuelle Problemanalyse erstellt. Diese sollte Auslöser, Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und kurzfristige und langfristige Konsequenzen enthalten, in Klammern siehe Fallbeispiel. Anhand der Informationen aus der Problemanalyse kann anschließend gemeinsam mit dem Patienten das kognitiv-behaviorale Modell erarbeitet werden. Zentral hierbei ist, dass der Patient versteht, dass das bisherige Vermeidungs- und Neutralisierungsverhalten eine kurzfristig hilfreiche Strategie darstellt, die langfristig jedoch zur Aufrechterhaltung der Störung führt. Parallel zu den Konfrontationsübungen werden mit dem Patienten explizit irrationale Überzeugungen, in Klammern siehe Tabelle 5.11 im gedruckten Buch identifiziert und infrage gestellt. Die Wirksamkeit der Expositionstherapie mit Reaktionsverhinderung konnte in mehreren kontrollierten Therapiestudien nachgewiesen werden. Die erzielten Effektstärken lagen dabei deutlich über D gleich 1,0. Langzeiterhebungen konnten zudem zeigen, dass die Symptomverbesserungen bei den meisten Patienten über einen Zeitraum von 2 Jahren stabil waren. Dennoch stellt sich das Problem, dass ein nicht zu unterschätzender Anteil an Zwangspatienten sich dieser Art der Behandlung verweigert oder die Therapie verfrüht abbricht. Fallbeispiel Problemanalyse H.P. Ziel der Exposition mit Reaktionsverhinderung ist die Habituation der Angst und die Modifikation irrationaler Überzeugungen. In unserem Beispiel könnte Herr P. erfahren, dass seine Angst vor einem Brand nach einiger Zeit von alleine sinkt und lernen, mit der Unsicherheit bezüglich eines möglichen Brandes zu leben. Typische Auslöser Verlassen der Wohnung Aufdringlicher Gedanke Ich habe den Herd angelassen Bewertung Wenn die Platte überhitzt und einen Brand auslöst, könnte mein Mitbewohner an einer Rauchvergiftung sterben und ich wäre an dem Tod eines Menschen schuld. Gefühle Angst, Unruhe, starke Anspannung Verhalten Zurückgehen und dreimal den Herd an- und ausmachen, um sicher zu gehen, dass er tatsächlich aus ist. Bis 20 zählen und die Hand auf die Platte legen, um zu überprüfen, dass sie auch nicht heiß wird. Danach dreimal durch alle öffentlichen Räume in der Wohnung gehen und kontrollieren, ob alle Stecker gezogen sind